Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge House of Ashes. Das Ganze spiele ich natürlich nicht alleine, sondern mit unserem ehrenwertenvollen Ehrengast, dem Steve. Hey Steve! Hallo, ich bin hier ein Rast. Ja, und wir würden auch gar nicht lange schnacken, sondern beginnen direkt mit dem Game. Ich bin hier ein Rast. Ich bin hier ein Rast. Nein! Ich will nicht sterben! Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratou, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eurer Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg! Du hast glücklich, Götter. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheim zu fallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um ein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Goteer kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei es drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sag mir, General, erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter. Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18. Hm. Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Äh, wie? Was? Wie? Äh, 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 ja, wollen wir sie töten oder wollen wir sie, äh, entkommen lassen? Du entscheidest. Komm, wir lassen sie leben. Echt? Mein König. Ja, klar. Sollten wir sie nicht lieber abgeben lassen? Sie ist ein feindlicher Speer. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben. Okay. Oua. Äh, ja, wo soll ich denn hin, also ich soll hier hin und dann... Nein! Ja, ist aber ganz schön heftig. Also... Okay. Ja, nicht so blutig, wie er rinnt in die Scheide, macht man nicht. Oh, ist aber auch expliziter Content hier. Ja, da muss man aber auch Hüt werfen können irgendwie, um seinem König das Ding so vor die Füße zu legen und ihn nicht an Schädel zu hauen. Ah, da hat er meine Entscheidung richtig viel gebracht. Naja, die Missgunst unseres Königs wahrscheinlich jetzt noch dazu. Ah, das, äh, glaub ich nicht, oder? Ja, vielleicht schon. Heu, 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 heu. Das geht auch direkt wieder los, ne? Also, auju... Ja, sehr explizit diesmal irgendwie, ne? Hm? Wer soll nicht jetzt sein? Soll nicht die Sumerern sein? Welche Völkchen ist jetzt da gestellt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil da steht irgendwas nur mit Akar. Weil das Land sagt mir nichts. Oder die Regierung. Oh! Oh! Oh, mein Gott. Was? Wie? Hey, da wird da der Affenschädel auf einmal hältst, oder was? Die Kette muss Affenschädel... Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, alle tot. Lebt denn der König noch? Nee, der König ist auch nicht mehr so fit. Oh, oder? Ne, ne, der sieht auch nicht mehr so gesund aus. Genau, dieser kleine Speer. Soll ich die Scheiße... an der Fall weg? Ich weiß nicht, aber... ...sindige heute. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr werdet erflucht. Das war falsch. Ein Narr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Er folgte einem Narren zum Abrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Du hast gerade so. Was willst du sonst machen? Nee. So richtig beeilen tun sie sich aber jetzt auch nicht, wa? Irgendwie. Ach, naja. Machen wir mal hier ein bisschen Wuli-Wuli. Und jetzt ganz gemütlich runter. Okay. Kann ich jetzt hier irgendwas machen? Oh, hilf mir damit. Die Synchro ist wieder mega geil. Hilf mir damit. Ich hab auch schon wieder Johns Stimme erkannt. Et? Ja. Von der Wache, die ihr schon gemacht habt. Mal gucken, ob auch wieder so eine schöne Dings hier kommt. Tornja. Durch das Grab geht es raus. Ich bin hier nicht. Uuuh. Fliegen. Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Oh. Oh, shit. Was ist das für ein Viech? Was ist das? Oh, Gott. Jetzt geht es wieder los. Ja, ja. Herzschlag wieder. Ah, ich bin hier. Achso, gleich nochmal. Ach, mann, mann, mann. Muss auch gar nicht Y drücken bis jetzt, immer nur A. Oh, immer noch kein Y, okay. So, und jetzt kommt da bestimmt so ein kleines... Ja, ich muss... Nur eine Ratte. Naja, eine Ratte wird jetzt da unten aber auch nicht alles irgendwie angerichtet haben. So viele Tote. Nee. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Jetzt kommt die große Erkenntnis, ja, du... Scarabius. Oh, noch ein fetter, pilgenderer Käfer kann auch sein. Finde in den Geheimhausgang, du bist so wo die Katakombe rum. Na gut, dann gucken wir doch mal. Ja, benutze links und rechts, um die Kamera zu bewegen. Wunderbar, wunderbar. Guck mal hier, was ist denn hier? Mh. Mh. Naja, die Grafik sieht auch mal wieder sensationell aus, muss man mal ganz klar sagen. Sehr, sehr, sehr. Oh, was ist denn jetzt noch irgendwas? Naja, deswegen dachte ich mir nämlich, gucken wir uns das erstmal mal hier an. Wir finden jetzt Steintafeln. Okay. Okay. Oh. War das jetzt der andere gerade? Meinst du unseren, unseren Compagnon, den wir jetzt hier mit dabei haben? Genau. Der Platz, äh, nicht Boote, sondern, äh, wie hat er den genannt? Äh, weiß ich nicht. Aber der sah doch in der, in der, in der, ähm, in der Rückblende, sah der doch ein bisschen, ich sag jetzt mal schmächtiger aus, am Rücken. Ja, also, ich, also war auf jeden Fall nicht, äh, der General. Ne. Aber gut, dann gehen wir jetzt mal hier, weil da waren wir schon, dann gehen wir jetzt mal die Tür öffnen. Hier. Spielt ihr mit jetzt alles eigentlich, in der damaligen Zeit, oder? Ne, ich glaub, dass, ähm, wir haben ja auch noch keine Einweisung vom Kurator bekommen. Ich geh mal davon aus, dass wir ja auch sowas wieder bekommen, dass das so eine Art Tutorial-Vorgeschichte ist. Okay. Wie wir es auch schon im ersten Teil hatten, mit den Soldaten. Und auch im zweiten mit der Familie. Du zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Hm. Das fängt mal so geil, wenn die Kamera so aufbrennt. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Ja, ja. Respektvoll. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. So sieht's aus. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Es geht ja doch vor. Was wäre... Was ist eigentlich, wenn hier jetzt irgendwo fallen wären? Wie viele Wege führen in das Grab? Ja, fallen. So wie, ähm... Wir sind hier nicht allein. Er läuft hier einfach so schnuschtrax geradeaus. Weißt du? Könnte ja auch irgendwo so eine... Diana-Jones-Falle sein oder sowas. So eine Schwerfalle, oder? Um zu machen. Ja, genau. Aber auch mal rufen. Und? Äh... Äh... Aber Verpissung. Aber gern Schnee. Was denn das? Das ist doch eine Togeskalle aus Fallout. Du Scheiße. Komm zu. Verstehe, verstehe, verstehe. Oh oh. Hi. Jetzt wird's dunkel. Ich weiß. Ja, dann mach doch auf. Ah, keiner! Ah, keiner! Ah, keiner! Ah, keiner! Ah, keiner! Es gibt keinen Kommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen, sterben wir beide. Halt dich bereit! Äh... Ja, wir kämpfen. Wir gehen gemeinsam unter. Oder gewinnen gemeinsam. Eins, wo wir uns. Guck hier, es ist sehr gut. War nicht so gut. Okay, war auch nicht so gut. Okay, war auch nicht so gut. So. Nee. Als würde ich hier mit dem Boxkampf oder was? Oh, verletzt. Nice, Penny. Aber da eine, der, der liegt nicht so gut da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Nee, komm, wir müssen die mitnehmen. Komm. Kannst du die jetzt nicht einlassen. Ist das nütz? Klicker? Ah, 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 ah. Oh mein, was schlusschliff. Ja, das ist... Das ist nicht gut fürs Kamele. Uh, 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 tja. Noaa... Okay. Oh, dear. Oh, dear. Won't you spare me over till another year? Oh, dear. Oh, dear. Well, what is this Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was diese Entscheidungen bringen, wird sich zeigen mit der Zeit Schön, Sie wiederzusehen Sie sind bestimmt schon ungeduldig Also gut, wir wollen beginnen Wie Sie bereits wissen, bin ich der Kurator, der Bewahrer der Geschichten Meine Aufgabe ist es, alles aufzuzeichnen, was Sie tun Jede Entscheidung und jeden Fehler, den Sie machen Das ist meine Bibliothek Sie steckt voller unerzählter Geschichten Geschichten über Freunde und Feinde, Treue und Verrat, Leben und Tod Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen Obwohl ich die Regeln ab und an schon etwas beuge Es ist außerordentlich mutig, sich allein ins Unbekannte zu wagen Oder sehr töricht Doch vielleicht steckt mehr in Ihnen als Gedanken Ich möchte Ihnen einen Rat geben In der Geschichte begegnen Ihnen diverse Bilder Bilder, die einen möglichen Ausgang andeuten Ich schlage vor, Sie schauen genau hin Denn Sie könnten auf eine unglückselige Zukunft hundern Doch leider bleibt uns keine Zeit mehr Wenn wir uns wiedersehen, erfahren wir, wie Sie sich schlagen Oder schattern Hm So, hier haben wir den Marlboro-Mann Na, das sieht schon sehr nach CIA aus Wer ist er denn? Jason Kolchek Na, sag mal, er sieht doch aus wie Von Bo-Vom Boot Eric King Lieutenant Conor Yusuf Camp Slayer, Alter So, bist du das oder bin ich das? Äh, 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 steht man beim Sprechen umgeduldig Ich spiele ihn als Arschloch Okay Ist mein Besprechungsraum bereit? Sieht schon so schnöselig aus, der Typ Die Technik für die Präsentation steht Wir warten auf Nachricht vom CO Dann geht's los Das sollten Sie lesen Ach, guck mal Nicht gehört? Ihr habt einen neuen König Sieht so aus Sieht doch noch so aus, Alter Genervt Den nervt, okay Oh, ein Puppel am Hase So, ich werde mal den Vesca für Army hier Richtig als Arsch spielen Als richtigen Penner, irgendwie Ist der immer so ein Arsch? Ha, es gibt Abstufungen Das ist eine 2 Warte, bis er die 11 erreicht What? Okay Ich kann nur neu an es anders, Balfoy Aber interessant Äh, sie haben sie Was ist denn hier los? Ähm, was ist denn hier los? Oh, Rachel King Rachel King Zieh, ey, guck mal Und Nick Kay Und er ist doch Na, sag mal Das sind doch Das könnte unser letztes Mal sein Ist Brad Nach den Ereignissen am Checkpoint Ach, nee, nee, nicht, nee Äh, äh, nicht Brad Der andere Die letzten Wochen Du, du hast mir gut getan Nee, wie hieß er denn? Wer weiß, wo ich ohne dich wäre Der Bruder, ja Ich weiß, wie er noch meins Er ist mir nur ein Wien halt Genau Und sie Na ja, sie sind so ein bisschen aus Wien Rachel King Er ist gleich im Besprechungszimmer Fünf Minuten Fuck Er ist da Zu früh Dein Ehemann? Solltest du es ihm nicht mal sagen? Los, zieh dich wieder an Rachel Erzählst du es ihm jetzt oder nicht? Du und Eric Seid seit einem Jahr getrennt Was da auch war Es muss vorbei sein Ehrlich Willst du die King King Family spielen Oder soll ich die Frau spielen? Mach du die Frau Äh Bring es ihm schon bei Es ist einfach kein guter Zeitpunkt Es ist nie ein guter Zeitpunkt Bald, Nick Versprochen Bald Bald, Nick Ich finde das total befremdlich Irgendwie diese Gesichter wiederzusehen Auch zur Besprechung Aber obwohl man sagen muss Irgendwie Dass in anderen Anthology-Serien Wie zum Beispiel In eine Horror-Story Das ja auch so ist Du hast immer die gleichen Schauspieler Die andere Charaktere spielen Ah, okay US Marine Was hat sie jetzt gerade überlegt? Ist es einsteckt oder was? Wahrscheinlich Kipper Und er ist doch Und er ist doch Ne? Hoch vom Boot Vor ein paar Wochen Hat Saddam es sich hier gut gehen lassen Wer soll er denn sein? Na, einer von den Äh, äh, äh Soldaten am Anfang Aus dem Intro Ah Also ein bisschen abgehändert Aber doch Und sie ist ja, äh, na Tonja Ne, äh, wie hieß er denn? Tonja ist, äh, die mit der guten Stimme Genau Jetzt ist sie hier Kofferträgerin Ah, sehr gut Jetzt war ich wieder mein Spielcharakter Let's do it For America Hallo alter Mann Schön weiter trainieren Hey, mach doch mit Vielleicht lernst du ja noch was bei mir Peter, wir haben Besuch Kippen auch Das war doch der Der Richter Und der Richter Stimmt, der Pirat Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch Sergeant K Das ist Lieutenant Colonel King Ich bring ihn ins Besprechungszimmer Colonel King, Alter Wir sehen uns dann, Marine Freundchen Ich weg in der Wüste, Schick Nick ist nicht mehr er selbst Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel Ein Zivilist-Staat Das setzt ihm zu Kommt er klar? Er schafft das, Sir Er ist bereit Naja Joey, die haben dich am Schreibtisch gepackt Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein Und das ist der berühmte Satelliten-Typ St. Dennis Ich bin ihr Commander Lieutenant Colonel Eric King Was dann wohl heißt, Lance Corporal Dass ich ihr kommandierender Offizier bin Ist das ein Witz? Ich werde mich alle so hassen Gib dem Colonel vollen Zugang Hat aber ganz schön gezittert, ne? Besser Gewöhnen sie sich nicht an den Schreibtisch Ich sag ihnen Wenn die Queen Bitch schwind davon bekommt Dann flippt sie aus Na? Wir kennen uns Rachel und ich Wir kennen uns Sie weiß, dass im Krieg alles erlaubt ist Sir? Die Queen Bitch, wie sie sagten Ist seine Frau Was trägt sie da für ne Scheiße am Inhalts, Alter? Was ist sie jetzt? Toll, Kitzkopf Aber warum wird die denn eigentlich Queen Bitch genannt? Naja, weil sie wahrscheinlich nicht der totale Grachen ist Wir haben getrennt gearbeitet Sie ist jetzt die Queen Bitch Ist aufgestiegen Falls es hilft Für uns ist das sowas wie ein Kosename So, Wesker Secken unter dem Koffer hast So ein Eis drin Das war so ein Magnum rausgeholt So total arschmäßig So, schließen wir euch an Mal gucken, weil das dann drin ist Ich reiche die Bandbreite aus Den Technik-Kram machen sie Da ist nix weiter drin Und die Schlepperei machen sie In Ordnung, Lady So, willst du vorlesen? Naja Ja, genau das ist es Sadam hat wohl gern das Tanzbein geschwommen Und wenn eine Tanzpartnerin gestolpert ist, hieß es Ab mit dem Kopf Würde mich nicht wundern Vielleicht lass ich sie mal führen, wenn wir hier durch sind Hallo Klar Wir sind Disziplin hier in der Truppe So, wolltest du nicht nach unten scrollen? Äh, ich konnte nichts machen Ich halt immer noch gedrückt Hier ist einfach selber weitergegangen Ich gehe davon aus, wir können uns gleich nochmal Ordentlich umschauen Colonel King Mrs. King Eric, das ist mein Team Wenn du sie briefen willst, klärst du das mit mir Das ist jetzt mein Team Was redest du da? Ich habe direkten Befehl von Sandcom, die Taskforce zu übernehmen Autsch Ist das dein Ernst? Natürlich, du kennst mich doch Lieutenant Kolchek Wären sie so nett Das ist von Sock Central Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt Ich brauche Netzwerkzugang Wer ist das? Das ist Dr. Stokes Ich habe alle Freigaben erteilt Aber natürlich Okay Gut, jetzt weiß ich auch Bescheid Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor Deine Präsentation Hast du was gefunden? Ich mag den Charakter Ich mag Erik Erik, gefällt mir Figur Schön Sonst spielt man immer so mega nett Diesmal nicht Was zur Hölle? Ist das moderne Kunst? Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos Programm Und das soll mir irgendwas sagen? Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe Oh, beeindruckend Dann Protegieren Sie Benehmen Sie sich immer so, Corporal 50 50 Die Jungs wollen nur eine Trause sein Nichts für ungut Nun gut Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden Wir haben dich, du Hundesohn Sandcom hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der Republikanischen Garde Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen Es ist Eile geboten Die Army nimmt uns in ihren Helis mit Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchek den Sturm auf das Lager an Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch Aufgepasst Es gab einen Führungswechsel Aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert Sie fliegt mit uns Und wird so respektvoll behandelt wie zuvor Gibt es Fragen? Ne Das ist Stammesland da draußen, Körne Machen Sie sich nichts vor Das sind Wilde Bekommen wir Luftunterstützung? Nein Zu viele Vögel lassen uns aufliegen Schnell rein, schnell wieder raus Das hat deine Mama auch zu mir gesagt Hey, Vorsicht, Junge Hätte ich nicht schnell rausgezogen Nenne ich jetzt deinen Paps Okay, das reicht Highfift euch mal noch ab dafür Hey, Gott Was meinen Sie? So, was? Wir bleiben unter uns Wir regeln das schon Geht's schief, zieh ich die Reißleine und wir hauen ab Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch Bei allem Respekt, die Tenden Kolchek Das entscheiden nicht sie So sieht's aus So sieht's aus, Alter Klingt nicht gut Mervin hat schon recht Je mehr Helis, umso größer die Gefahr Wie entdeckt werden Die sollten mich ruhig alle hassen Eure Einwände höre ich mir später an Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück Startet Centcom eine Rettungsmission In der Zeit keine Menge passieren In der Zeit kein Weichei Ich meine ja nur Deswegen führen wir Krieg Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf Denkt daran, Ladies und Gentlemen So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab Hat mich jetzt nicht abgeholt Hat mich nicht abgeholt, die Ansprache Muss ja nochmal üben Muss ja nochmal üben, ja Chlorice, helfen Sie mir mit den Geräten Bin dabei Mieses Scheiße von Helis Hier stimmt was nicht Ich hab so ein komisches Kribbeln im Nacken Sie ist von einem riesengroßen Helm, Alter So was für ein Kronel Ich mein's ernst Ich hab da ein mieses Gefühl Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst Können Sie irgendwas tun? Was müssen Sie denn jetzt noch tun können? Ich hab so ein aussagekräftiges Gesicht Ich lade die neuen Satellitendaten runter Und da brauchen Sie kurz Zeit allein Danke Clarice Eric Wir müssen reden Ich muss dir etwas sagen Hör zu Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung Ich wär begeistert Rage Das ist es Endlich, nach so vielen Jahren Arbeit Das ist es Das ist es? Das ist der Durchbruch, auf den wir gewartet haben Jetzt ist er immer nie so soft Es geht hier nicht um uns, Eric Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher Als wir hatten Es lief nicht so toll zwischen uns Wir haben viel erlebt Viel Schlimmeres Tja Nichts ist anders, Eric Das weißt du Du und ich? Es gibt kein du und ich Es ist aus Bitte Rage Sag das nicht Jetzt nervt er mich schon Jetzt nervt er mich schon Wirklich Also Hey Vorsichtig damit Ist mein Eis drin Was ist denn in der Zauberkiste? Magnum Mandel Nein, Nogger Was ist das denn? Was? UV-Licht Wir suchen damit nach Sprengstoffen Sagt sich mal? Viehtreiber Nein 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 Ich brauche ihn schnell Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch Oh, ich prüfe mal die Satellitenkarte Nicht die beste Bandbreite Es wird schon reichen Können Sie das unterzeichnen? Hä? Die Ausrüstungsfreigabe Bitte Oh, klar Prüf die Geräte Und zwar doppelt Ja, verstanden Steckt ihn Mann Frodo, ehrlich Da wird Ja, das ist ein bisschen nostalgisch Warte auf den Download Genau, er wartet jetzt auf den Download Und du kannst jetzt hier mal das Dokument hier schön durchlesen So, er hat uns nämlich vorhin rausgeschmissen Also Betreff dringende Ergebnisse Erforderlich An Antierenden CEO Rager King Vertraulich Zu Beginn des Einsatzes Der Survey Group Muss nochmal betont werden Wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist Erstens Unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere Intervention nicht von Völkerrecht gedeckt Zweitens Mit Beendigung der Kampfhandlung steigt die Gefahr, dass das Regime Beweis für die Existenz der Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte Die Survey Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort Beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren Drittens Unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unser Geheimdienst verlässlich arbeitet Wir erwarten baldige Meldung, Unterschrift, Simon Fuller, SG, ja, Einsatzleitung, Direction, Director of Human Intelligence, DIA Streng vertraulich Streng vertraulich Streng vertraulich Da haben wir nichts Hast du gerade gesehen, dass da Classify Level 2 stand? Das hat da, guck mal, das sind so, so, Tassenrestige, so, weißt du, so Einfach so Kassel-Passer abgesetzt Ja, das ist ja genau Ja, das ist respektvoll behandelt, alles irgendwie Und danach lässt man nicht halt Einfach liegen Möchtest du mit ihm reden? Ja, hau mal an, wir müssen mal leidigen Okay Was ist das denn? Streng schlug Wozu brauchen wir dieses Zeug, verdammt? Wir müssen mobil sein Wir brauchen die Ausrüstung Die Anlage ist unterirdisch, vielleicht noch nicht fertig gebaut So ist es sicherer Ich soll mich sicher fühlen? Geben Sie mir mehr Waffen Uh, und? Da Dann bist du mein Techniker Moment, spannend Sie sind mein Techniker Hab von Ihnen gehört Das will ich doch hoffen Ich kümmere mich um die Ausrüstung Und falls ich Iraker blicken lassen Puste ich sie verdammt nochmal weg Sie haben Selbstvertrauen, Corporal Brauchen Sie Hilfe mit der Kletterausrüstung? Ich bin hier Ich komm schon klar, Colonel Kletterausrüstung Typisch Bürokrat Oh Typisch Bürokrat Haben wir hier noch was? Oh, guck mal hier Haben wir wieder was zum Lesen So Logo von Zencom Datum 5.5.2003 Betrefft Missionsziele der Survey Group An Amt des Directors der CIA Amt des Directors der CIA Die Missionsziele der Survey Group lauten Meine Fresse, Alter Das sind fünf Sätze und nichts gesagt 1. Koordination der Nachrichten, Dienstlichten, Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition 2. Auswertung von Geheimdienstinformationen zu Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personal, Einrichtungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen 3. Organisation und Leitung der Militäreinsätze zur Entdeckung und Sicherstellung der WMD-Lagerstätten im Irak Die Survey Group untersteht in direkter Linie der Zencom und dem Direktor der CIA Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operation Iraqi Freedom sollen bis zum 01.06.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden So, ich bin dafür, dass ich meine Charaktere, meine Texte lese und du liest von deinen Charakteren deine Texte Na dann machen wir gleich weiter mitlesen, wenn du schon so anfängst Ah, Express Overseas Mission abgeschlossen President Bush erklärt Kampfhandlung im Irak für beendet Weg die Buckfeiffer, da unten schon wieder sehr, Alter Manny Sherman hingerichtet Mörder war in den letzten Stunden unkomparativ Das war auch ein Präsident, Alter So, haben wir hier noch? Da ist die Tasse, die für alle fernfotig ist So, vertraulich Einsatz Irak Survey Groups SCP, SCPB Oh, guck mal, ist der SCP Nachrichten betrefft badichten Aktivitäten Sorangebiet Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungshelfer Sorangebiet Da sind eine Menge im Sorangebiet verschwundene Helfer als Yves Pau Gam und Mary Vinay identifiziert Kontaktversuche vor zwei Wochen fehlgeschlagen Helfer ver... Oh! Okay Oh, tot Download fertig Ja, der Download ist fertig Wir konnten uns nicht alles angucken So, Erik, jetzt erstmal dein Porno gucken Mein Download ist fertig Papa, du möchtest nicht gestört werden Du brauchst eine Sozuki Was? 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 Fotosynthese Was hältst du von ihnen? Ich nehme an, du meinst unsere neuen CO? Hat richtig Rückgrat und zeigt es uns auch Aber da muss ja nichts Schlechtes sein Im Gegenteil Wohl eher einen Stock im Arsch Glaub mir, wo wir hingehen Brauchen wir einen, der alles im Griff hat Na, dann schauen wir doch mal Hast du dir schon überlegt, wen du spielen willst davon? Na, ich muss ja... Ich spiele ja schon die Rache King Also du bist... Genau Und wer noch? Salim, Badran, Mandali Ich glaube nicht, dass wir jeden spielen können Oh! Salim Otman, Lieutenant irakische Bohnen, Trocken Was hat er denn noch? Den Geschenk? Okay Anscheinend jemand Geburtstag Bei Toys Irak Sehn! Einer geht! Sehn! Stell dir die Wehren nicht weg Das macht man nicht Macht man nicht Man lässt das die Wehren nicht so rumliegen Man nimmt das immer mit Man hat den immer am Mann So, was steht hier? Lachen nur noch Lachen nur noch Lachen nur noch Lachen nur noch Perfekt Einfach perfekt Okay Herzliche Gewünschen zum Geburtstag Sehn Oder Sehn Mein Sohn wird erwachsen Mit liebe Papa Aha Warte mal Konnt man noch irgendwie was auf der Rückseite sehen? Muss ich doch gleich noch mal kurz Graveln Nicht, oder? Warte Kann man mal rumdrehen? Es tut sich schwer, Mann Oh, ne er legt es einfach weg Okay Obwohl ich gedrückt habe Ist okay Ist okay Was haben wir hier noch? Da vorne liegt noch was? Haben wir hier noch was? Oh, Untersuchung Highgate Highgate Wappen der Highgate University Herr Sain Ottman 112 Badra Mandali Gut Irak 3. März 2003 Bewerbung Nummer J030342 Sehr geehrter Herr Sain Ottman Ihre Bewerbung Um einen Studienplatz an der High Highgate University Im Studiengang Mythologie In Klammern BR Für das akademische Jahr 2003-2004 Wo Äh Wurde Angenommen Das Semester beginnt am 2. September 2003 Für den Antritt des Studienplatzes müssen sie nachfolgende Bedingungen erfüllt werden Andernfalls werden sie dieses Studium nicht antreten dürfen A Abschluss ihres College-Studiums mit dem erwarteten Notendurchschnitt 1,3 B Erteilung eines Studentenvisums für das Vereinigte Königreich Uns ist bewusst, dass die aktuelle weltpolitische Lage ihren Visumantrag und Umzug in das Vereinigte Königreich verkomplizieren könnte Wir möchten ihnen versichern, dass unsere Fakultät ihren Visumantrag nach bestem Vermögen unterstützen wird Seit 120 Jahren hilft die Highgate University talentierten jungen Menschen aus allen Gesellschaftsschichten dabei auf persönlicher Ebene in der akademischen Welt sowie im Arbeitsleben Erfolg zu haben Wir freuen uns darauf, sie auf ihrer Reise zum Erfolg zu begleiten Mit freundlichen Grüßen, Andrew McAllister, Director of Admissions Das ist doch cool Unser Sohn hat ein Stipendium in London Nice Dadi ist nicht verkehrt Was denn da passiert? Warum ist er kaputt? Oh, Mutti ist weggeknickt worden Das ist nicht so gut Das ist nicht so gut Ja vor allem auch, weil es kaputt ist, der blöde Rahmen Na vielleicht hat irgendwer nicht Also der Rest der Wohnung sieht ja noch relativ gut aus Die Kissen sind ein bisschen durcheinander Aber sieht auf jeden Fall erstmal nicht schlecht aus, war? Also Küche ist lustikal, aber gefällt mir irgendwie Die Sitzecke fand ich jetzt auch nicht schlecht Wie sieht das? Das ist eine reine Waschküche hier, schau mal an Ach guck mal Schön, schön Also so haben wahrscheinlich wenige Häuser ausgesehen Im Irak Schon wahrscheinlich etwas Wohlhabender Ja das stimmt Na guck mal, hat da sogar eine an der Wand Hier Great Britain dran Schau mal Hat er sich schon vorbereitet Was sind denn das für Symbole da unten? Eine Katze? Ja, weiß ich auch nicht Ach guck mal, Loch Ness So, ja Jensen Mythen wollte da abgehen oder weiter Schön Mit Stonehenge war das eh noch, oder? Stimmt So, was haben wir hier noch? So, man sollte bei seinem Sohn nie zu sehr in seinem Zimmer rumsuchen Der Wies, was machen? Mesopotamische Mythologie Antike mesopotamische Mythologie, Doktor Was? Shafi Shafi Amanant Amanant Ah Oh, können wir sogar aufmachen Jetzt geht's ja hier los Was? Was? Achso, erlaubt immer noch andere Legenden Der Himmel war kein Ort für Sterbliche Die Sumerer glaubten, dass der Himmel aus einer Konstellation von Gewölben bestand die alle aus verschiedenen wertvollen Steinen gehauen waren Das äußerste Gewölbe verkörperte Was? Verkörperte An Den Gott des Himmels Ach, das ist ein Name An Okay Das mittlere Gewölbe war die Heimatstadt der Götter des Himmels und das niedrigste Gewölbe beherbergte die Sterne Die Anzahl der Gewölbe schwankte zwischen 3 und 7 Der Zahl 7 selbst werden magische Eigenschaften zugesprochen und sie taucht in der mesopotamischen Mythologie häufig auf 7 Dämonen, 7 Throne, 7 Geister und 7 Tore zur Unterwelt Die Sumerer ordneten jedem Stern und Planeten eine eigene Gottheit zu Utu war der Sonnengott Nana, später auch Zuan oder Sin genannt, war der Mondgott Nergal wurde mit dem Planeten Mars verbunden Nabu mit Merkur Marduk mit Jupiter Inanan, nee, Inanna mit Venus und Ninurta mit Saturn So war der Himmel wahrscheinlich die Heimatstadt der Göttlichen und die Erde zu ihren Füßen ward den Menschen gegeben Diese Weltanschauung zufolge konnte keine Seele himmelswärts reisen Stattdessen waren die Menschen selbst im Tode noch an die irdische Sphäre gebunden Es ist nicht erstaunlich, dass die Sumerer zu den ersten Astronomen der Geschichte zählten Sie zeichneten die Position von Sternen auf, benannten Planeten und sagten die Bewegung von Konstellationen voraus Die überlieferten Aufzeichnungen aus jener Zeit sind nicht vollständig Dennoch ist heutzutage die Annahme weit vorbereitet, dass die Entdeckung der mesopotamischen Astronomen in der westlichen Welt übernommen wurde und als Grundlage für die klassische Himmelskarte der Griechen dient Schau, schau Nicht schlecht So Wollen wir hier nochmal ein bisschen in der Sockenkiste rum? Ne, aber da, da fummelt man lieber nicht rum Lauf, klick nicht unterm Bett nach Ja doch, da muss er jetzt noch eine Kiste hervorholen mit Ähm, ähm, was ist da drinnen? Oh, Rob, wie ihr sehn, Tanny What? Was kann ich jetzt machen? Uhren oder was? Ja, Abel War der geklaut? Wahrscheinlich Hallo Äh, hallo, ich bin Salim Salim? Salim Garkun Abu Zehn Regeat? Ja, ich hab was für ihn Nein, 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 ich hab was für ihn Geheat Ah Lamahergah Ebba'atuhli Hallent Ta'ra'ra, t'l olit Ayyywat Ebba'duhuli lau somat Savon Hm Wollte mich mal interessieren ob das jetzt halt wirklich irakisch war Wahrscheinlich war, warum sollen sie jetzt da irgendwie irgendwie unternommen Ja, ja, Dini Die Sprache jetzt Authentisches für den Irak. Geh rum! Ok, dann. Befehl aus Befehl. Er steht gleich in das Intro von Modern Warfare über. Aber jetzt kommt wieder Eric. Ami ist jetzt Militär und schon setzt fette Rockmusik ein. Das ist mal so ein Jason. Wer auch immer Jason ist. Vielen Dank. Wir sehen uns nach der Mission. Alle Rufzeichen. Funkstelle einhalten. Coyote 2 out. Okay. Ihren Katz. Mulsping. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemeint? Warum erzählst du es mir nicht? Beide schlucken Marines. Nicht übel, Kleiner. Hör mal. Deine Mutter ist so heiß. Beim Telefonsex mit ihr habe ich eine Ohrenentzündung gekriegt. Oh man. Wie lange hattest du den parat? Was gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Ja aber. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Hey. Ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Der macht da eine schöne Welle, wa? Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer? Hoffentlich. Sie sind ziemlich eifersüchtig. Oh Rachel. Was ist nicht noch vorhin? Der Vorgesetzte von Ihnen hier? Was gibt's dazu nach? Sergeant K, ich will exakt alle vier Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, wirst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle vier Stunden. Ja, Jason darfst du wieder spielen. Jo, ich sag mal besorgt. Alles gut Kumpel. Hey. Alles gut? Ja, alles gut. Was geht dir durch den Kopf? Ich muss nur was verarbeiten, Mann. Alles gut. Ich komm klar. Ich steh dir bei. Verständnisvoll. Ich steh dir bei, Nicky. Egal was kommt. Nicky. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fee. Semper Fee. Semper Fee? Was ist das? Ein Pfadfinder-Motto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Als ob sie davon nie gehört hätte. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Was? Naja, kann sein. Aber ich finde, warum was riskieren? Ich nehme mal schön nach vorn. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Und ich schwöre bei Gott, wir schaffen das. Du sagst es Bruder. Hurra! Hurra! Warum sehen eigentlich nur so zweieinhalb Leute wie Soldaten aus und der Rest ist irgendwie so wie Hobby-Vicked-Warriors irgendwie? Also... Keiner, hallo. Keiner, hallo. Keiner, hallo. Keiner, hallo. Oh, guck mal hier. Wird beobachtet. Naja... Oh, der Generalfeld höchstpersönlich. Ah... Jason, Landzone. Hey, Joey! Warum zur Hölle hast du das getan? Hahaha. Hat der jetzt gerade... Ja. Okay. Hahaha. So'n Arsch. So'n Arsch. Hat der jetzt gerade... So'n Arsch. Und wir haben uns nicht geordnet. So, die wurden gewarnt. Erworte Befehle! Ausschweren, nicht schießen. Also vorsichtig, oder was? Ja, vorsichtig. Ausschweren, nicht schießen! Keine unnütze Gewalt! Aber die wurden gewarnt. Also wenn so ein Helikopter da irgendwie ankommt? Ja, ich bin der Amerikan! Wir sind die Amerikaner. Sie sind nicht auf dem Weg. Sie sind nicht auf dem Weg. Runter! Runter! Auf den Boden! Los! Hände auf den Runden! Ei, ei, ei. Da geht doch gleich was los. Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen. LZ heißt Landezone. Warum haben die... Warum haben die immer noch die Gasmasken auf? Sollen reinfallen. Die Leute hier sind nicht der Feind. Es sind nur Hirten. Lieutenant Kolchek, Lagebericht bitte. Keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Hof ist gesichert und Gefangene werden verhört. Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt? Was soll das heißen, Lieutenant? Wir finden es, Sir. Wir haben noch nicht alles durchsucht. Wir finden es, Sir. Wenn wir zurück sind, will ich einen Bericht, warum es so lange gedauert hat, den Hof zu sichern. Aye, Sir. Diese Panne könnte irakische Aufständische gewarnt haben. Ich bin enttäuscht, Lieutenant. Nur keine Sorge, Colonel. Mein Team wird mit allem fertig. Ist das so, Lieutenant? Piss ich mir jetzt hier selbst ans Spiel, oder? Ja, also... Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese, äh, berühmte weibliche Intuition? Ja, willst du sehen, was passiert, wenn sie wütend wird? Halt still. Ich durchsuche dich. Ich stürz. Verhören jetzt. Ach du Scheiße. Ja. Hier über viele, ma'am ungeduldig. Ja. Ihre Befehle, ma'am? Warten Sie. Ich mach das. Has alak morra fanya. Ben mekan el ma'zan. Shit, was ist das? Eine Art Götterbild. Vielleicht heidnisch. Eda. Hadara vor Urayim. Oh oh. So gierig. Au. Was zum Teufel. Ich weiß nicht, ob das gut war. Wo du keinen hin? Das reicht mir jetzt. Corporal. Bewachen Sie die Gefangenen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so effektiv ist irgendwie, dass, äh, quasi, nicht falsch verstehen wir jetzt irgendwie, dass eine Frau diese Befragung durchführt. In dieser Region. Also. Ja, deswegen. Die Händscherle, dass ein Mann sich da, glaub ich, offenbart, irgendwie ist, glaub ich, sehr gering. Irgendwie. In dieser... In dieser... Wie nennt man's denn vorsichtig irgendwie? Äh... In dieser Region? Sagen wir mal so. Glaubensausrichtung. Okay. Sag schon, wo ist das Depot? Wett war das jetzt? Wett war das jetzt? In diesem Land trägt jeder Waffen. Klatsch. Also ich geh mal davon aus, du wolltest ihm jetzt bestimmt auch eine, ne? Das reicht, Lieutenant. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Ich hab alles im Griff. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Ähm. 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 Bewachen Sie den hier gut. Mhm. Gibt's sonst noch was Schöne zu sehen? Ne, ich kann auch nur irgendwo richtig hin. Oh, da. Gibt's noch was? Ah. Eine Steinplatte. Schön. Oh je. Oh. Oh. Äh. Okay. Sie hat, hat ihn entwaffnet. Okay. Interessant. Hm. Ähm. Hm. Okay. Aber wieso? Warum? Achso, und hier waren wir ja gerade, ne? Genau. Äh. Dann müssen wir hier lang. Oh. Traktor. Träger fahren. Los, Träger fahren. Der Eingang zum Depot. Jetzt mal ein bisschen Grand Theft Irak spielen. Oh. Ah, da ist noch was. Ich denke mal mit jemandem Quackle. Warte mal, da ist doch bestimmt... Komm ich hier rein? Da auf der Kiste liegt da auch noch was. Meinst du? Geschlecht, ja. Hier ist gar nichts. Hast du was zu sagen, Sergeant? Sieh dir den Boden an. Was siehst du? N' Scheiß. Wenn der Depot ist, wo sind die Spuren? Nein. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Sein geliebtes Kalos liegt voll daneben. Wir haben Befehle, Sergeant. Die Suche geht weiter. Hi, Sir. Ah, hi, Sir. Kannst du ins Haus rein? Ähm. Mal kurz gucken. Ja klar, musst ja wahr, weil hier sind ja die anderen. Ah, die Kamera ist aber ein bisschen... Glühbirne. Klingt so die Glühbirne anzuhören. Ah, guck mal hier. Guck mal hier. Ein Haufen Gasmasken hier. Aber gut. Gasmasken würde auch keiner sagen, der bei der Armee ist. Äh. Bin ich hier? Äh, ich... Also die Steuerung, muss ich sagen, ist ein bisschen... Schwerfällig. Die sind wühlungsbedürftig. Ja, war auch schon, äh, in den anderen Teilen davor so. So, jetzt die nächste Befragung und wieder keine Antworten. Ja, mach nicht einfach irgendwann auf, Alter. Ja, das stimmt. Das ist Heroin. Tja, das wird ja immer besser hier. Diese Typen sind normale Verbrecher. Was hat sich Eric bloß gedacht? Ich will, dass ihr hier alles auf den Kopf steht. Ja, ich will, dass ihr ein Applaus ist. Ouh. Black Hawk Down, Black Hawk Down. Wow. Oh, fuck. Contacte da. Ah. Aiii. Aua. Runter, runter! So, warte mal, ganz kurz. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Falls das jetzt zu einem... Also, geh mal davon aus, ich werde jetzt auch gleich schießen müssen. Äh, soll ich diejenigen denn auch erschießen oder auch nicht? Oder sagst du, brüllst du kurz rein? Weil das ist ja dein Charakter. Was willst du denn ausdiskutieren mit den Typen? Knall die ab, Alter! Was ist los? Wir sind doch in der Schuss, Alter! Okay! Okay! Komm und tot, Junge! Komm, gib mal alles! Okay! Hau mal raus, die Mummel! Äh, äh, wo ist das? Äh, ich hab doch gerade... Kannst du mich schießen! Ich wollte! Oh! Nein! Fuck! Ich war doch schon drauf! 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 Ach, da ist jetzt hier... Äh, mein Charakter dabei, wa? Der Vatermann bei, ja! Der ist Salim! Nichts, ey. Scheißhalle.. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Viss! was ist denn das bei jedem Schuss? Aber, nein... Dann werft doch eine Granate rüber. Wen hast du? Wir werden massakriert. Ist WP jetzt genehmigt? Na? Negativ. Negativ. Nur zum Raucherzeugen. Ich halte sie auf. Schon mal sehen, wie was Phosphor anrichtet, irgendwie. Oh, jetzt hat er fast geschlafen. Boom, schön flankierend. Und hau! Verdammt! Ich hab noch getroffen? Rot! Rad meinte ich. Granate! Ouh, coole Nummer. Nicht schlecht gemacht. Ultraschmerzer für den Angeschossen, aber... Ab in Schuss, alter. Lügner. Ah, fuck, alter. Wann er sich zum Hubschrauber umgedreht hat? Wann er sich zum Hubschrauber umgedreht hat? Ah, Dennis ist tot. Scheiße. Ich glaub aber nicht, dass wir den gespielt haben. Oder hätt... Nee. Verdammt! Verdammt! Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2! Wir stehen unter schweren Beschuss! Ziehen sind zur Entschuldigung! Oh, ho, 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 ho! Dass er sich auch noch Dropkick nimmt! Wird es noch schlimmer? Oh, krall! Was? Erdbeben! Ach du Scheiße! Hö! Auf den Boden, sonst lasse ich dir deine verdammte Birne weg! Dann steht er hier rum, wie, wie so ne Nase. Nicht schießen. Was? Warum nicht? Nicht schießen. Er ist ein Hirte. Oder im schlimmsten Fall eine Heroin. Die da, auf die Schüsse. Ja, weil er unbewaffnet war, sagste. Und nicht im Rücken. Ja. Ist es Salim? Hm. Okay. Was passiert? Wo? Ah! Ah! Rachel! 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 Ich dachte, er wär so'n... Ja, ich dachte auch, dass er ein bisschen tougher ist, aber... Die Sonnenbrille hat getäuscht. Die Sonnenbrille hat getäuscht! Oh! Schön in den Maul fallen. Das ist nicht... Oh! Das ist nicht gut! Ai, 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 ai. Oh! Oh! Fuck! Shit! Ah! Oh! Oh! Scheiße! Maul, in your phone. Mervyn? Jason? Oh! Schau'n. Schön gucken... Find deines Verbündeten... Finde Jason. Okay. Äh, rumgucken, na, dann schauen wir doch mal an. So! Nicht wundern, ihr Lieben irgendwie, dass wir jetzt bisschen anders aussehen irgendwie. Äh, die letzte Aufnahme ist ähm... Zwei Monate eher. Es ist ein tiefes Loch, wir sind zwei Monate eh fallen irgendwie, deswegen wiesehen wir jetzt eigentlich schon wieder anders aus. Ne, manchmal ist es halt so Produktions-Session, da geht es nicht anders Aber, dennoch geschnackert Legen wir was So, Benni, denn erkunden wir die Höhle Na, dann erkunden wir mal die Höhle Ich kann hier mit was? LB, Taschenlampe und dann Ah, okay, guck mal Kann ich Taschenlampe an, Taschenlampe aus Das ist verrückt Ja, mal, schon halt ein neuerer Shooter Jetzt hier, kann man schon mal Taschenlampe an und ausmachen Aber, wie gesagt Also, die Grafik ist halt schon Wirklich Deluxe Ja, ich bin gleich da Ich komme Okay Gott Das ist ja hier wieder hoch Sag mal, hat es hier gebrannt? Das sieht so verkohlt an den Wänden so aus Na ja, nö Wahrscheinlich hast du halt ne andere Mineralisierung Innerhalb des Steins Was war das? Das war so ein freches Mineral Jetzt da ist der Sandstein Das ist der Granitstein Das ist ja manchmal so ein bisschen blöd gezogen Aber, what the hell war das? So, hier ist wahrscheinlich Unser Kamerad durchgefallen Okay Warum ist er denn nicht einfach hier geblieben? Okay Ach du Scheiße Ich würde mal ja einen schnellen Funkspruch an deine Kumpels abgeben Oder wirks mal rufen Ja, kann ich ja nicht Guck mal, was ich machen kann, ist das Taschenlampe an Taschenlampe aus Ja, würde ich vielleicht nicht so machen Lass mal ruhig an Ne, aber theoretisch Wenn du jetzt vorläufst Irgendwie Würde ich doch meinen Kameraden Die da vorne irgendwo Jason Wie sie alle heißen Irgendwie sagen Ey, Leute Vorsicht Hier ist irgendwas unten Gefahr Ja Stellung Wo sind wir denn hier jetzt? Ist das Wahrscheinlich der Tempel Was ist das hier? Ach, stimmt Ist der Tempel des High Five Ja, gibt es erstmal ein epischer Tor-High Five Guck mal War das Jason? Willst du es, Nick? Nee Was haben wir denn hier? Oh, in Gottes Namen sind wir gelandet Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Merivek anfordern Hier gibt es kein Waffendepot, dafür gibt es hier aber jede Menge Iraker Ja Nick? Hirten, haben wir schon festgestellt da oben Sergeant Kay Reiß dich zusammen Augen auf Äh Wer spielst du den oder spiel ich den? Äh, den hast du gespielt Den spielst du Den hast du ja auch schon in Äh, äh, äh Man of Mienen gespielt Stimmt Habt was gesehen Ey, ich sag ihm erstmal, dass wir was gesehen haben Was meinst du, was du gesehen? Es sah nicht menschlich aus Das kann man aber auch nochmal erzählen Hätte im Hubschrauber bleiben sollen Verdammt, hab's gewusst, du warst noch nicht einsatzbereit Ich schwör bei Gott Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören Du reißt dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst Du musst mir glauben Nein, glaub du mir, Sergeant Du hast nichts gesehen Ähm Na, bist du die Stimme der Vernunft? Oder hast du was zu tun? Nein, hier, das stimmt nicht Ich bin englisch Das stimmt fast nicht Das spürst du auch? Das Einzige, was ich fühle, ist, dass du mir das Leben schwer machst Ja, es hat sich wirklich heftig in so einer Situation, irgendwie die Nerven zu verlieren Hast du sowas schon mal gesehen? Was ist das hier bloß? Okay Okay, also dann gehen wir erstmal hier ein bisschen erkunden, ja Was ist das? War nie gut in die Geschichte Vielleicht finden wir noch was? Ein Zettel? Ein Brief? Ein Stein? Ein Hinweis? Irgendwas? Ehm, ein Schatz? Weiß nicht, ein Schatz Nein, dein Schatz Was soll ich fühlen? Weiß nicht, irgendwas Ich weiß nicht Guck mal hier Oh, eine Tür, warte mal Was ist eine Tür? Okay, da wollen wir vielleicht noch nicht hin Ja, tatsächlich, ne Kann jetzt auch wieder Oh Okay Wie ich so versuche, über die Treppe zu gucken Aber das sieht nach dem Bild aus, Benni Das sieht nach dem Bild aus Oh, ja stimmt Warte mal, jetzt müssen wir uns ja mal genauer angucken Ah, na hier, hör mal Äh, ja Irgendwie ist irgendwo einer reingefallen Irgendwie Ich kann aber noch Jason hier sehen Der hinterher geguckt hat Aber das sah eher wie eine Wand aus Wo er durchgeguckt hat Kann das sein? Ja, wie als ob jemand dahinter ist Und durch ein Loch durchguckt Also wo er so Durch ein Loch gezogen wurde Ja Wo ist das? So, ja Das geht doch nicht über so eine antike Steintafel Die dir die Zukunft verrät Ja, na denn Wurde ich sagen Wir haben ja dann nur noch die Tür eigentlich vor uns Leider Die Tür Dann gehen wir mal durch Gucken, was uns denn da erwartet Jetzt du es, Nick Ah, ja, man kann ruhig mithelfen Nee Das ist schwerer, als es aussieht Hilf mal Könnte hier Hilfe brauchen Hast wohl lange nicht trainiert Aber selber kriegt das alleine auch nicht auf Das ist Mervin Das ist Mervin Mann, ich versuch's doch Hör endlich mal auf zu zappeln Schnell, er verblutet Wir müssen ihn schnell befreien Halt durch, Kumpel Wir helfen dir Schneid dir Draht oder was? Nick, ich brauch dich hier Schneid dir Draht auf Oh, da haben wir nicht den Kien Schneid den Draht durch Mit dem Messer Oh, verdammt, er ist am Arsch Ich kann dich hören, weißt du Du überstehst das, Bruder Halt durch Das sind sie glaubwürdig jetzt Steht sich Verheilt euch mal Wir machen das Du stehst wach Wach? Weswegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Okay Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Clarice? Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr Oh, Decke Man nimmt sich doch an den scheiß Rucksack Bericht weiter, nicht am Arm Rucksack Er verblutet Wir müssen das verarzen Du weißt denn, da verarzen Du weißt du, wer wird sie schaffen Do it Scheiße Willst du die Wahl teilen, oder nicht? Ich brücke es einfach aus Ungeladen Mann, es sieht übel aus Passt auch, dass der Pettis zu uns Hör Ja, bleib dich still Das ist ja gut Versteckst du ihn jetzt? Das sieht so aus Das sieht so aus wie noch Nase mit zugehalten Lass los, Mann, du bringst ihn doch hoch Ja, nun Jacke drin Lass mich nicht allein, Nick Nick, du bringst ihn um War das jetzt richtig, was stimmt, oder nicht? Er hat keinen Puls Er hat keinen gottverdammten Puls Unmöglich Ich weiß ihn nicht Er ist tot, Nick Mervin ist tot Scheiße Er dich Quicktail verkacken soll? Oh, scheiße Wir brauchen ja keine Monster, die uns umlegen Das schaffen wir ganz alleine Oh, scheibenkleister Und gleich weg geht's oben, bestimmt Oh, schade Klassiker, Klassiker Okay Also, ich bin jetzt mal ein Penner Und sage irgendwie Ich weiß, aber Ich bin nicht böse, dass sie die Glaris erwischt hat Weil die hat mich schon In Little Hobie nervt mit ihrer Stimme Es muss nicht heißen, weil sie weg ist Dass sie wirklich weg ist Lass mich mal die Da fällt mir ein, weil er doch nicht nur Hürten darf Wie gesagt, zwei Monate Sorry Captain Zift Dar Is er der Tismani Anna Chire Fiff 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 Achis Fiff 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 Auf Fiff 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 Wann Lo 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 Hat der auch ne Taschenabend? Ja! So rumbrüchen? Ja, weil das doch... Das ist dann halt wirklich mit Kontakten da unten. Militärtunnel, ja. Was? Mir nicht vorstellt. Na, sei nur die Klappsparten abschoffen. Erkenne ich sofort. So ein... Militärtunnel. Aber gut, ist ja klar, was er denkt. Sind wir... Also... So, das ist jetzt noch mal. Ich kann nicht mehr. Oh, da blinkt etwas. Ja... Und da hinten müsste irgendwas auch sein. Also hinter dieser... hinter dieser Statue. Oh! Oh! Ähm... Ist das der Gani? Oh Gott, guck mal da unten. Aber ist doch Gani hier, oder? Ist das Gani? Naja... Hier... Was denn mit mir heißt. Der Asiate. Nee. The faceless soldier. Mein Freund, ne? Warum ist denn eigentlich hier so ein Mauszeiger die ganze Zeit? Da? Ich sehe den nicht. Ich hab da gerade einen gehabt. Ja, die haben sie da... War jetzt ein Ami, ne? Oder was? Oder war das? Nee, nee, das war ein Ami. Da haben sie auf jeden Fall... Haben sie da gut auseinander? Nein, um alle. Ja, und dann ist auch schon ein Teil... Irgendwie hier runtergeschliffen. Schau's mal an. Die ganze Spur... Ist da einfach so nach unten durch... Nee. Oder er ist hochgeschliffen worden. Kann ja bloß sagen. Er ist ja gleich jetzt hochgeschliffen worden. Woa... Oh... Echt? Warum? Okay. Häh! Ahhhh! Wann du denn jetzt noch verbinden? Diese Super-die-Ruinen-Folge der Blutspur... Klar! Ich wollte ihn auch ohne Taschenlampe. Ich hab nichts mehr. Oh doch, was? Doch, wir haben ein Feuerzeug! Ein Feuerzeug! Kann ich jetzt hier hinten auch was... Aber wirft es nicht gleich weg... Wie Kalaschnikow. Kann ich Enten noch irgendwo... Oh Gott, ich sehe nichts. Ich gehe jetzt noch mal runter oder was? Okay, wir gehen wieder zurück, ist mir egal. Ja. Hm, vertraute Geräusche. Ne, ne, ne. Obacht Salim. Oh, passe. Kleiner. Hm. Was ist das? Achso, Feuerzeug. Oha. Siehst du diese Kratschspuren an den Wänden? Die sehen nicht so... gut aus. Oh. Vorhin... Ist schon ne Menge Nischen da. Oh ja. Sollten wir mal hier... Oh Gott, ich kann ja auch noch hier reingehen. No. Geht's hier noch irgendwie weiter? Ne. Die Steuerung, die Steuerung ist wieder... Ultra Deluxe. Ja, die war halt in den anderen Teilen auch schon sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. Ja, aber... Es finde ich ein kleiner Manko. Mhm. Also man, man kommt aber rin. Also... Ja, das geht. Das sagt der, der jeden Quicktime verkackt hat. Man kommt rin. Ach, das mit den Wänden, das macht mir ein bisschen... Angst? Ja... Das sollte es auch. Hallo. Hallo. Äh... Oh, warte mal. Können wir mal hoch? An der Decke? Na ne. Ne, okay. War gut aus. Guter Hinweis. Ich denke, das wurde uns jetzt ganz kalt erwischt. Oh ja. Alter. Stopp! Du bist da! Oh, warte mal. Da hat was, äh, rechts von dir. Ach so, das ist die Tür, ne? Die Glas. Ja. Ach du Schander. Könnte ich durchgehen? Die Geräusche. Ist da? Kannst du mal da so... Ach du Sch... Nein, hier geht's auch noch weiter. Echt, du kannst da rein? Hör mal rein. Ne. Geht nicht. Zuschütteter. Das ist da. Kannst du mal da so... Okay. Ist okay. Oh, ihr seht gefährlich aus. Geh mal rein. Bester Wingman ever. Ach, super, ja. Oh, er zieht's alleine auf. Er kriegt's hin. Seinen Witz los machen. Wie viele Amis brauchst du... Wie viele Amis brauchst du, um ne Schuh aufzumachen? Zwei. Nein, nein, nein. Gott. Ah, gib mal den Iraker. Nimm sie! Auf was soll ich denn schießen, bitte? Ich seh doch nix... Obwohl immer schwierig ist, wenn man Waffen aufnimmt. In der Dark Ethology. Haha. Ich hab eigentlich nicht jötet. Das stimmt. Ah, du bist mutig. Ah, Salim ist mutig. Move und überschätzt. Schnallen ab, Mann! Schnallen ab, bloß! Nein, weg! Nice Headshots. Wundert mit der Hürden für Salim auch kein Problem. Ja, und wo wir jetzt sind? Ja, und wo wir jetzt sind? Ah... Ah... Okay. Okay. Cool. Cool. Wäre ich vielleicht nicht zu früh? Ah... 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 Und... Wesker und... Äh... Rachel. Ja! Eric! Eric! Oh, Traum, Alter. Mit einer Ex-Frau hat unsere Höhle angesperrt. Na, für ihn ist es doch super gewesen. So, was sagst du? Ach so, äh... 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 Wo sind die Marines? Da bin ich ungeduldig. Wo sind die Marines? Weiß nicht. Es ging zu schnell. Der Boden hat mich verschluckt. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hm. Hier geht's vielleicht raus. Weiß nicht. Ja, da bin ich sachlich. Wir haben keine Wahl. Ich will ja Wesker als Arschloch spielen. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Sofort. Seit wann kommandierst du so rum? Das ist ja auch zu meinem Job. Ich bin dein Vorsitzender. Karabiner Schling, Seillicht. Scheiße. Hi, was? Okay. Karabiner Sch... Okay. Karabiner Schling, Seillicht, Scheiße. Okay. Dann los. Alles vorhanden. Check. Das ist schön. Das ist ein guter Packter Rucksack. Wir haben Stuhl bei. Toll. Da geht's steil runter ins Nichts. Naja, dann. Wir haben Seil. Hier. Ein Luftzug. Ich bin für Klettern. Gibt es jetzt eine Entscheidung? Klettern oder nicht klettern? Wie bitte? Feuerzeug. Äh, nein. Das habe ich im Stützpunkt gefunden. Klassiker. Ja. Muss man aber quasi als Nichtraucher... Darf man kein Feuerzeug mit haben, oder wie? Ja, als Soldat bin ich so an der Meinung irgendwie, dass man eben bei Hamz sollte, ne? Dass du ja ein Raucher bist. Aber, ja, wenn es ja nicht war, jeder von uns ist ja schon mal in die Situation gekommen, dass Mutti und Opi damals irgendwie ein 8-Jähriger... Vermisst du das ganze Feuerzeug in deiner Tasche? Genau. Äh, das würde dir gefallen, was? Ich bin jetzt mal ein richtiger Arsch mit ihm. Das würde dir gefallen, was? Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Du bist schon seit meiner Ankunft sauer. Echt, Eric? Das jetzt? Du meinst, ich sehe es nicht? Das steht doch in deinem Gesicht. Nach der Mission können wir gerne über deine Unsicherheiten sprechen, aber reiß dich jetzt bitte zusammen. Was? Ja, das Blöde ist halt natürlich, dass er trotzdem immer noch so ein bisschen einknickt und dann so ein bisschen rumkuscht und sagt so, ich finde dich aber noch so toll. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Okay. Also nur mal so hypothetisch. Frage für einen Freund. Kann man auf sie schießen? Weil ich mich verloren fühle. Ich glaube ich kann eins sind. Ich glaube, so kann ich gar nicht. Ich glaube nicht. Äh, zählt immer drin vorbei, ne? Jetzt ist die große Frage. Sollen wir in diesen wunderschönen Raum gehen, den wir da sehen? Oder möchtest du gerne hier kurz einen Abstecher nach rechts machen? Dann würde ich mal einen Abstecher machen. Also sie sieht ja so aus, als wenn sie den Raum will. Ja. Und ja, ich habe halt immer noch ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch kleine Hinweise finden. Irgendwie in diesen kleinen, nicht so präsent gehaltenen Nischen. Ah! Okay. Als hättest du es gewusst. Als, oh hier, Pfeil und Bogen totgeschossen. Oh! Okay. Okay. Also wir waren klettern und sind abgestürzt. Rachel ist abgestürzt irgendwie und Podi fehlt. Ja, aber, aber sie war doch mit jemandem verbunden, oder? Beim Klettern? Also, der Sicherungsmann, Frau, keine Ahnung. Äh, sie hat dann auch abgestürzt. Naja. Muss nicht. Also wenn einer oben steht und nicht runterlässt, heißt ja nicht, dass er da mit dranhängt. Also man hat jetzt, ich habe jetzt nicht zwei Leute gesehen. Ich habe jetzt nur Rachel tatsächlich war ich noch. Schuhe bitte. Rakel. Rakel? Rakel? Na, Rakel. So, hier hinten jetzt bestimmt noch mal waschen, oder? Ja, das sind da so einen schönen Verstecker Nischen. Ja, aber da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. So. Gott. Das sieht aber auch alles sehr fragil aus irgendwie. So links und rechts. Ich glaube nicht, dass das von einem Statiker abgenommen worden ist. Kann man da meine Dean mal irgendwie rüberschicken? Würdest du jetzt hier wirklich auch selber eigentlich runtergehen? Ich meine, du hast ja wahrscheinlich gar keine andere Möglichkeit, weil es ist halt Sackgasse. Geht nur in eine Richtung. Tatsächlich bleibt ja erstmal keine andere Wahl, ja, irgendwie. Mh. 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 Ach je. Ich würde jetzt zum Beispiel, genau, um die Tür rum. Geh mal beiseite, du Lappen, halt. Lass mal Mama ran. Mh. 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 ja. Toll. Pasuzu. Äh, auch zum ersten Mal. Und ich bin Horrorfilm-Fan. Ja. Pasuzu. Kennt ihr Pasuzu? Leute, haut's mal in die Kommentare, wenn ihr einen Film oder ein Spiel mit Pasuzu kennt. Kriegen wir die auf? Schade. So, weil ich hier vorne blinte noch was, genau, da hinten. Ähm, ich geh mal davon aus, wir müssen uns wahrscheinlich abseilen. Mal mit einem Seil herunterlassen. Schon klar, schon klar. Meine Güte. Oder auch nicht. Kann ich einfach nur gucken. Hörst du den Klicker? Sag mal, gibt's nicht einen Film? War das nicht bei... Also... Vielleicht... Vielleicht teute ich mich auch da. Aber war nicht dieses Klicken und Klacken auch bei Alien? Nee, das ist Predator, was du meinst. Und das hört sich aber eher nach den Klickern aus The Last of Us an. Daher kenn ich das jetzt. Ich hab die ganze Zeit überlegt, dieser Sound kommt mir so bekannt vor. Wenn ihr den nicht kennt, ploppt jetzt oben einen Link auf. Hast du das gehört? Sensationellet Let's Play von Berlin. Nein, gar nicht. The Last of Us Part 2. Ich dachte da unten wär was. Gebt's euch. Nach dem Video. Kann doch Saliv gewesen sein, ne? Ja. Kannst du irgendwas sehen? Ach so, ich hab Saliv verstanden. Nee, Saliv. Dass der da gerade geschossen hat, irgendwie. Kommt's dir sicher vor? Wir haben keine Wahl. Hol das Seil. Es geht runter. Wo geht sie hin? Hat sie nicht das Seil im Rucksack? Wollte ich auch gerade fragen. War doch im Rucksack doch nicht. Ah, es ist cool inszeniert. Wirklich. Mit der Musik zusammen. Schon cool. Hehe. Nice. Wenn man sich vorstellt, dass es wirklich so ne Tempel gab. Wie die erbauten wurden damals. Krass. Ja. Mit vielen Sklaven. Ja, gut. Warte ich nicht. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Verdammt. Kerlis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Jetzt. Du. Nö. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Ich lerne was draus. Ich werde mich beim Neuprogrammieren noch mehr bemühen. Kerlis wird stärker denn je. Du glaubst ich schaff's nicht? Glaubst du nicht an mich? Komm, mach mal selbstbewusst. Das ganze Grübeln bringt nichts. Das ganze Grübeln bringt nichts. Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren hier rauszukommen. Genau. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Haben die beiden eigentlich Waffen? Ähm. Also eher. Ihm hat bloß ein Messer gesehen. Aber. Archäologie zeugs aus. Sie hat eine Pistole. Diese Ruine wurde untersucht. Oder ist sie leer? Die Landen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Mhm. Oder auch andere Sachen. Glaubst du, der geht noch? Glaubst du, der geht noch? Ja. Ja. Bestimmt. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal's. Braucht nur Benzin. Bring den Generator zum Laufen. Find den Benzin. Ja, ist klar. Wo du auch bist, Nick. Pass auf dich auf. Hier bitte. Nimm mal mit, das Ding. Hast du was gesagt? Nein. Nichts. Schöne stationierende Rettling, Alter. Eric, schau mal hier. Was macht denn Maschinengewehr hier? Ja. Es ist aus dem zweiten Weltkrieg. Aus der Zeit, als die Archäologen hier waren. Krass. Was zum Teufel war hier los? Alter. Alles. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Tja. An alle, hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over. Hier spricht King. Ja, da unten hast du keinen Empfang, würde ich sagen. Was sind wir hier? Oh, ein neues Dokument. Der Fluch von Akkad. Von Aline? 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 Was? Ich glaube Aline. Aline Jornon. Jornon. Machen wir Französisch. Gelehrte brachten den Fluch von Akkad als Fiktion. Eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Laune der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutete jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendete sich der Gott Enlil gegen König Naramsin von Akkad. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antwort, aber nach sieben Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naramsin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil der tosende Sturm der Götter gegen Naramsin wendet und die... Hallo? Ah, okay. Mein Mikro ist wieder... Ja, ja, mein Mikro ist wieder da. War gerade kurz weg. Wir haben Benni verloren. Er war wirklich gerade kurz weg. Ich habe noch so weiter gesprochen und denke mir, warum höre ich nichts mehr? Aber okay. Äh... Fangen wir an bei... Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil der tosende Sturm die Götter gegen Naramsin wendet und die Gutea entsendet, um Akkad zum Erdbeben gleich zu machen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Das sind aber auch heute wieder Namen hier zum Vorlesen. Wer ist denn Enlil und Naramsin? Tja, das kenne ich mich leider mit sumerischer Geschichte nicht so aus. Aha, okay. Da kann ich, muss ich passen. Ein Diefen zählt. Ein Diefen zählt. Ein Diefen zählt. Ein Diefen zählt. Ich sehe nichts. Ja, ich sehe auch nichts. Was ist hier? Oh. Guck mal. Oh. Zur Sprengung vorbereitet. Fuck. Das gäbe ein schönes Feuerwerk. Ei, ei, ei. Ob wir das am Ende noch zünden müssen? Hier spricht King. An alle. Hört ihr mich? Over. Aber wieso noch eigentlich Benzin? Da hinten haben wir noch was. Ich möchte aber auch hier vorne was. Aber auf jeden Fall ist ja schon mal eine Pistole in der Hand. Das ist schon mal nicht schlecht. Wo sie du immer her hat jetzt. Aber warum? Ne, ein Dynamit. Sieh dich mal um. Das ergibt null Sinn. Ja, aber ich kann mich nicht so viel umsehen. Sonst heißt es immer, man soll sich da so umsehen und man findet was. Bereust du es, keine Luftunterstützung gerufen zu haben? Du weißt schon wieder, was ich denke. Er ist so anbiedernd, ey. Was meinst du, wie es den anderen wäre? Die sind zäh. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Uh, ein Funkgerät. Oh ne, ein Aufnahmegerät. Ein schöner Tonband. Kann ich dir das auch anmachen? Nö. Kannst du mir nur angucken. Und... Welcher Firma? Z-Zamna? Z-Zamna. Z-Zamna. Uh, guck mal. Kaffeebord. Randolph. Die Leute hatten Angst vor den Bergen. Das kann ich verstehen. Okay, danke. 14. Oktober 1946. Lieber Randolph. Dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullmann nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind aber gläubisch und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnten sogar zwei Diener extra pro Kopf ab. Wir haben auch den zweiten Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll. Jetzt darfst du nochmal. Und jetzt darfst du nochmal, habe ich gesagt. Achso. Aline Gernon. Dankeschön. Warte mal, ich muss jetzt nochmal mit so einer Zierkette so. Aber halt mit dem kleinen Finger so. Bonne Gernon. Was die Franzosen, die Franz... die Franz... die Franzosen nochmal machen. Die Franzosen mal machen in irgendwelchen Filmen. Ah geil. Sieh mal nochmal mit Kippe. Ich mach nochmal mit Kippe. Vielleicht wär's schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, geht das sicher einen anderen Weg raus. Ja. Und zwar mit dem Generator. So. Was gibt's eigentlich hier oben? Können wir hier hoch? Oh ja. Sehr langsam, aber wir können hier hoch. Bedächtig schreitet sie die Stufen hinauf. Der Spannungsbogen... Ist rund wie ein Ball. Können wir eigentlich auch hier hoch? Lass mich, ich möchte mich da rauf setzen. Den Thron? Ja. Naja, ist das ja nicht... Macht ja nicht. Okay. Also hier hinten ist ja dann anscheinend noch ein Durchgang. Scheiße. Das ist alles zu groß, wa? Jaja. Ich würde auch gerne ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, gerne schneller laufen können. Aber... Nein. Du kannst auch nur mit gezogener Waffe laufen, ne? Ja. Weil ohne ist dann halt das Licht weg. Also ich könnte auch ohne laufen. Hier würde es sogar... Ohne ist, glaube ich, ein Ticken schneller, ne? Ja. Aber hier sind noch... Oha. Okay. Das ist der Partyraum. Unterlagen. Hm. Aha. Na wie toll. Da ist ein Eins. Siehst du das? Ja, das hast du ab und zu mal in so alten Biologie-Zeichen. Haben die Fledermäuse erforscht? Was ist das? Symptome? Besonderheiten vielleicht? Ich weiß es nicht genau. Autopsie-Erkenntnisse. Blind. Jagd mit Echo-Orto. Unleserlich. Überempfindlichkeit. Haut äußert. Äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Ungeschickter Flieger. Unleserlich. Evolution. Unleserlich. Speichel. Schlafend. Hm. Wenn ich denn sowas lese wie Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Ohja. Dann hat sich das mit den Kugeln auch wahrscheinlich geschissen. Richtig. Weißt du, wir müssen einen Pfahl anspitzen und ihn durchs Herz treiben. Oh. Wie schön. Okay, er hat irgendwas runtergenommen und irgendwas wurde entzündet. Ultraviolet. Ich wollte gerade sagen, der hat doch mit dem Ultravioletlicht irgendwas da gemacht. Nachdem es dann irgendwie gebrannt ist. Ja, das ist natürlich. Die Tipps, die wir halt da bekommen, also diejenigen, die halt schon die anderen Teile der Anthologie gesehen haben, wissen, die sind halt nicht wirklich immer eindeutig irgendwie. Die sind halt immer sehr viel Interpretationssache und plötzlich steht man vor dieser Entscheidung, ohne überhaupt zu wissen, dass es diese ist. Also, äh, ist tatsächlich schwierig. Manchmal irgendwie daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Ja. Aber hier war doch jetzt nichts weiter, oder? Ich glaube auch. Also, ich würde sagen, da ging es jetzt auch nicht weiter, oder was? Also, jetzt da drinnen. War ja Sackgasse. Oh Gott, okay. Die Treppe runter. Ist egal, ob Waffe gezogen oder nicht. Ja, da schreitet man dann gerne. So. Tada. Tada. Dat ist ja wahr. So, hier hinten waren wir denn hier hinten schon irgendwie? Ne, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Weil irgendwo muss ja hier anscheinend Benzin sein, weil irgendwie müssen wir ja den Generator da ankriegen. Da haben wir noch einen Anziehen. Oder doch noch irgendwo. Oh, warte mal. Achso, ne. Das ist noch wieder Dynamit, ne? Ich weiß nicht, ob wir uns jeden alles nochmal einmal ansehen müssen. Hier ist sogar noch mehr Dynamit. Wofür brauchten die so viel? Ja. Hm. Wie soll denn an? Sollte ja alles, wenn sie jetzt alles einen Eimer einstürzen. Hier haben wir noch was Schönes. Ansehen. Aber wer war dann ihr Gegner? Hol du was. Die haben sie ja schon aufgehaltend auf die Tür. Ja. Mit den Maschinen hier. Genau. So. So, da ging es auch nochmal irgendwie hin. Aber hier hatten wir auch noch was. Lass mich raten. Wir sind doch beim Maschinengewehr gestartet und hier vorne ist jetzt hier, von wegen, hier hast du Öl. Geht auch nicht. Hm. Muss irgendwo sein. Hm. Katalog finden, okay. Katalog, Katalog. So, hier haben wir jetzt wieder. Wovor hatten sie Angst, dass sie zu solchen Maßnahmen griffen? Jetzt haben wir uns, glaube ich, alle vorhandenen Säulen damit angeschaut. Jede Säule einmal inspiziert. Ähm. Ähm. Da haben wir jetzt ihn. Endlich. Ah. 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 Dumnische Typ, ey. Wie geht's deinem Bein? Bein? Oh, du meinst die Prothese. Mein Bein ging auf der Straße drauf. Willst du echt schon wieder auf dieser Sache rumreiten? Es ist passiert und es war scheiße. Aber jetzt kann man nichts mehr dagegen tun. Lass es... hinter dir. Das hab ich. Aber du warst hinterm Steuer, weißt du noch? Hör endlich auf, Eric. Shit. Ah. Macht's aber auch nicht besser. So, na dann. Das werde Licht, hoffentlich. Oh, oh. Ein bisschen mehr darfst du nicht sein. Ah, okay. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was geeignetes rum. Finde Klebeband. Was? Ach, ist das... Also wirklich. Leute. So, warte mal. Wir hatten vorhin hier hinten einige... einige Sachen gehabt. Das ist hier aber noch so ein Zelt. Da ist dein Katalog bestimmt. Ja, und hier haben wir noch einiges zu lesen. Da müssen wir erstmal hier mal... Scheiß aufs Klebeband. So, Dokument Nummer 1. Das Tagebuch von Randolph Hot... ...Hottengson... 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 ...Dem haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung. Eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks. Eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sargrosgebirge verbringen werden. Das ist doch mal eine schöne und interaktive Tagebuchade gewesen. Langsam wird mich hier echt moll mich zumute. Aber da haben sie denn schön diniert. Ja. Hört, hört. So. Hört, hört. Warum, warum kann ich... Ich möchte gerne mehr von da hinten sehen. Und mich ein bisschen besser bewegen können. Das war. Aber das Spiel lässt es nicht zu. Oh, ein Foto. Okay. Diese Figur im Hintergrund sieht... Hm. Das ist denen zugestoßen. Aber jetzt hat 46. Krass. Gibt's denn hier noch mehr Sachen zu entdecken? Hier waren noch einige Sachen. Also du kannst jetzt auch wirklich mit dem Katalog gerechnet. Ich auch. Warte mal, jetzt gehen wir noch mal kurz... Stellen wir uns noch mal kurz davor. Leuchten jetzt noch mal so rein. Eins, zwei. Mhm. Mehr Sachen gibts leider nicht. Okay. Schade. Schade, ja. Gehen wir noch mal hier hin. Das hatten wir doch schon gelesen, oder? Ja. Der Fluch von Arkad, genau. Weil hier sind ja noch mehr Sachen aufgeploppt. Und wie habe ich die übersehen? Also hier ist ja ein Klebeband. Oh, Gaffatep. Ja. Das ist jetzt von 46, oder was? Ja, das ist doch schon Gaffatep. Hier ist Klebeband. Sehen wir, ob der Generator noch läuft. Repariere das Leck. Na gut. Dann reparieren wir das Leck, indem wir versuchen mal ein bisschen. Aber die sind doch alle relativ gechillt, ne? Irgendwie. Also da wird jetzt nicht groß schnell bewegt und alle so... Ja. Dann schauen wir mal. Weißt du's? Ich hab's. Die Sache hier geht vor. Unsere privaten Probleme haben da wirklich keinen Platz. Bist du oder ich? Das bin ich. Ich bin zurückhaltend. Stimmt wohl. Erstmal hier raus. Richtig. Halt den Schlauch. Geschafft. Wenn du mitssch. Hilf mir mal mit der Platte. Die sehen echt schlimmer aus. Kaput. Mit ihr ernsthafen. auwürdig krassen schön. Geht das vielleicht auch mit weniger Aggression? Ich arbeite. Warum haben wir nicht gekämpft? Hab ich. Aber du hast es mir echt schwer gemacht. Wir hätten kämpfen sollen. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalos beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Klingt mehr nach Ausrede als nach einer Entschuldigung. Weder noch. Nur ein Fakt. Blödsinn. Du wusstest nicht, ob Kalos je funktionieren würde. Rage. Na komm, spuck's aus. Du fehlst mir, Rage. Ob du's glaubst oder nicht. Früher kam mir alles irgendwie komplizierter vor. Jetzt? Überhaupt nicht mehr. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freu mich auf die Zukunft. Das werde Licht. Endlich. Das werde Licht. Oh, das haben wir jetzt. Oh. Leg da mal ein... Leg da mal ein Floppe Tape auf jetzt. Ein schöner Ton, Mann. Wir haben Strom. Salim freut sich. Der wollte ein bisschen Radio hören. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Ja, die haben wir uns mal um. Fuck. Fuck. Ich gehe jetzt mal von außen auf. Nein. Ist mir geniehen. Ist in meinem Interesse. Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Welchen Weg willst du? Welchen Weg willst du? Ich gehe an. Umgehen. Umgehen. Hier lang. Okay. Oh, pass auf. Jetzt kommt es auch gleich wieder so... So ein Pulsding. Oh! Okay. Müsst du eigentlich auch gegen den Ratschlag der Wehen irgendwie? Eigentlich schon. Also die versetzen sich selber in so einen Trüe-Schlaf. Schnell! Ich bin mir froh, wenn es ein Viecher gibt. Ich weiß nicht. Ich will es nicht herausfinden. Lass mich wieder auf der Hülle verschwinden. Oh! 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 Wie ich das hier hasse! Mhm. 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 Okay. Oh. Jetzt sind wir wieder am Akun. Gehen wir. Gehen wir. Das wollen wir erst mal verpullen. Wohin gehen wir jetzt? Untersuche... Das ist generell kein guter Standort, aber man kann sich sicher einigermaßen verteidigen. Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Erik, sieh dir das an. Funktioniert das noch? Probieren wir es doch mal aus. Was für ein Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Bleistift, Bleistift. Bandsalat, doch mal Bleistift. Seit wann trägst du deinen Ring nicht? Seit wann trägst du ihn nicht mehr? Äh. Mann, Alter, ist so unerträglich der Typ, ey. Ich trage ihn. Macht der eine Paartherapie oder so jetzt gerade dafür? Ich trage ihn im Herzen. Er hätte so ein cooler, taffer Typ sein können. Nein! Ach nee, bin ich ja. Ähm. Das liegt hinter mir. Äh, romantisch. Du bist ein guter Kerl. Nee, scheiß drauf. Geh mal weg jetzt. Seit ich dich verlassen hab. Es war vorbei, Erik. Ja. Und jetzt ist es vorbei. Und nerv nicht rum. Ey. Ich verlasse gleich mein Zimmer. Okay. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Rage quitte gleich hier. Aber du hast mal recht. Vielleicht ist es zu spät. Ist jemand. Komm. Wir waren ein gutes Team. Oh, jetzt. Lass mal die Bombe platzen. Oh, jetzt. Hier, ich hab einen anderen. Du wählst es ja nicht anders. Du musst loslassen. Wiss ich. Ja. Schon mal eine sehr freie Interpretation. Halt mir einfach. Oh, jetzt. Na klar. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Das tut mir leid. Oh, es liegt Fabian. Oh, okay... Alles klar, wir haben doch nicht geschickt... Der böse General. Oh, man hat plötzlich Funkgeld. So, jetzt sind wir wieder bei Rachel. So und Rachel war unter Angriff. Under Fire. Eric, Eric sind wir. 1931. Wir müssen auch auf die Uhrzeit missnachten. Kann ja auch nichts einfach sein. Boah. Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? So, Eric. Ja, er kommt. Das ist ja nicht so, dass du nicht auf eine Waffe in der Hand hast. Also, äh. Ja, vielleicht, wir sind ja nicht, äh, ne? Schießt. Also, er schießt auf sie. Also. Ich weiß. Ja. Ach so. Ja. Ja. Nein! Ja, 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 ja. Hilf mir! Hör auf zu zappeln! Was ist denn an, mein Freund? War wohl nicht. War doch nicht so. Sei ja hilf. So wie die es da so lang ist. Rachel, halt dich an was fest! Ich sehe nichts. Was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich irgendwas machen? What? Das ist jetzt nicht sein Ernst, denn das ist jetzt nicht ein Messer und... Und, wird er es tun? Ja, muss ich sagen. Ja, ich bin ein Arsch, ich bin ein Arsch in diesem Spiel. Schneid es durch. Unmöglich. Warum geht er denn jetzt? Hast du ihn mal erkannt? Ja, das war doch hier... John? John? Uh! In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel verloren in der Dunkelheit. Bande, die man einst für unzerstörbar hielt, wurden jetzt gekappt. Das Herz fällt schließlich immer als erstes. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder aber, stehen sie sich so nah, wie sie vermuten lassen? Oder kämpft jedoch nur jeder für sich selbst? Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat. Oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten andere einzumischen. Aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für sie, wenn sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Wollen wir den Ratschlag oder nicht? Wäre blöd, wenn wir nicht nehmen wollen, oder? Wird das so? Na gut, nehmen wir den Ratschlag. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Tahoe detail intentieren. Alle Eins nach der Pläne. Herr Thuhrt, der da verstand, Herr Thinger. Der ruf ist sniper, der investigación und den schrecklich der schwierigsten maker. Die kämpfer werden kann für zum Beispiel sein Fahrzeug. Das ist der Grant. Du bistどう die blockschisch. Eine durchgefballt. Bekleine Dichter. Er so ist der Knecht für dich. Ein Mann. Ich hab Marvel umgebracht. Es war ein Unfall. Genau wie die Frau am Checkpoint. Mach diese Situation nicht noch schräger. Reiß dich jetzt zusammen. Die beiden wären aber auch nicht so richtig Freunde, oder? Naja, wir hätten halt irgendwie auf Linie, ne? Colonel, sind Sie das? Was ist mit Rachel? Wir. Der Feind hat uns aufgelauert. Er hat auf uns geschossen und... Sie ist gefallen. Sie ist gefallen? Was? Ich hielt sie. Wirklich so. So fest ich konnte. Sie hat mich runtergezogen. Sag halt mal, wo ich ihren Liebhaber war. Ich musste das Elk haben. Rachel! Wir müssen weg. Wir sind ein leichtes Ziel. Rückzug antreten. Schnell. Da drüben. Gehen wir. Da drüben. Schnell fangen. Schnell wieder unter Kontrolle, der Typ. Unmöglich. Wir sind ja nicht. Okay. Warum? Ich muss mich... Wir sind ja nicht. Wir sind ja nicht. nicht hier spricht mailman to one actual an alle hört ihr mich over joey melde dich over joey ist tot wovon redest du verdammt die iraker haben ihn erwischt er starb in meinen armen oh nein nicht joey war die idee mit der brille wie zur hölle kommen wir hier raus wir müssen uns hier einbunkern eine verteidigungslinie errichten und das platz zum atmen schatten lieutenant was meinen sie damit dass die iraker unser kleinstes problem sind glauben sie an gott absolut nicht sollten sie aber wir werden angegriffen von ich weiß nicht was sie werden es mir ja doch nicht gelaufen ich war dort und glaubt auch nicht monster 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 wir stecken mit einem iraker fest vielleicht mehreren was sie gesehen haben wollen das ist ein mist die statuen speicher es ab und reiß dich zusammen verdammt was ist das hier jedenfalls nicht das depot die mission ist ein flop das kriege ich hin der satellit ich verbessere mit den daten mal den algorithmus das sind nur kinderkrankheiten so bist du ja verstanden ist er erst halt ihr sonnen verstanden das ist allein ihre schuld retten sie uns den arsch was war das gerade oh ja dachte ich mir sie bewachen den eingang wir sehen uns das an barriere den generator haben die sich jetzt extra eingebunkert oder generator draußen oder wir auch so ja das ist auch immer clever sich einzubunkern wenn der generator der wichtig ist draußen rum steht naja letztendlich brauchen wir tatsächlich das soll also sardans chemie wachdepot sein vielleicht lauft um euer leben wir sind verloren flackert ganz schön so viel zu erics protegierte im thermischen satellitensystem siehst du das eric muss uns ein paar schwierige fragen beantworten in seiner haut will ich nicht stecken wie kann ich denn noch mal schneller laufen das ist das der generat ist sehen wir mal nach ich bin auch schneller könnte er hilfe gebrauchen schon dabei jemand hatte wohl ein großes problem mit dem ding sabotage scheint so klinik habe ich geschnitten so ein großes problem damit zu schluss mit dem quatsch beeil dich das war eben durch geschnitten kabel ist jetzt so keine akte und wieder muss kein ingenieur sehen ja aber so wie er es verbunden hat war es irgendwie mit dem schrumpfschlauch die nahe wo auch immer er ihn her hat auch noch in seinem elektrikerkasten doch ich bin ein kurzer wir gehen weiter rein auf verstanden vorsichtig da unten kakak 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 und haben wir jetzt immer so die noch eine Das ist ein anderer Raum, ne? Was denkst du? Forscher? Ja, ich denke schon. Ja, ich denke schon. Oh, der Rückentext, der fällt mir gut. Kannst du auch noch aufmachen. Bei Armbruch kannst du aufmachen. Für immer noch Staub fressen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Lamastu war eine schreckliche Dämonin, eine Kindermörderin, die sich im Blut und Fleisch der Menschen labte. Sie wird meist als haariges Monster mit Löwenkopf und Vogelfüßen dargestellt. Oftmals auf einem Esel kniend, mit einer Schlange in der Hand und einem Hund und einem Ferkel säugend an ihren Brüsten. Klar. Lamastu trug sieben Namen und wurde in Beschwörungen als die sieben Hexen bezeichnet. Sie wurde für viele Gräueltaten verantwortlich gemacht. Es hieß, sie bringe Albträume, vergifte Flüsse und seine Vorboten von Hunger und Pest. Abbildung 4 Gürtelschnalle gefunden im Grab eines arkadischen Priesters Abbildung 4a Gürtelschnalle Kulturen des Mittelmeers und Nahen Ostens weitergegeben wurde. Für griechische Philosophen waren die Hörner des Stiers ein Symbol für die Hörner eines Dilemmas. Eine unmögliche Wahl ohne richtige Antwort. Die sumerischen Götter boten den Sumerern jedenfalls keine richtigen Antworten. Denn sie waren gleichzeitig gütig und grausam, erhaben und kleinlich, fehlbar und unangefochten. Flup Flup Bücher kann man auch wieder schließen? Kann man aber wieder zumachen. Okay, haben wir hier sonst noch was gehabt? Wo soll das Büchlein? Ne, doch. So, warte. Hier gehts ja weiter. Oh Gott. So verschachtelt. Ja, das ist halt... Überall kann der Hinterhalt lauern. Überall. Ich guck auch so selten nach oben. Meistens kommt dann sowas irgendwie von oben, ne? Das ist dann... Nicht schön. Hier lang. Oh oh. Oh oh. It's a trap. Fuck. Sei vorsichtig. Stolpert Rat. Geräumt. Seht einfach aus. Gehen die Explosion? Nee. Ich muss nur den Draht kappen. Wohl der, der auf Eric geschossen hat. Der Mistkerl verfolgt uns. Dropkick, hier Mailman 2-1-Actual. Hören Sie mich. Over. Das ist ja nicht so ein scheiß Code dran, Alter. Wie läuft das Callcheck? Ihr Freund hat eine USB-V dagelassen. Uns gehts gut. Aber halten Sie die Augen offen, falls da noch mehr Liebesbriefe sind. Over. Verstanden. Bin unterwegs. Dropkick out. Er ist unterwegs. Musstest du ihm vom Stolperdraht erzählen? Warum nicht? Warum kann ich jetzt hier untersuchen? Ah, okay. 2. April 1946. Wir haben unser Team zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand, unleserlich, Crow. Die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einer livantanischen Club für Geld prügelte. Lvantinischen, entschuldigt bitte. Crow empfahl, unleserlich, und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstig Alina Journau aufgesammelt, unleserlich, bestand auf die Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice von Huyten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf unleserlich. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach unleserlich. Kannst du es noch umdrehen? Nee. Gerade noch probiert, aber... No. So, da glänzt noch eine Menge mehr. Was ist das? Ah, das ist ein altes Brot. Das ist ein Brötchen. A59. Ich weiss nicht, ob soll ich das notieren? Schreib mal vorsichtshalber auf. Ja, ich schreib mal auf. Brot? A59. A59. Was war denn das andere? War das A12? Kann das sein? Ah, das wies ich nicht mehr. Ne, sagen wir mal vielleicht A12. Okay. Wir haben auf A12 immer Feuer. So. So, da hat noch was geglänzt. Ohne seht. Ah, hier geht's weiter. Was? Dank für Erik jetzt hier. Äh, Nick. Kann man uns verzuflüstern? Gibt's aber hier... Oh, guck mal, da hinten ist noch was. Nein. Ist so. Aber hier... So eine Steintafel, hör mal. Ja, komm, schnell angucken. Und aufpassen. Okay, wen haben wir jetzt erstochen? Also, ich würd sagen, es war jetzt wie so eine Art Mumie oder sowas. Eine Mumie? Ja. Also, zumindest saß es zumindest irgendwie so danach aus. Ha. Also, ich hätte fast gesagt, das ist der Iraker gewesen. Oh. Das kommt natürlich auch so. Haben wir hier noch was? Ne, hier haben wir nichts mehr. Hier geht's denn. Guck mal, hier sieht's aus wie... Hä? Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Das sieht aus wie da. Hier, ne? Weißer? Du, das ist irgendwie auf die Steintafel. Hör mal. Hör mal. Da. Wo das da durchgezogen ist. Ei, 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 ei. Da müssen wir aufpassen jetzt. Ist nicht so, dass man da rüberklettern kann. Aber schieb beiseite bei den ganzen Sprengfallen. Da gibt's kein Problem. Probel einfach an allem rum, was du findest. Er könnte uns unten auflauern. Warum soll es Joey sein? Kann nicht sein. Wir hören ihn doch. Unmöglich. Das ist er. Definitiv. Diese verdammte Höhle, Jason. Ich sag's dir, ich hab ihn sterben sehen. Nimm's mir nicht übel. Aber du bist nicht du selbst. Wir wissen es nicht. Hä? Okay. Eine Falle. Vielleicht auch nicht. Das ist der Witzbold. Wir lassen keinen zurück. Sempaphie. Sempaphie. Okay. Hey. Erzähl mir mal jemand, was hier abgeht. Wir halten Joey im Tunnel. Oh, solltest du nicht auf die Tue passen? Wir glauben, es war Joey. Er war's bestimmt. Wir werden ihn retten. Denken Sie daran, dass ich hier entscheide. Ich gehe vor. Genau. Na? So. Selbstbewusst. Okay. Nein. Ich gehe vor. Bestimmt nicht ohne mich. Wenn man in letzter Zeit so ein taffer Typ wäre. Ist er aber den... Rätsel. Nein. Nooo souess. Schalaallah. Das ist doch vorbei. So weißt du. Skalverhillie, ihr in das Teutage Αndessen zu sehen oder so? Ja. Ist er Culverhillie? Nein, ich lebe immer noch. Ah Gott, ich finde einen Ausweg durch die Ruhe. Schauen wir doch mal, was haben wir hier vorne gehabt? Oh, ein Portemonnaie. Von Eric. Na, nochmal auf. Nee, das ist der Jager, oder? Ja, sieht so aus. Tatsächlich auch mit einer recht liger abgebildeten Dame. Kann aber nix machen. Also nicht liger, sondern halt kein Kopftuch. Man muss halt immer aufpassen, dass man hier politisch koscher bleibt. Ist tatsächlich fürchterlich. Alles richtig. Aber irgendjemand flämt dich immer. So, wie sollen wir denn jetzt hier... Also ich will jetzt nicht... Soll ich jetzt da gucken gehen? Ja, aber kurz mal. War das jetzt der Typ, der andere Iraker, der ebenfalls in der Höhle mit drin ist? War der doch, oder? Meinst du, der geschossen hat, ne? Ja. Ja. Das ist doch das Bild von Lisa, John? Ja, genau. Also das Gesicht von John. Richtig. Denn ich find's halt ein bisschen seltsam, dass der sich halt auf nem... Also das Bild ist ja eher so, würde sich ein westliches Paar abbilden lassen irgendwie und nicht ein irakisches. Stimmt. Oh Gott. Denk ich... Mir das... So steck's mir vor. Hab' auch keine Ahnung, aber... Ach. Ich weiß nicht, ob ich dieses Brettchen nehmen soll. Weil darunter ist die Hand. Machen wir so. Machen wir so. So an der Hand, so. Gli, 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 gli. Zieh mal'n Finger. Oh Gott. Ich hab'n bisschen Schiss, ne? Ach komm, zieh. Los, mach weg das Brett. Los! Ja, ich mach doch. Hallo? Ach, du machst schon. Was macht er jetzt? Neugier. Nein! Das wollte ich nicht! Das wollte ich nicht! Okay doch. Hehehehe. Okay doch. Ah, jetzt buddelt er auch nicht. Echt? Willst du denn jetzt komplett ausbuddeln? Ja, wir sind neugierig. Ohhhh. Ah! Ohhhh! Ich war so fußfies. Ahhhh! 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 Äh! Ahhhh! Okay, okay, aber super! Ahhhh! Ahhhh! Ohhhh! Ahhhh! Ahhhh! Ah, der ist richtig. Nein. Ich bringe noch nie wieder einen Schatten zurück. Was? Ich springe da wieder rüber. Was soll der Quatsch? Der will wahrscheinlich jetzt da wieder irgendwie durch. So stüchten. Oh, vielleicht auch nicht so. Er muss sich jetzt, äh, unter Zungen kapulieren. Stich dir ab, du, stich dir ab! Ich hab doch, ich bin damit! Ich hab doch! Oh nein! Oh scheiße. Hast du, du Schweine. Hast du eine Suppe, Alter. Ich hab jetzt gedrückt. Ja, scheinbar ist Salim doch noch eine wichtige Schlüssefigur. Okay. Okay. Da drüben! Oh shit. Eieieiei 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 War das jetzt Dropkick und seine Kumpels? Nee, das waren Irgendwie ein separates Team Aber das waren nur Amis Ja, aber irgendwie die wahrscheinlich Weiß ich nicht Wer ist er? Achso Oder Helm ja nie erkannt Wer ist er? Oh ja, das Feuerzeug Eieieiei 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 Aber wirklich Oh, da ist doch mal so ein Brot, ne? Ein Brot mit Loch Ja, was ist er zu? R9 Eieieiei Eieieieie Eieieie Eieieie Das Loch Loch muss für die Sonne sein Da fehlt aber etwas, okay Die können sie auch nicht mitnehmen, ne? Nee Oh, wie viele von den Viechern gibt's? Okay Aber er ist clever Er zieht sich einfach zurück So, hier ist ja unser Atrium mit vier Fäusten in den Ofen Jetzt kommt Nick Jetzt kommt Nick Nick Carter Gut aufpassen Hörst du Joey noch? Hm 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 Hier ist Mailman 2-1-Action Joey, hörst du mich? Bitte komm, over! Joey, hörst du mich? Joey Ist noch am Leben Oh oh Eieieieiei Es ist Joey's Er steht schlecht um ihn Wir müssen uns beeilen Wir waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Missbelübend Na, Freundchen, aber Nicht so laut, Colonel Die Biester sind hier Hey Schluss Marine Weil diese Höhle macht sie paranoid Hier ist nichts außer den Irakern Sie werden schon sehen, Colonel Sie finden es schon raus Doch Halten Sie mich vor dem, nicht? Ja Sie hacken auf mir rum, seit ich in Campslayer ankam Gib mir jetzt 200, Freundchen Das ist Schwachsinn Wissen Sie Für jemanden, der seine Frau verloren hat Benehmen Sie sich wie ein echter Arsch Wo, 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 wo Weg mit der Waffe Sagen Sie das nochmal Schon gut, schon gut Ganz ruhig, ganz ruhig, Mann Stopp mir nicht zu Bist du auf Drogen, verdammt? Sie wissen nichts über mich und Rachel Warte mal Warte mal Die wollen jetzt alle da lang Aber hier gab's noch Wo wir die Warte mal zurück gehen Ja Also, ja Klar macht Sinn Oh, nee Ach, er ist Dropkick Äh, warum kann ich... Aber warum sind wir doch nicht gekommen, oder? Von wo sind wir gekommen? Äh, nicht von hier würde ich sagen Wir sind ja durch, durch Durch den normalen Korridor gekommen Also, wir können ja mal runtergucken In Hoffnung, dass jetzt nichts passiert Wie tief ist das Scheißloch? Solche Risse habe ich im Tempel gesehen Die sind wohl durch das Beben entstanden Mhm Los, gehen wir weiter Wir kennen nun den Gegner Augen auf Wachsam sein Ne, wir kennen nicht den Gegner Überlegen, sind wir jetzt hier richtig? Verwirrt Wir sollten nicht hier sein Hier ist die Brille, die wir gefunden haben Naja, wir sind aber auch von, von jetzt quasi Von 9 Uhr hier kommen Irgendwie Durch, von da sind wir hier kommen Konzentrier dich Lass dich nicht irre machen Weil wir hatten den auf der linken Seite Von, den, den Helm von Joey Mhm Von da her Und von da sind wir definitiv nicht kommen Gut aufpassen Der bleibt auch noch hier so schön stehen Ist auch gut Oh Gott Ist Blut Links Ja? Wenn ich Sinn Oh Nicht wenig Blut Ist das Blut? Nein Es Hier unten ging es echt richtig übel zur Sache Das RBA Gelee Oh Equipment Da haben wir einige Dokumente 23. Oktober 1946 Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich Aline hat in El Castillo An Ausgrabungen mitgewirkt Aber selbst hat sie noch nie unleserlich gesehen Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter getötet Die meisten Opfer unleserlich in Massengräber geworfen Als ob das Abschlachten unleserlich Als ob das Abschlachten unleserlich Welche Plage oder Katastrophe fordert sich Äh fordert solch einen Preis So viel unleserlich Was auch immer hier von Jahrtausenden geschah ist Unleserlich Ich hab so ein Ersatz macht sogar Sinn Was zur Hölle haben sie da gefunden? Ja Oh Aufgepasst Zalim Ok Zalim hat auf jeden Fall noch eine Pistole gefunden Auf dem Rücken hat er noch den Stab Ja Und? Weiß ich nicht Ist er freundlich? Oh Gott Sehr gut Was? Wer ist nah? Das ist so abgefuckt Still jetzt Wir laufen in eine Falle Jetzt ist die Frage Da lang? Oder da lang? Geh mal erstmal in die kleine Kamera Irgendwie bevor du jetzt da in die großen In die große Halle gehst Scheiße Oh Ach Decker Minibag Ok War der unser Sanitäter? Ich glaube Joey war unser Sanitäter Das ist ja den den wir glaube ich jetzt gerade suchen oder? Also Weil die denken dass er das ist Also er ist doch tot gewesen oder? Eigentlich ja Ist aber die Frage Auch nur weil er sagt Jetzt kommen sie Äh Jetzt geht hier hinten wirklich nicht weiter? Ja Jetzt geht hier hinten wirklich nicht weiter Ok Jetzt haben wir halt Da noch Minipack gefunden Irgendwie Warum? Ja aber das scheint irgendwie auch ein wichtiger Hinweis Ja 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 Aber ich frag mich nur Was das jetzt Was das für Auswirkungen haben sollte Vielleicht Vielleicht ist er nicht allein Vielleicht waren wir jetzt noch intern Jetzt können wir uns noch hier unterteilen Bleiben wir zusammen Nein Schneller Joey braucht uns jetzt Beilen wir uns Mann entspann dich Joey Bist du das? Joey möchte alleine sein Heftig rein da Vorsicht immer Mit der Ruhe Nee komm wir machen wir mal vorsichtig Easy Er hat recht Langsam weitergehen Wolling bleibt im In der Zone Bleibt im In der Zone Oh 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 Grenade Granate Eieieieiei Ok Nick ist separiert Scheiß Ura Hier Mailman 3 An Mailman 2 1 Actual Komm Lieutenant Over Hier Mailman 3 An Mailman 2 1 Actual Komm Lieutenant Over Mailman 3 Am Dropkick Colonel Setz sie da Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das sieht unheimlich geil aus Das Spiel muss ich sagen So ein bisschen mit der Unschärfe Jetzt von ihm Schon Nicht da lang Guck hier rum Ich würde gerne Jetzt die linke Schulter Hab wo ich vor schaue Schulter wechsel Genau Und denn so dieses Lehnen Hätte ich auch gerne So einfach so um die Ecke lehnen Ja du bist ja aber nicht bei Siege Oh oh Wieder nicht rein Okay Wir gehen da rein Und? Oh oh Ach das ist Salim? Ach Salim Das ist Salim Davor und da ist ein Dämon Scheiße Scheiße Wir stehen das durch Aber nur Zusammen Ist das Salim auch ein bisschen bekannt vor? Ist das von der Sicht? Müsste ich nochmal gucken oder? Sie reagieren wie Fledermäuse Sie hören dich Ach nix ne? Cool Na ja Ich kenne ihre Schwäche Sonnenlicht verbrennt sie Die Kugeln verlangsamen sie nur Selbst ein Trakt der auf sie fällt macht sie nur sauer Wir schaffen das zusammen Okay Ich habe gesehen wie der Dämon eine ganze Einheit zerfleischt hat Wir müssen außen herum Wir müssen außen herum Was geschlafen Ich bin, muss ich sagen, leicht angespannt gerade Fast verkackt Jetzt sind die Quickteils wirklich fies irgendwie Mhm Kursaline Nice and smooth Kursaline Nice and smooth Dinge noch Naja, wohl Das ist wahrscheinlich nicht so Erfolgsgekrönt Wenn man ihnen die Dinger zu den Rücken kröbelt Das Gute ist ruhig bleiben Einfach ruhig bleiben Und verliegt er? Was zum Teufel ist hier unten Die Biester sind überall Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen Bösartiges Bösartiges Was sind das wohl für Dinge Ganz ehrlich? Keine Ahnung Hab sie nicht gefragt Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen Wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen Wie du habe ich daran nie geglaubt Aber sieh dich um Schau wo wir sind Was wir gesehen haben Gefangen im Sumerischen Tempel Ich bin Nick Ich bin Nick Wir machen ganz leistig In dieser Hölle Solltest du meinen Namen kennen Nick K Sergeant Salim Otban Lieutenant Iraker Army Ah, daher die Waffe Schukranichuja Hier ist Mailman 2-1 Actual an Mailman 3 Hörst du mich? Hauwa Klar und deutlich, LT Sehe dein Licht Geh weiter Ich bin gleich da Over Ich komme zu dir Ganz ruhig Wir machen da jetzt nichts Deine Freunde machen besser nichts dummes Ja dann Nimm doch die Waffe runter Ja komm hier, ruhig dich Weil du musst mir vertrauen Sie tun dir nichts Waffe runter Nicht so aggressiv Genau Oh Waffe runter sofort Richte nicht deine Waffe auf mich Schon gut Jetzt lange mal tief durchatmen Er ist nicht der Fall Ich will euch nichts tun Du machst einen schweren Fehler Soldat weg mit der Waffe sofort Nein, erst ihr dann ich Waffe runter oder wir schießen Ich sagte sofort runter mit der Waffe Lass mich doch nicht von einem schießwürdigen Ami abknallen Okay, das reicht Kämpfen hat keinen Sinn Nicht mehr Ich sollte dich ganz einfach abknallen Das ändert aber nichts Ich bin schon in der Hölle Reiz mich nicht Wir gehen zurück zum Tempel Fessel ihn Stellt er was an Leg ihn um Nach allem was wir durchgemacht haben Vielen Dank Das ist 22 Uhr mittlerweile Ja Meine Güte Ist das ein Metalldetektor? Ne, das ist doch die UV-Lampe glaube ich, oder? Ach Mit der müssen wir vorsichtig sein Nicht, dass wir damit irgendwie Dokumente anfackeln, oder so Meinst du? Das ist nicht Da hat doch vorhin was gebrannt, oder? Wie viele eure Männer sind hier? Habt ihr chemische Waffen bewacht? Pfff Die sind doch wahrscheinlich eher ein Vampir, oder? Meinst du? Sie sind hier, oder? Wo sind sie versteckt? Antwort Antwort Du weißt nicht, womit du es zu tun hast Hast du die Dämonen etwa nicht gesehen? Ich weiß nicht, was da war Ich schon Hier unten gibt es Monster Monster, die sich von Fleisch ernähren Monster, die im Sonnenlicht verbrennen Verbrennen Na los, nimm sie mit Was, sind das Baupläne? Achso, ich wollte gerade zahlen, Alter Das ist ein Bauplan von so einem samerischen Tempel Ich habe gar nichts gemacht Das war der letzte Sollte sie erstmal aufhalten Lang genug, um sie auf den Kameras zu sehen Alter, ich weiß nicht, irgendwie, die machen da unterirdisch irgendwelche Sprengungen irgendwie Das kann alle in sich zusammenfallen Das ist denen, glaube ich, die sind Statiker Das wird nur noch von Binnenfäden alle erhalten Wir haben schon oft in der Scheiße gesteckt Noch nie so tief wie jetzt Beim Kampf gegen Monster Will ich niemanden anders an meiner Seite Oh, jetzt bist du gern Oh, ich bin immer für dich da Du weißt, ich bin immer für dich da, Kumpel Egal was kommt Das ist beeindruckend Meinst du? Ich frage mich, wie viele solcher Städten wir einfach zerbombt haben Der Kram soll ruhig im Staub versinken Interessante Frage Das ist dein Problem Die Menschen hier wollten keinen Krieg Warum verteidigst du sie? Warum verteidigst du den Feind, Sergeant? Wir wissen beide, dass sie nicht alle Feinde sind Fuck Jason! Geht es hier um das Mädchen am Checkpoint? Scheiße Nick, wie oft denn noch? Wir dachten sie hätte eine Bombe Es waren nur ihre Reinkäufe Wir haben Mist gebaut Was haben die gemacht? Wahrscheinlich reiß dich zusammen Denkst du ich weiß das nicht? Wir können nicht ändern was passiert ist Nicht mehr, niemals Es ist vorbei Also reiß dich gefällig zusammen, Nicky Weltkump reagiert Weltkump Kameras sind bereit, die Tunnel wurden gesprengt Gute Arbeit Lieutenant Prüfen sie den Ostkorridor, bleiben sie wachsam Over Verstanden, over and out Wie viele Soldaten sind in den Tunneln? Wie viele hat der Erdrutsch mitgerissen? Als ob er das weiß Hast du uns allein angegriffen? Ich weiß nicht wovon du sprichst Ich hab niemanden angegriffen Doch und zwar mich! Und meine Frau! Was? Deine Frau? Ja, an der Klippe Sie fiel Tut mir leid Das wird es Dafür sorge ich Wie tief runterführt das? Dropkick, hier Mailman 2-1 Actual Nähern uns dem Ostdurchgang Over Ich seh sie Köln 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 Ich will sie wetten wenn die schon mal hier waren Kommen sie wieder Köln 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 Stimmt. Guck mal, hier können wir runtergucken. Hier gibt's noch. Ach, gibt's noch. Ach nee, noch nie. Oh. Okay. Also ich hab jetzt nicht so schnell eine Frau ausmachen können. Wie die. Denke, das waren nicht die Kreaturen. Wer dann? Ich dachte schon, war Rando. Weiß nicht. Buffy? Buffy? Oh, cheesy, Alter. Behalts lieber für dich. Oh. Hm. Äh, klar. Ach so, klar, sagst du. Okay, so. Man weiß nie, wann man einen Pflock brauchen kann, stimmt's? Alles richtig. Tja, Pflock hat lecket's hau. Vor allem hatten wir nicht vorhin auch irgendwas gesehen gehabt, wo er so eine Art Messer benutzt hat? Vielleicht ist das hier der Pflock. Ist der meinst du noch rückblickend? Da wird gleich was unleserlich. Der Gestank des Todes, unleserlich. Und überall lagen unleserlich. Über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass unleserlich hier unten herunterwarfen, nachdem unleserlich ausgerobbt worden. Dieser unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie unleserlich. Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauriges... Nee. Ein schauerliches unleserlich. Ein schauerliches unleserlich dafür. Ähm. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie wollte es herausfinden. Beunruhigt euch das eigentlich gar nicht, dass hier... Knochenkammer, ey. Alles? Ja. Tatsächlich ist das ja nicht so unüblich, ne? Und wie die selbst sehr viele Friedhöfe hatten noch bis, ich glaube, bis ins Ende 19. Jahrhundert noch Knochenkammern. Krass. Es gibt ja auch so ganz berühmte Katakomben hier unter Paris. Ist ja auch irgendwie sowas, glaube ich. Wollt ihr scheiß zum Beispiel halt so eine sehr, sehr krasse Knochenhalle, die man besuchen kann. Krass. Aber wir haben jetzt hier wieder ein Bild. Eine Steintafel. Oh. Rachel. Rachel ist in die Granate reingelaufen. Und Rachel lebt noch. Rachel is alive. Wir finden auch relativ viele Tipps, muss ich sagen. Im Vergleich zu den anderen Spielen irgendwie. Also zu, zu, äh, äh, Little Hope und Man of Men. Stimmt. Oder? Ja. Oder kommt mir das bloß so vor jetzt? Nö. Also es wirklich so im Vergleich ist, dass, äh, kriegen wir echt viele Tipps. Oh, oh. Geiles gefunden. Geiles gefunden. Was? Wie? Scheint ausgeblutet zu sein. Er war bestimmt einer der Forscher. Aha. Ausgeblutet ist hart. Na gut, denke ich. Ah, na, na, na. Haben wir, das andere, was da glänzt, haben wir schon. Ach, das ist die Frau, ne? Das ist die Frau, genau. Da, okay, alle klar. Denn? Mit dem, mit dem Pfahl. Weil hier würde ich nämlich nur kurz... Ach, noch mehr Knochen. Na, das ist ja wunderbar. So, um das jetzt zu entdecken. Nein. Verzweifelt mal den Tit gerade, ey. Kann man nicht mal vernünftig spucken? Sind zwölf. Der Wassergängig spuckt, ey. Na, ich weiß nicht. Ne, man, zwei, bis nicht. So, ja nun nicht. Warte mal da. Wer ist das? Na ja, Schrott. Was hast du da? Wer ist das? Nichts, was uns hilft, hier rauszukommen. Geheimnis gefunden. Das ist schön. Ist das nicht die Sonne? Vielleicht kann man das in den Steinen stecken. Jetzt wäre es mir auch egal, wenn es die Kronjuwelen von England wären. Ja, weil dann müssen wir es auch mit. Oder vielleicht auch nicht. Also vielleicht ist es besser, wenn es da ist. Sogar. So spät. Ich habe gerade überlegt, so mit Sachen aus Gräbern mitnehmen. Weiß ich nicht. Ich sage nur, der Fluch des Pharao. Ja. Deswegen. Okay, hier geht es weiter. Kann ich dann irgendwas noch hier entdecken? Ne, ne? Also, es ist jetzt nur hier, dass wir weitergehen können. Ich sage mal vorsichtig. Ich weiter. Perfekt. Seht aus wie ein Nadelöhr. Jedes Monster, das aus der Tiefe nach oben will, muss hier durch. Legen wir Sprengstoff? Ja. An den Säulen hat er die größte Wirkung. Aber da sieht man die Stolperdrähte. Ob die Dinger wissen, was das ist? Wir sollten sie nicht unterschätzen. Vermin wie die Seiten. Das wird sie ziemlich überraschen. Nicht so wirksam, aber besser versteckt. Was weiß ich auch. Hier ist doch Räkel durchgelaufen, oder? Ja, ich glaube auch. Äh, verdraht die Mitte. Wir brauchen die größte Wirkung. Verdrahte die Mitte des Korridors. Haben wir vielleicht noch Glück, dass Räkel das sieht. Machen wir das Beste draus. Ich hätte überlegt, ob man das dann lieber an die Seite packt. Da hätte sie das vielleicht nicht gesehen. Also ein Draht, den sie vielleicht nach ausweichen kann. Was meinst du, so Quicktime-mäßig? Ja, ja, ja. Also darauf hoffe ich irgendwie, dass es darauf hinausläuft. Ich höre dich, damit ich nachdenke. Was ist los? Wir hätten sie noch einmal fahren sollen. Was? Wir leben alle sehr in der Vergangenheit. Fuck, man, hätte ich bloß nicht gefragt. Das Thema ist jetzt mal durch. Ach, wegen der Ding ist okay. Ach, ja. Was gibt's sonst noch? Der Checkpoint war das perfekte Ziel für Selbstmordattentäter. Die Situation war schwierig. Wir mussten handeln. Und das war falsch. Warum kann niemand Klartext reden? Alle labern Mist, nur um nicht durchzudrehen. Deswegen sind wir doch in diesen Sandkasten, stimmt's? Ich will die Wahrheit schießen. Ich hab sie erschossen und das quält mich. Willst du mir ernsthaft weismachen, dass es dir nichts ausmacht? Ja, Mist, die Baut. Komm mir ein bisschen in den Ding. Wir haben's verbockt. Falls wir überleben, stehen wir dafür gerade. Falls wir hier sterben, haben wir es vielleicht verdient. Ich hatte was mit Rachel. Was? Ist das dein Ernst? Seit drei Wochen. Ja, war so einfach so unverhofft. Äh, ich hatte was mit Rachel. Scharf. Tatsächlich kriegt jetzt wohl ein Fehler. Ihr wisst ja, bitte. Ich wisst ja nicht. Hier ist ein Labyrinth. Ist das etwa das, was Kalos entdeckt hatte? Over. Nein, negativ, Lieutenant. Da ist noch was viel tiefer unten. Kommen Sie zurück. Dropkick out. Stell eine Kamera auf. Dann Rückzug. Es könnte jetzt nicht sein, dass sie von da kommt. Nämlich, weißt du? Hier, Rachel. Weiß er. Sieht doch krass aus. Oh, shit. Oh, die Grube. Die Grube. Ach, du Schande. Okay. Nein. Diesmal hast du dich selbst übertroffen, Schatz. Wahrscheinlich wär's gerissen hoch. Also, ich glaube, sie wär so oder so hier unten gelandet. Nee, ich glaube... Sie wäre tot. Hat er erst nicht durchgeschnitten. Scheiße. Nee, wir haben nur bei dieser einen Sequenz, hatten wir ja mal was gesehen gehabt, wo sie ja runterfällt. Und ich bin, ich bin der Meinung gewesen, dass da noch von oben noch jemand hinten dran hing an dem anderen Seil, also als Gegengewicht. So, okay. So, und sie ist halt da dann aufgespießt worden und der andere hat wahrscheinlich dann irgendwie überliebt oder so. Und dadurch, dass du sie dann eben halt einfach abgeschnitten hast, glaube ich, hast du ihr das Leben gerettet. Was ist das? Wollen wir mal gucken? Hallo? Oh, ii. Okay, wir gehen erstmal gucken, was da hinten so schön geht. Was haben wir hier? Das ist... Das ist eine Kreditkarte. Wat? Adi sans fortires. Karte de no wat? Vom... Nöpel mir Maria. Also, noch was weiß. Deskrippchen wird das, äh, Operations, okay. Von mir. Oh, im Fall macht er 100 Meter Freistil vor uns. Scherz. Ja, da, 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 da. Aber wir, wir gehen extra rechts dran vorbei. Wir versuchen, Sneaky-mäßig... Jetzt wird nur... Bist du klug, ey? Bist du frücke. Oh Gott. Oh, ein Helm, komm, setz auf. Ui, also Rüstung? Oh, naja. Okay, vielleicht auch nicht. Hilfst du bedingt. Aber besser als nischt? Stimmt auch, ja. Was ist die Frage? Kann ich jetzt hier lang gehen? Ist hier auch noch was drauf? Ich glaube, das haut einfach für die ab. Naja. Also, es wäre schon ein krasser Abfuck irgendwie, wenn es dich jetzt irgendwie so zacktbumpelt. Oh. Na ja. Oh, der geht jetzt mal da. Ist die Frage. Oh Gott, so stinkt noch unten, ey. Hier ist auch nichts mehr da. Leuchtet hier noch so? Wann, 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 ich mach kurz nach rechts? Hier vorne. Ne, was? Wartet an, nach rechts. Ja, ja. Da. Hier noch, hinter dir. Da, eben, kannst du da reinnehmen? Ah, hier meinst du? Ja, da haben wir wieder was unleserlich. Unleserlich. Äh, ja, 13. Dezember. Unleserlich. Und ich begaben uns unleserlich nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich unleserlich Temperament. Sie wirkte besessen, fast manisch, angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, konnte Crow nicht unleserlich vor uns. In einem schwindelerregenden Gewölbe lag eine unleserlich abscheulich. Kolossal, schlafend, ein riesiges Gebilde, gebaut in unleserlich. Der Augenblick überwältigte mich und unleserlich. Ja, wenn man es mal so eh mal gelesen hat, dann ist es eingängig. Hat da noch was? Ne. Okay, dann gehen wir mal hier unserem Yuseem Bolt hinterher. Yuseem Bolt war ein Läufer. Äh, den Philipp Taubes. Oh! Wie? Was? Wie? Wie? Mach den Feuerzeug an! Mach den Feuerzeug an! Letztes anmachen. Letztes annehmen wir? Ja. Doch. Ach, du Schande, ey. Ich wollte eigentlich hier mal gucken, weil ich guck... Ist das hier so ein Durchgang? Oder ist das einfach nur so ein... So ein Kuschli, das ist halt so eine Grottennische. Oh, hier können wir nicht drunter, ne? Ne, okay. Ja, hätte ich sein, so können, so drunter durchkaufen. Boah, sieht fies aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da hinten haben wir noch was Schönes. Oh, 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 oh! Mann! Ach, dumm! Oh, so, oh, so Biller-Effekt, ey. Scheiße, ey. Gott! Okay, hier geht's wahrscheinlich weiter. Na genau, durchgehen. Will ich aber noch nicht. Ne, das ist ja ruhig anheißen. Wollte ich hier nochmal kurz gucken. Aber hier gibt's nix. Na gut, dann gehen wir einfach mal einen Step weiter. Hier noch ab. Hier noch Blutwurst für heute. Oh Gott, ich dachte, die... Okay. Chili klopft. Ja. Denk, nein! Hallo, ist jemand zu Hause? Kennst du den Film, äh, Descent, Abgrund des Grauenzins? Ne, hattest du mich, glaub ich, schon mal gefragt? Glaub nicht, ne. Ein, ne, sehr stark einheitlichtet. Da war doch auch irgendwas mit einer Höhle, das der, glaub ich, erzählt gab, ne? Äh, wie viele Mädels klettern in so eine Höhle, ne? Guter Film. Solltet ihr euch mal geben. Will dir jetzt gar nicht so viel Spoiler. Okay. Ah, shit. Uiuiui. Weil ich doch mal vier Tote da sind, ey. Wie viel Skelette. Das ist, und wie viel, also, damit überhaupt so eine Menge Blut da entstehen kann. Das ist, so. Oh Gott. Oh Gott. Das muss so stinken, ey. Das muss so ekelhaft sein. Äh. Das ist auch riesig. Wollen wir hier kurz rein? Ne, können wir nicht? Okay. Gehen wir weiter. Oh, das ist ein Unterschenkel, ey. Als Fackel ist das makarver. Ist das eigentlich nicht? Gut. Gut. Also trotzdem, was ist das hier für, für ein Licht hat sich noch nicht was rum Schimatte suchen. Okay, was haben wir hier noch? Zeichen. Hm. Okay. Ich weiß nicht mehr. Speichel. Wir haben den schwarzen Speichel vom Schlund der Kreatur aus dem Kokon gesammelt und in Fläschchen gefüllt. Ich und andere, die an der Substanz rochen, litten danach unter Herzklopfen und Angstzuständen. Manche berichteten von eigenartigen Veränderungen der visuellen Wahrnehmung, wie zum Beispiel andere Farben, wir haben in der Graben, äh, wir haben in der Graben, ne Güte, wir haben in der Grabungsstätte, wo M-Punkt angegriffen wurde, weitere Speichelproben gesichtet. Der Geruch war so überwältigend, dass wir sie nur mit Atemschutzgeräten sammeln konnten. Wir empfehlen während der Arbeit mit den Proben allzeit Atemschutzmasken zu tragen, um nicht beeinträchtigt zu werden. Eine Wirkung ähnlich der von Pilzen? Psylocubin? Okay. Ist das ein Stoff oder was? Also Psylocubin? Wahrscheinlich ja irgendwie. Pilzsporn oder irgendwas. Nö. War ja auch schon mal bei Resident Evil Village Thema. Ah, ist richtig. Die es noch nicht gesehen haben, plopp! Gebt's euch! Nach dem Video! Was? Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ich kann nicht so schnell laufen, wie ich wollen würde. Bitte, lauf so schneller! Weg, 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 weg! Weg, weg! Weg, weg! Ich versuchte zu rennen, ne? Einfach lauf, schlappe, lauf! Ich komm nicht weg von dir! Scheiße, nein! Töne ich mal um! Töne ich mal um! Huuuuh! Alter, ist unmittelbar hinter uns! Aber die ist auch vollkommen tief entspannt hier! Die läuft und so auf sich. Wie schnell kannst du dich halt auch so durch so ein Wasser bewegen? Wasser, in Anführungszeichen, bewegen! Also, überleg mal! Kann sein, das kann sein, das kann sein, das kann sein, das muss schon mal. Ja, jetzt ist die große Frage. Was machst du jetzt? Alter, die sind viel, ey. Und, komm. Alles super schön. Das war schon. Was ist das mit 300 Bremsen? Oh, laut. Sie lebt noch? Ja, sie lebt noch. Verrätst du mir ihren Namen? Wessen Namen? Den deiner Frau. Wie hieß sie? Wag es nicht, über sie zu reden. Bitte, ich wollte nicht respektlos sein. Aber wir sitzen beide hier fest. Du willst reden? Na gut, warum kämpft ihr noch, wenn ihr den Krieg verloren habt? Du glaubst, ich mach das freiwillig? Dass ich hier sein will? Ich kämpfe, damit mein Sohn zur Uni gehen kann. Damit er eine bessere Zukunft hat. Die hätten wir doch alle gern. Mein Sohn. Sein Name ist Zane. Sie ist Rachel. Die Typen, die wir angeschossen haben, kann das sein? Ja, ja, ja. Wenig überraschend. Verdammt. Ach, der war so ein vielversprechender Charakter am Anfang. So ein Mist. So ein Mist. Ja, nix mit King. Eine Leitung nach draußen. Vielleicht geht der Funk noch. Dann könnten wir Hilfe rufen. Wäre ein Versuch. Zweifelhaft. Wir wissen nicht mal, ob oben ein funktionierender Sender dranhängt. Aber die Kabel müssen ja irgendwo hinführen. Funktionieren sie noch? Anscheinend sind sie nur verheddert. Auch gut. Wird nicht gern darauf klettern, um sie... Ach, die Kuh. Was soll das, Joey? Was soll das, Joey? Was soll das, Joey? Die Verwandte sind... Was soll das, Joey? Scheiße, Joey, ich bin's! Ja, der ist nicht mehr... ...weselbe. Mit Herz. Oh mein Gott. Hallo, sind jetzt... Ach. Das könnte ein Problem werden. Warum lebt sie denn noch? Wir müssen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich bin auch dafür, weil ich bin ja Rachel, ne? Ich bin übrigens auch dafür, dass du die andere Kollegin... Oh, dann wird aber... ...suizidal veranlagt, sagt ihr. Also, das ist die überlassen, ne? Ach, die ist... Die soll nicht reden. Also, ey, seht's mir bitte nach, aber die hat wirklich... Die Synchronstimme ist echt... Also, mir tut da alles weh, wenn ihr redet. Müscht jetzt auch der Synchronsprecherin nicht auf die Füße treten, aber... Ich wusste gar nicht, dass du kämpfst. Ne, ich auch nicht. Was war das für ein Ding? Weiß nicht. Was auch immer, es ist nicht allein. Sie sieht aber auch schon tot aus. Wo warst du? Eins der Dinge hat mich geschnappt und hier runtergezerrt und dann liegen lassen. Fuck. Fuck ist gar kein Ausdruck dafür. Dass ich entkommen bin, war Glück. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich glaube nicht an Glück. Sei dankbar, dass ich hier war. Ich bin dankbar. Ich bin dir dankbar. Danke. Semper Fee. Wir müssen raus aus diesem Loch. Also, hier hast du dich versteckt? Diese Talsband, Alter. Hast du eine Waffe? Was machst du? Ich brauche bloß Batterien für die Lampe. Du könntest auch fragen. Schon mal dran gedacht? Tut sich ja weh. Ja. Stimmt auch. Tut es. Kannst du stillhalten? Ja. Ich bin zurückhaltend. Danke, Clarice. Die Symbole habe ich bei den Hirten gesehen. Die haben wohl schon lange in dem Tal gelebt. Schwarze Schweine. Da geht's hoch. Aber das schaffen wir nicht. Na ja, sie sieht doch schon aus wie drüber. Siehst du doch. Klettern wird schwierig. Zusammen schaffen wir's. Ja, schwierig, aber unmöglich. Ich dachte mir schon, dass du das sagen wirst. Hab Eric beim Klettern getroffen. Ich kann uns rausbringen. Oh, ich seh schon die Quick-Term-Events. Was gibt es da zu lachen? Der Ort ist im Arsch. Und wir sind am Arsch. Wir haben keine Chance. Behalt das lieber für dich. Ich werd überleben. Und wenn du das auch willst, dann streng dich lieber an. Daransage. Ach, beide klettern. Okay, ich dachte, die eine sichert von unten oder so. Oh, okay. Wir haben wahrscheinlich auch keinen Seil mehr. Okay, nichts. Und... Kralle. Oh, meine Seite. Ey, komm, jetzt sind wir nur so eine Horde rund, Rota. Oh, bitte nicht. Ich würde sagen, die hat irgendwie eine harte Wunde. Tatsächlich ist es ihre Stimme, wenn sie leise spricht. Du siehst übel aus. Du sollst ja sehr angenehm bei uns bei dir laufend. Ja, was willst du von mir hören? Ja, was willst du von mir hören? Weiß ich nicht. Etwas, das uns von diesem Scheiß ablenkt. Warum bist du Physikerin geworden, wenn du eine Ablenkung brauchst? Okay. Warum bist du Physikerin geworden? Ich meine, du... Ich sehe nicht so aus. Ganz genau. Ah, sollte ich etwa Nerd-Klamotten tragen? Das habe ich nicht gemeint. Ja, aber es hat hier irgendwie... Du fällst nur aus dem Rahmen. Niemand hätte je gedacht, dass ich mal Wissenschaftlerin werde. Das ist mit diesem Heißbottes, komm, da kommst du nicht hin. Etwas nur für mich. Trägert mich so massiv, weil es halt so... Tut mir bekannt vor. Wirklich. So girly-mäßig ist es irgendwie. Nicht einfacher als Queen Bitch. Was? Intim. Es gibt einen anderen. Ah, komm. Wir sind morf... Oh, echt, ja? Ja. Wir teilen das jetzt mit jedem. Es gibt einen anderen. Wir haben einen Mitteilungsbedürfeln. Du wirst nicht überrascht? Wollt er noch zusammen auf die Toilette gehen? Das ist jetzt mal, um uns total ein Klischee zu bringen. So offensichtlich? Hm. Guck mal, und jeder wusste schon Bescheid... Weiß Eric es? Ja. Jetzt schon. Ich wollte wohl einfach loslassen. Mich neu definieren. Hey. Die Geschichte kennst du. Ah, ich probiere mich nicht mehr. Das ist eine große Provokation für mich jetzt. Das hat dir das Ding angetan. Bitte. Bitte. Lass mich hier unten nicht allein. Komm, beruhigend. Ist schon gut. Ich bin hier. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Ja, ich bleib bei dir. Ich geh nicht weg. Ich kann dir nichts verstanden. Ich kann... Wir haben uns nicht versprechen. So will sie machen. Ich bin ehrlich. Irgendwas passiert mit dir. Was hat dir das Ding angetan? Da oben ist Medizin. Vielleicht hilft sie. Aber wir müssen los. Jetzt. Der kommt mit die Zieb. Ich weiß... Keine Ahnung, wo sie Medizin gesehen hat, aber... War Parazitamol da oben, meine Damen und Herren? Das ist ja Morphiumspritzen, oder was? Wir wollten ja eine Morphiumspritze. Das haben wir ja schon... Schon weggehauen. Nimm meine Hand. Aber klettern kann sie noch. Kann natürlich auch sein... Oh, kann ja natürlich auch sein, dass sie absegelt. Die Claris. Gefehlte von dem Stalag. Das schaffen wir nie. Die Stimmen. Stalag-Guten. 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 Hm? Wie geht das von unten? Wir müssen da rüber. Sie macht jetzt ja noch Tatsache? Lass mich zuerst. Hm, reiß dich zusammen oder sieht nicht gut aus? Hm, komm, wir sind mal... Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen Clarice, wir sind fast da. Nee. Wir müssen es versuchen. Genau. Wir schaffen das. Der Kurs wohl aktualisiert. Wahrscheinlich wird sich jetzt untergestoßt. So, ich muss... X mehrfach drücken. Wie gesagt, das wird nicht. Hm. Stürzt sie sich jetzt selber runter? Oh. Was bin ich? Denk an die Vision. Denk an die Vision. Mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber denk an die Vision. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Uh, falsche Tasse. Ich helfe dir zurückgelassen. Ja, falsche Tasse. Ja, falsche Tasse. Aber, aber wir helfen ja trotzdem. Ich... Ich bin die Good Girl. Ach, ich dachte, die schwingt sich jetzt nochmal rüber und holt sie oder irgendwas. Oh Gott. War das okay? Ach, das war jetzt helfen, ja? Ne, das war das Seilen rüber schmeißen quasi. Fuck, wie alt? Wieder zurück? Nein. Muss ich noch was sagen? Du musst zurück zum Tempel. Also was wir doch aus jeder Zombie-Apokalypse gelernt haben, ist, wenn die Leute die Bissen sind, sind sie am Arsch. Und wenn sie am Arsch sind, bist du irgendwann am Arsch. Eigentlich hätten wir weiter gehen müssen. Ja, eigentlich schon. Aber vielleicht gibt's ja wirklich Gegenmittel oder so. Who knows? Ja, 9mm heißen die. Oder in dem Falle, vor allem das Herz. Ach, du bist mal so hart. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G... Also jeder, der hat gesagt, ey, ne ihr habt bloß ein bisschen Fieber. ...3 Sekunden später. Oh, pssch! Ah! Die will nur spielen! Macht nicht, solange sie ihre Party alleine feiern. Die Kameras drinnen haben nichts gesehen. Over. Augen auf. Ja, die sind ja nun wirklich angeschissen hier, glaub ich. Die Jungs. Geh... ... im Kreis auf Patrouille. Ich suche die Ruinen. Aber hier hinten hat nur noch was, was hier muss. Oh! Steintafeln! Oh! 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 What? Aber, ne? Das ist halt auch so eine klassische Vorhersage. Wie soll man denn darauf jetzt reagieren? Irgendwie, äh... Lass zu, dass er dich an dem Hals anfasst. Ja oder nein? Nein. Im Hintergrund, äh... Der grünen, ja auch, aber auch der grüne Nebel war da. Das war so leicht grünlich. Was für grüner Nebel? Dieses, was wir unten auch gesehen haben, wo wir doch mit Rachel unten lang gelaufen sind. Da hat die doch auch gesagt, guck mal was da hinten irgendwie so leuchtet. Das Licht, ja. Und das war doch auch so grünlich. Okay, okay, okay. Funde! Der Katalog, endlich! Der Katalog! Von Hüten! Von Hüten! So, dann machen wir mal das Büchlein auf. Mal gucken, was wir hier so alles finden. Oh, da ist was unleserlich. Ne, doch nicht. Da ist was unleserlich. Immer mehr Funde beziehen sich auf den Fluch von Naramsin. Ist jedoch ein ganz anderer. Der mythologische Naramsin ähnelt der biblischen Figur des Hiob und wurde von den Göttheiten verlassen. Er ist voller Zorn auf die Götter und führt dann Krieg gegen sie. Auf solche Gotteslästerungen folgen Flüche. Der erste davon manifestierte sich als Invasion der Hütenischen Bergstämme. Im Krieg folgte eine Hungersnot, dem Naramsins folgt dem Untergang geweiht. Die Moral ist, dass der Mensch das Leid ertragen muss, egal wie undurchschaubar die Absichten der Götter sind. Naramsin hätte die Prüfungen bestehen müssen, wie mühsam sie auch waren. Als Naramsin sich gegen die Götter stellte, kämpfte er einen Kampf, den er nicht gewinnen konnte. Also ich muss mal, ich muss mal kurz hier für uns, für uns mal eine Lanze brechen. Äh, wenn wir hier vorlesen, denn ist das tatsächlich so... Wenn Sie uns angreifen, dann wahrscheinlich... ...abgrund aus. Noch so optimistisch, Lieutenant? Ich sag's dir, der Colonel würde seinen Arsch verlieren, Peter, nicht angewachsen. Ist unser neuer Freund da unten? Salim? Nee, der ist weg. Wir wissen überhaupt nichts von unserem Feind. Wir kennen weder Gebiet noch Truppengröße. Wir sind arm dran. Keine Ahnung, wie lange die Tore sie aufhalten. Ich hoffe auf das Funkgerät. Wir reparieren es, rufen Verstärkung, sorgen für Gleichgewicht. Sollte da oben ein Funksender sein, wird er nicht allzu weit reichen. Verdammt! Hätte Eric Luftunterstützung erbeten, würden die das Signal empfangen. In den Arsch gefickt vom Obermacker. Okay. Was denn das Funke-Lied? Was ich sagen wollte, dadurch, dass wir hier die Texte vorlesen irgendwie, es ist wirklich tatsächlich so, bevor dieser Text auf diesem Bildschirm erscheint, denkst du dir unterbewusst, okay, dir schauen jetzt tausende von Leuten zu, das sind wahrscheinlich exakt zwei, aber du denkst, okay, jetzt musst du diesen Text perfekt lesen. Und dann hört sich das so an, als hätten wir uns einen Kopf gestoßen dabei irgendwie. Man muss wirklich sagen, wir können lesen. Es hört sich nur nicht so an. Es tut uns leid. Es ist wirklich die Aufregung. Wirklich. Ja. Wirklich. Das ist bei mir auf jeden Fall. Das ist bei mir genauso. Ich will ja nicht wissen, wie viele Wörter ich immer falsch lese, aber auch mit einer selbstverständlichen Sicherheit darüber erwischt. Und da steht oben und ich lese, statt. Aber, das ist so, was überhaupt geht im Sinne im Satz, aber beziehungsweise durch. Vielleicht wenn es da geht auf. Oder, oder, oder wir sagen einfach nichts, demnächst einfach unleserlich. Genau, oder wir blenden einfach die falsch lese Worte ein. So, dann gucken wir mal, was da ist. Ich stelle sich auf ein Bildschirm voller Worte ein. So, lass es so Funke-Lied reparieren. Auch eigentlich ne interessante Geschichte, irgendwie. Betty, äh, Betty, du könntest ja rein theoretisch so ein Funkgerät reparieren, ne? Rein theoretisch. Rein theoretisch, ja. Ja. Wenn ich da jetzt stehen würde und da, Funkgerät ist kaputt. Wir müssen es reparieren. Wenn ich hier weg würde, mir ein Telefon nehmen und einen Stift und dann... Auf geht's! Es ist kaputt. Es ist kaputt. Also, ich wäre am Arsch. Aber, was ist das? Ist das eine Karte? Das ist eine Karte. Ne, das ist eine Tasse. Das ist... Raffiniert. Sie dürfen eine Ausgrabung, um Grabräuber abzulenken. Sie wussten, dass sie unten was... ...besonderes war. Okay. Mauer der Erinnerung. Sagros Mountain. Und, was ist das? Dickside? Fake Dickside. Dicke Sack. Und, was? Fake Dickside. Okay. Oh, er hat Dicke Sack. Schon wird YouTube hier sperren. Okay. Also, wir haben eine falsche Ausgrabungsstelle oder Seite und eine wichtige. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier wirklich, weil es sieht aus wie so der nächste Step kommt. Ich würde noch mal kurz ein bisschen gucken gehen. Aber hier hinten, da waren wir noch nicht. Links von dir hat es auch noch mal. Ach so, hier ist das Brot. Das ist doch ein anderes Brot. Oh. War das Sid? Warte. R73. R73. Ich glaube nicht, dass das eine Relevanz hat, aber... Das ist die Schlachtentafel. Die Schlachtentafel. Bestand genau. Gut. Hier haben wir auch noch was. Minus. Ach guck, noch eine Tasse. Eine Tasse. Eine Sammeltasse. So, okay. Krankengeschichte. Name? Mary. Alter? Geschlecht? 30. Dezember. 0200. Temp. 38 schwitzt. Okay, warte mal. Das sind jetzt hier einfach nur die Werte. Patient wach, nicht ansprechbar. Patientin schwitzt und zeigt Anzeichen von... Gelb sucht. Nicht ansprechbar. Fiebermittel zeigen keine Wirkung. Das sind so die Auswirkungen, was wahrscheinlich jetzt auch deine Freundin da bekommen wird. Meine Freundin. Das ist quasi der Krankheitswiedergang, ne? Genau. Bis zur... Transformation. Kurze Faser der Klarheit. Sie sagt, sie habe Vision der Dunkelheit und könne die Farbe rot schmecken. Valiert das Bewusstsein. 1 Uhr erwacht, schreit über Monster in der Dunkelheit. Fieber steigt. Thor zunehmend gelb verfärbt. Puls immer noch schnell. Schläft. Anmerkungen. Zwei Tage seit Kontakt zur Kreatur. Oha, okay, also... Zwei Tage Inkubationszeit. Oha. 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 Was hier noch? Was hier noch Schönes? Ah, wunderbar, dass ich, äh... Das ist geil, aber diese Sequenz dauert doch halt auch immer ewig, bis er durchnimmt. Mhm. Zu Händen fahrende Hüten. Neue Freunde zum Katalogisieren. Tonkrüge. Akad... Akadisch. Viermal... Was? Knochenpfeifen? Dolch? Verziehen? Besitzende nackte Statue? Was? Wo? Sternensymbol? AJ. Entschuldigung bitte. Mir ist was drunter gefällt. Wie geht's dir? Ja, war halt die nackte Statue, das hatte ich einfach so ein bisschen, äh... Oh, was nackte... Ah, äh... Ne. Ich dachte, das ist jetzt der, äh... Wo, wo, äh... quasi... Ja, sie losgeschnitten hat, so sagt er, so, so, äh... Aber... Ach so, da. Schön stammelter Satz hier. Äh, äh, äh... Äh, äh... Lolli. Lolli ist auch gekommen. Bei Venu und Steve, ey. Toll. Super. Ah, so, jetzt gehen wir doch hier oben gucken. Weil, ist so schön. Wobei... Ne, warte mal. Hier oben kommen wir ja nur zurück, ne? Kann das sein? Na, oben müssen ja alle vermieden sein. Was? Ne? Da ist ja alles... Ja, okay. Wir kommen um die nicht weiter. Und, äh... Ja, die Treppen jetzt wieder runterlaufen. Ach, das ist halt ein Träumchen. Das ist halt... Aber da lässt er sich halt durch Zeit... Das ist halt... Das ist halt so ein... Hier, Tarja. Ach, Gott. Den Nick. So, da oben haben wir ja noch dieses Funky-Funk. Ach, du. Mal ein blöder Scherz. Was meinst du, was der Papa von ihm gesagt? Ich habe nicht gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Er sagt wirklich nichts. Okay, gerade er sagt Nick. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, der Stefan Horus, er lasst drauf. So, wir haben noch mal schönes gefunden. Oh, das ist so unleserlich. Ach, da freue ich mich ja schon. 29. Dezember. Pullman meint, dass das Funkgerät unleserlich will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpft in unleserlich, sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an unleserlich, obwohl ohne Beweise alle verdichtig sind. Ich kann im Moment lediglich die unleserlich. Das ist super. Okay. Ja, man kann sich die Story so ein bisschen so an den Haaren herbeiziehen, irgendwie, selbst durch unleserlich, aber so wirklich... Also klar, sie dient so ein bisschen zur Spielverdichtung, aber wirklich... Die Information wird auch nicht vermittelt, oder? Also... Der Rest ist unleserlich. So, komm, lass uns das Funkgerät dabei. Du musst mir helfen, dass ich den Aufmerksamkeit bringe. Mal gucken. Was braucht er denn alles? Okay. Und Funkgerät. Das Ding wurde doch sabotiert. Aber warum nur? Was Besseres haben wir nicht. Wenn sich was bewegt, Rückzug. Drin ist es sicherer. Sind Sie da sicher? Ist da nicht der Iraker irgendwo? Er ist in die Tunnel gelaufen. Dann ist er so gut wie tot. Er gehört nicht zu uns. Scheiß drauf. Na? Danke. Nicht, dass wir in einem Hubschrober kommen. Gute Arbeit, Sergeant. Hier ist er. Mit Funkgerät. Mal erst mal ein Kübchen. Sollten wir vielleicht nicht anmachen? Das Zeug bringt dich noch um. Klar, weil gerade nichts mein Leben so bedroht wie das Raum. Wo ist mein Feuerzeug hin? Und er weiß es. Er weiß es. Er weiß es. Dann reparier den Sender. Wenn wir ein Signal herstellen und Centcom rufen können, dann ist es nicht mehr weit bis nach Hause. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Techniker. Mervin hätte das hingekriegt. Ach was. Hast wohl Pech gehabt. Was macht denn dein Kaffee-Klatsch oder was? Was macht denn das? Das sind die Schrauben, die sich in den Schrauben verabschieden haben. Es gibt eine Sprache hier. Er ist der Ardol. Salim, du hast mich gehört. Oder du hast mich gehört. Sie haben die Amerikaner gewählt. Sie werden uns verletzt. Entschuldigung und weg. Entschuldigung? Nein. Entschuldigung. 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 Das werde ich in seiner Stelle nicht gemacht habe. Alter, du musst doch das ausdrehen. Alter, was los wird? Komm mit einer Kiste rum. Ich brauche mehr Zeit. Was hat er, was? Colonel, verschanzen Sie sich im Tempel. Ich bleibe hier. Sie müssen für den Kameras die Flanke schützen. Ich mache das. Lieutenant, ich... Ich sagte, ich mache das. Los! Ich habe nichts die Flanke zu nehmen. Der Attend. Ich habe das. Ich habe die Flanke zu nehmen. Nein, ich habe die Flanke zu nehmen. Der eine Flanke war hier. Oh, ich habe mich. Ich habe die Flanke zu nehmen. Das wird nichts. Halt. Still. Die haben doch nicht ewig Munition. Was war der Hund? Geh hin, Lina! Er ist los! Nein, denk nicht einmal daran. Flanke angreifen! Nur so werden wir diesen Klauen endlich los! Geht's eine Deckung! Einfach rein, nein! Seine Flanke! So interessant, dass sie die ganze Zeit mit Leuchtspur-Munition schießen. Krieg keinen guten Schuss! Was stimmt nicht mit dir? Bleib hier! Na, wen haben wir denn da? Ach, ja echt, wirklich nur. Das war ein scheiß Headshot. Die hat die Lappe geschossen. Eigentlich hätte ich Klaue, oder? Eigentlich hätte ich es nicht gehabt, ja. Das war natürlich nur eine richtig ohne Nummer jetzt in die Aktion. Schnell! Oh! 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 Schnell! Schnell! Oh! Schnell! Schnell! Oh! Haben sie ihn denn überhaupt ver... Schnell! Schnell! Rachel? 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 Oh, da ist jemand Fiss. Oh! 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 Ich hab' gesehen, wie die dich... Oh! Da ist jemand Fiss! Oh! Oh! Wo ist Eric? Jetzt halt so ne Alpha Scheiße jetzt hier. Oh, achso! Das kann man doch auch, äh... Naja. Äh, was ist hier ernst? Ich wollte nicht mehr warten. Äh, einfühlsam. Ich wollte warten. Nö, ist doch so ernst. Jo, die Inskalation ist ja jetzt weiter Vorname, wa? Bis ich loslassen musste. Immer treu. Immer treu, was? Beim Kappen des Salz galt das wohl nicht. Was ist los mit ihr? Sie ist infiziert. Sie, sie wird zu einem dieser Dinge. Warum ist sie jetzt hier? Sie braucht Hilfe! Ihr hilft nichts mehr! Sie sollte nicht hier sein, stimmt! Wir müssen... Warte! So, warte. Besorgt oder rebellisch? Das entscheidest nicht du. Sie brucht Hilfe, ja. Sie brucht Hilfe. Sie gehört zu uns! Aus dem Weg, Rachel. Es ist zu spät, Rach. Wir können sie nicht retten. Das kannst du nicht wissen. Ernst, Gerald. Wie heißt es bis jetzt? Und jetzt auf dem Weg. Äh, was ist das, Eric? Was soll das, Eric? Auf wessen Seite bist du? Hier geht es nicht um Seiten. Wenn wir das überleben wollen, musst du langsam wie ein Marine werden. Hat sie denn schon die Zähne bebracht? Macht ihr doch ein Ende, Alter. Nein! Na? Festhalten! Oh ja. Lass mich los! Nein! Gnarentod. Sie Dreckskerl, das war Mord! Sie war doch längst tot. Hätten Sie Joys Zustand gesehen, würden Sie verstehen. Keine Mätzchen mehr! Reißen Sie sich zusammen! Leute! Ein Zug zum Haupttempel! Wohin? Zum Haupttempel? Zum Haupttempel. Oh, lass mal die jetzt nicht vorlofen, hier. Ach komm, jetzt sei nicht so naiv, Alter. Was wäre denn eine Alternative gewesen? Ich wollte gerade sagen, so. Jujujui! Headshot weiß ich ja, glaube ich, gerne. Und wie, eigentlich musst du doch fehlen. Fehlen? Oder vielleicht verbrennen sogar. Oder verbrennen. Wir brauchen den Generator! Ohne ihn sind wir blind! Ich, vielleicht mal, um die Scheiße zu machen, Alter. Ehrlich! Los! Riegel! 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 Ja komm doch, guck mal hier! Ja komm doch, guck mal hier! Oh! Oh! Gibt es hier Minen? Leider nicht ausreichend! Explosion! Nein! 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 Äh, dass die sie jetzt noch nicht mehr gucken? Oh. Erik? Das kommt doch bestimmt mit dem UV-Licht, oder? Wir brauchen den Generator, sofort! Sonst sind wir am Arsch! Hat jetzt jeder noch mal kurz so irgendwie namentlich erwähnt? Oder? Ja, mach mal noch die UV-Licht, oder? Scheiße! Das ist unser Haus! Wir bestimmen! Der Rick-Pilates! Wer habt ihr Wichser? Nicht laut! Scheiße! Sie brechen durch! Die Dinger sind schlimmer als Retten! Ruhe! So emotional, Rachel! Oh Gott! Du wertlose Haufen Schrott! Beides oben! Und jetzt sieht sie hoffentlich auch den oben! Jawoll! Jetzt sieht sie hoffentlich auch den Draht, der quell spannend ist denn! Jemand was dagegen? Sie brechen durch die Grenze! Wenn jemand Ideen hat, dann raus damit! Komm schon, komm schon! Es muss doch etwas geben! Warte! Ja! Okay, gehen wir in die Katakomben! Wir müssen runter! Das ist bloß so dumm! Ja, was mache ich jetzt? Feuer noch mal zurückziehen! Rotz raus! Nein, wir ziehen uns zurück! Oh Gott! Ich wollte die geschnallenden Aktien sehen! Ängstlich! Oh, je! Oh, je! Ich will nix! Nee, wer ist da jetzt? Was ist denn? Was ist denn? Oh, Jason? Wie bist du denn hier? Nicht Jason! Oh, der fucker! Ach, ich dachte, da steht Nick! Nee! Nick ist doch schon geflüchtet! Und jetzt kommt doch die Minen! Jetzt, jetzt gilt es! Jetzt kommt doch die Trickte mehr! Die Minen! Bleibt in der Mitte! Bleibt an der Wand! An der Wand! Na? An der Wand! Bleibt an der Wand! Achso! Bleibt an der Wand! Du hast ja die Mitte zugeliegend! Genau! Ja. Sober Opferkammer Schleiße Wieso laut? Ich glaube ich höre sie Die Explosion hat uns abgeschnitten Wir sollten weitergehen Kommt bestimmt Salim Genau da, hier Die sind schon da Die haben bestimmt schon einen Hinterhalt hier Die sind Ambisch Hallo nochmal Mein Chef ist sauer Ja, das sehe ich Was ist da passiert? Mit Harakos Dein Freund ist mir ein bisschen zu schreckhaft Das macht mich nervös Die Waffe runternehmen Könnte helfen, alle zu entspannen Ich habe das Gefühl, dass wir Gute Freunde sein könnten Wenn diese Uniformen nicht wären Was aber? Klappe Ich würde sagen Wir legen diese Penner um Was denken Sie können? Komm mal wie ohne Sie entscheiden können Na? Keine Wir brauchen sie Wir brauchen sie Ich würde sie gerne fest Den Anfang Wir brauchen sie Sie sind der Feind Aber wofür brauchen wir sie? Arbeiten wir zusammen Es ist der einzige Weg Sie kommen Wir müssen die Tür öffnen Warum steht ihr da herum? Helf Denk nicht einmal dran Fuck Jason Der Feind des Feindes ist unser Freund Im Intro war es nämlich genau gleiche Wir haben auch zwei zusammengearbeitet Die eigentlich Feinde waren Und wen war tot denn Aber Ich weiß kein Schwarz Ich nehme den Korridor Scheiße Das ist jetzt heiß Aber Das Leben besteht aus Wiederholung Das sieht aber sehr entspannt aus Naja Ich halte somit in der Hand Opferkammer 348 Fuß Scheiße Ich soll mir da irgendwann mal überhaupt mal wieder rauskommen Wir gehen irgendwie immer nur tiefer Willkommen am übelsten Ort Auf der ganzen Welt Ja Oh nein Überlebe den Angriff Na das ist ja toll Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Shoot Oh shit Die Erkenntnis kommt spät. Ja. Ja, wegschneiden, wegschneiden die Typen. Bis jetzt kann ich mal nichts draus gehen. Wollt er nicht sein. Ach er. Der hat einen da rüber gehen. Der aus dem Intro. Oh, gute Fix find ich auch geil. Eugen, wir nimmst mal das Gewehr. Oh nein. Oh nein. Salim! Salim muss ich jetzt machen. Oh nein. 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 Oh ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und er ist geflüchtet oder was? Wahrscheinlich, weil du ihn gerettet hast. Witz ist natürlich jetzt sehr unerwartet. Dass er hier stirbt, ist ja okay. Also, ist nicht okay, aber... Das ist vertretbar. Vertretbar ist auch falsch gesagt, aber... Ihr wisst es, was wir meinen. Das ist ja Zeit. Krass. Jason verloren. Rackel verloren. Aber haben wir nicht Nick auch verloren? Nee... Nick... Naja, Nick wurde nur in die Ecke gepoppt. Und wir hatten nur einen Clean-Balic-Check gekriegt. So einen ganz Dezenten. So, wer liegt jetzt da drunter? Ach! Was? Warum? Wie? Okay... Leg dich nie mit einem Marine an! Oh... Okay... Ey... Ja, die... Amis stehen halt auf ihr Militär nach. Komm, wir stellen uns. Wir sind zufrieden. Wir sind zufrieden. Ich komme in Frieden. Bewegt dich ja nicht. Jason hat wirklich einen sehr nervösen Zeigefinger. Der Scheiß hier. Geht auf euch. Ohne euren Hinterhalt wären wir gar nicht erst hier. Beruhigend. Ich will dir wirklich nichts Böses. So willst du mich jetzt beruhigen? Ich wär's. Ja. Ach was. Ich bin der mit der Knarre. Im Ernst. Ich bin froh, einen Menschen zu sehen. Na siehste. Dieter! Hat er denn jetzt Dieter damit zu tun? Was? Wir können wenigstens... Was? Hat er nicht gerade gesagt Dieter? Dieter? Dein Freund meinte... Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dieter! Das stimmt nicht immer. Aber wir überleben nur, wenn wir zusammen kämpfen. Das Schwert und der Schild. Bisschen arg geschwollen. Aber gut. Du Kitschen im Marine Spruch hier bringen, wirst du? Da ist das... Einträumchen. Finde deine Verbindeten. Bleib auf der Hut vorgefahren. Durchsuche die Ruinen. Okay. Oh, ich bin Zerlin. Einträumchen. Ja, dann schauen wir erstmal. Hat der Lieben mittlerweile auch so'n Walkie Talkie von den Amerikanern? Wenn du auch nur versuchst mich zu verarschen. Ich schwöre dir. Den Versuch überlebst du nicht. Der hat auch gar nicht so'n Walkenstöpsel gehabt. Denkst du Marines machen mir Angst? Untersuchung, okay. Ist hier noch was? Sieht nicht so aus, als ob das hier so weitergeht. Seht wie die einzige Chance aus. Einer hält das Tor auf. Der andere schlüpft durch. Ja, und danach? Wo macht er immer seine Stange fest, fragt mich. Das ist wirklich... Was ist denn? Los! Ah, so. Aha. Alles okay. Was glaubst du denn? Es ist blockiert. Ich muss einen anderen Weg finden. Super. Der eine hat noch Maschinengewehr, der andere hat nur einen Stab. Stab. Hier geht es durch. Aber ich muss meine Seite freiräumen. Oh je. Mach schnell. Sie könnten überall sein. Das haben wir doch gesehen. Ja. Du hast du eine Klamotte weg, Alter. Wie alt gerade. Äh, gleichgültig wechseln wir das Thema. Düster. Das sind Vampire. Düster. Das sind Vampire. Unmöglich. Mein Vater sagte, wenn es nach Scheiße aussieht und nach Scheiße riecht, musst du es nicht auch noch probieren. Das sind Vampire. Wir müssen zusammenarbeiten, um sie zu besiegen. Ja. Sieht langsam wirklich so aus. Geh durch. Hm. 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 Das ging noch gerade so gut. Knappe Kisse. So. Äh. Ja. Was wirst du als erstes tun, wenn wir es hier rausschaffen? Meine Sohn. Und du? Was willst du tun? Was willst du tun? Vermutlich nur was trinken gehen. Eine Menge unleserlich sein. 31. Unleserlich. Unleserlich ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Unleserlich. Diesen gottverdammten Ort gereist haben, was gereist waren. Dass mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als unleserlich das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie unleserlich. Unleserlich ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. Okay. Da muss ich sagen, das ist nicht traurig. Du wirkst eigentlich ganz in Ordnung. Also sag es mir. Warum hast du für Saddam gekämpft? Wir hatten keine Wahl. Wie so oft am Leben. Wie so oft am Leben. Dein Freund Nick. Ja. Ich mag ihn. Okay. Also wir haben ja nur das und das. Glück gehabt. In einer anderen Situation hätte er dich gekillt. Hast du den Stift bereit? Ja. Er hat 32. Hat er Ritualtafel? Hm? Sehr gut. Na gut, dann gehen wir jetzt mal... Achso. Achso. Ich komm hier nicht runter? Ey, jetzt steht er mir hier im Weg. Geht doch mal... Hallo! Er will nicht. Komm ich hier durch? Die ist so da lang. Meine Güte. So. Das einzige, was wir... Das einzige, was wir jetzt noch haben, ist diese Tür. The Gate. Und... Push it! Was bedeuten die Symbole auf deiner Mütze? Hm. Um die Toten zu ehren. Deshalb kämpfe ich. Ein Grund ist wie der andere. Es ist ein guter Grund. Der einzige Grund. Können wir die Twin Towers darstellen? Das wies ich nicht. Aber wir sind respektvoll. Ich habe kein Problem mit dir. Dann hast du wohl irgendwas verpasst. Also... Es gab mal einen Mann, der baute sein Haus am Flussufer. Als die Flut kam, spülte sie die Wände weg. Als die Dürre kam, trocknete der Fluss aus und er hatte Durst. Insekten stachen den Mann andauernd. Aber jede Nacht, sagte er seiner Frau, wir haben so viel Fisch. Dein Volk wollte diesen Krieg, Jason. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Du solltest einfach mal die Klappe halten. Die Klappe halten einmal der Wände in der Flussufer. Ich finde das! Was ich weiß, was ich verstehe? Ja! Ja! Ja, 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 ja. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Na dann, lass uns mal weiter gucken. Wenn, ja, laufen. So gehen. Okay, gut. Sind wir jetzt eigentlich in diesem Gebilde, was quasi auf der Karte erkannt wurde? Was unten noch viel größer sein soll? Oder kommt das jetzt noch? Weil wir müssen jetzt irgendwie, wir gehen ja immer tiefer und tiefer und tiefer. Irgendwo, wo kommen wir überhaupt an? Ja, ich würde sagen, in diesem Gebilde, was war dann auf der Karte, was nicht entdeckt war. Also wir sind da noch nicht. Ich würde sagen, nee. Ich glaube, es geht noch eine Nummer tiefer. Achso, wäre jetzt eine Vermutung. Wo dann die richtige Grabstelle quasi am Ende dann auch ist. Also wir hatten ja einmal diese Fake-Grabstelle. Ja. Und einmal die richtige. Aber war doch schon der Tempel. Also wie, wie... Was ist denn hier? Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich nicht weiter geradeaus laufen kann. Das ist keine Fütze. Das ist ein leichtes Schlagloch. Ja, also auf jeden Fall geht es noch tiefer. Ich würde sagen, es geht noch auf der Map, also quasi an dem Gebirge, ganz unten links, müsste das ja gewesen sein. Ja, ja, man hat diese Art Labyrinth, was er gesagt hat, ne? Genau. Aber was soll denn das sein? Was ist denn das da für ein Schreibtisch? Der sieht neuartig aus. Mhm. Die waren schon da? Die sind so tief gekommen? Das ist wohl eine Krankenstation. Könnte nützlich sein. Krass. Wenn du 60 Jahre altes Dynamit einpacken willst, dann bitte. Warum nicht? Also... Naja, weil es instabil wird irgendwann. Ja, aber macht trotzdem doch noch Bumm, oder? Ja, aber im schlimmsten Falle macht es Bumm in deiner Tasche. Hier gibt es doch nie was, oder? Immer. Ist hier irgendwas zu entdecken? Was hier... Nö. Scheint nicht. Schade. Willst du einen Witz hören? Na? Nein. Okay. Hat Nein gesagt. Dann lese ich, was unleserlich ist. Okay. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw unleserlich. Aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach demselben Schicksal, dem auch unleserlich. Ich möchte unleserlich. Okay? Hat er sich gut ausgedrückt. Schon alles mitgesagt, finde ich. Das ist ja eine Krankenstation. Ist das jetzt... Nee, kann ja nicht ein... Achso, die werden natürlich das erforscht haben, irgendwie, ne? Diese Wesen und, äh, das Krankheitsbild in Anführungszeichen immer. Okay, ich muss schauen. Da auch diese Trage, so... Als ob die die... Festgesort hatten, irgendwie dann wirklich Experimente vielleicht auch noch durchgeführt haben. Oh, äh... So, das ist diese riesen Statue, ne? Aber das ist ja eigentlich Statue. Autopsie-Notizen. Große Mengen Blut im Magen. Analyse der Blutprobe zeigt hohe Adrenalindichte. Ernährt sich durch Organismen von Angst. Jagdopfer Angst ein. Adrenalin wird ausgeschüttet. Angriffe? Okay. Also, quasi wie die Las Plagas von Resident Evil. Genau. Stimmt. Der Organismus ernährt sich von Angst. Also von dem Adrenalin im Blut, quasi. Schauen. Und die werden doch jetzt hier irgendwie unten diese Krankheit erforscht haben. Irgendwie so sieht das aus. Guck mal, und hier geht es mich noch weiter. Das. Das hat immer... Stimmt, ja. Das hat jetzt also die offizielle Grabstelle, ne? Des Tempels. Und dann hat es nochmal die... Also die Fake-Grabstelle war der Tempel. Und die richtige ist jetzt quasi ditte, um was das hier jetzt quasi geht. Also, was uns dahinter quasi dann erwartet, meinst du? Naja, so nach dem Motto, äh, okay, hier ist ein Tempel. Da wurde mal, das ist die Fake-Stelle. Aber wir wissen ja schon, was ein Tempel ist. Wir wissen, hier gibt es eine Krankheit, die müssen wir erforschen. Und deshalb gibt es die richtige Grabstelle jetzt wahrscheinlich da, wo wir jetzt gleich hingehen. Und den Ursprung der Krankheit zu finden. Na ja, gut. Aber vorher haben wir noch was von Mary. Eine Sammeltasse. Eine Sammeltasse, eine neue. Krankheitsgeschichte Mary. Das hatten wir doch schon mal, oder? Temperatur, Puls hoch, gefährlich, schlägt pro Minute. Patiente meist bewusstlos, wacht gelinglich auf und schreit. Schwitzt weiterhin krankhaft. Salzversorgung niedrig. Bewegung unter der Bauchdecke um die Nebennieren herum. Ach, Kackenkopf. R-Punkt redet zur OP zu diagnostischen Zwecken. Aber ich fürchte, M-Punkt wird das nicht überleben. Patiente wird immer schwächer. Weitere Bewegungen unter der Haut. Parasiterer Organismus. Eintritt des Todes. 20.13 Uhr. Okay. Oder auch nicht okay. Ja. Okay, also war Randolph der Arzt hier? Nein, das ist doch... Der ich mal lustig ein bisschen rumexperimentiert hatte. Ah, okay. Na, dann muss ich sagen, komm, mach das jetzt auf. Mach das jetzt auf. Geh durch! Okay. Höhlen. Was immer da unten ist, die Forscher waren zuerst da. Warte mal kurz. Was machst du da? Denkst du, sie leben noch? Das lässt hoffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Fängt zwar ziemlich später mit an, aber okay. Die Idee dahinter ist nicht schlecht. Ne. Steinhöhle. Ich habe Steinhöhle. Hm. Deine Frau? Das muss doch sein. Ach nee, ist doch das. Ist doch das, Heinz, genau. Da kennt man jemanden all die Jahre und kennt ihn doch nicht. Ich wusste nicht, dass er verheiratet ist. Ist das das Arschloch von vorhin? Er hat's nicht geschafft. Ist okay für mich. Ein Bösewicht weniger. Es kommt der Tag, an dem du dein Verhalten beruhigst. Ja, das ist ja... Ich bereue nichts. Ja, das ist ja das grüne Licht, von dem du gesprochen hast. Kettenzügel. Was haben die da gemacht? Ganz schöne Wundertüte hier. Was ist das für eine Scheiße? Was hältst du davon? So was habe ich noch nie gesehen. Hier müssen wir aufpassen von Nick, glaube ich. War das nicht so, in der Vision? Siehst du das Aufzugskabel? Ja. Sie müssen runtergegangen sein. Aber wohl nicht mehr nach oben. Die Seilwinde sieht gut aus. Nein. Nein? Wir gehen da nicht runter. Die Archäologen saßen da fest. Was sagt dir das? Wir sind keine Archäologen? Unsere Welt ist da oben und nicht da unten. Tja, eine Monsterarmee steht zwischen uns und da oben. Sie kommen. Start es. Du Spinnst. Die Vampire kommen garantiert von da unten. Willst du sie auf ihrem Boden bekämpfen? Das habe ich, seit ich in diesem Land angekommen bin. Bring den Aufzug zum Laufen. Das ist ja so unheilend schwanger. Real geht's ja nicht mehr. Oh Gott. Oh, nee. Da wird gar nicht. Da wird müh. Das ist doch irgendwie bedankend ablehnen. Das ist doch irgendwie bedankend. Ein uraltes Grauen wurde aus seinem Schlaf erweckt und giert jetzt nach Blut. Wie viele die Schatten wohl verschlungen haben. Hoffen wir mal, dass Sergeant K. nichts Bedauerliches ereilt hat. Wen der Abgrund verschlingt, kann selten davon berichten. Und Jason und Salim, Erzfeinde, die das Kriegsbeil nicht begraben können. Außer das Beil ist im Rücken vergraben. Ich möchte ja kein schlechter Gastgeber sein, aber die Zeit arbeitet gegen uns. Ich warte dann hier, um ihre geretteten Schützlinge zu begrüßen. Oder um ihre Überweste zu vergraben. Der Whisker ist geimpft. Eist als Siegne ein Unterbrechen aus dem der거를 Reaktion von Hände und Hände erh Metal. Und ich bin mit den Schlaf da. Und ich bin mit der Schlaf! wir sind in der tiefsten provinz was hast du erwartet melon kavier nicht gerade die tollsten flitterwochen oder ich erinnere mich daran dass ein bestimmter jemand eisklettern wollen eisklettern ist entspannend was ist los der kerl der mich bedient hat er hat mich so komisch angeschaut ah der kriegt wohl hier draußen nicht als so auf deine frau wie dich zu sehen und noch frisch geduscht er hat schräges zeug erzählt was denn ach nichts fahren wir komm erzählt er sagte dass ich nie wieder so glücklich sein würde wie jetzt was soll das denn das glaubst du nicht oder natürlich nicht du weißt alles was ich will rage ist dich glücklich zu sehen egal wo wir sind und was wir durchmachen ich bringe dich immer zum lächeln siehst du lächelst nächstes mal pfeifen nach mir und ich komme und verteidige deine ehre du wärst mein treuer schutzhund schatz das heißt immer treu dabei kann ich echt gut auf mich selbst aufpassen und jetzt setzt dich richtig hindu provinzler alter sag mal wie das ist die haben uns jetzt gerade richtig den arsch aufgerissen die haben uns gerade richtig auseinandergenommen ja wer ist das ist der drackel ja ok also wir wissen sie lebt in anführungsstrichen aber sie wird definitiv infiziert sein ich wollte gerade sagen ich dachte du wärst tot ich dachte du wärst tot jetzt mal schön eric okay der sperrspinner kommt gesehen hinten war noch der kurator hat mir gerade nicht hinten an der stadt natürlich jetzt die lampe kaputt man hier genau ein vernünftigen hätte ich verstehe nicht über diese rum mir rühre weiter fix ist der shit okay ja dann lauft weiter die sind gleich noch nicht stehen der typ ist immer nur da kommt der ist aber noch ein speedro ey oh nein in ihm oh shit mhm na eric was sagst du helfen 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 moin mal helfen eric oha das war knapp achso und smashen hochziehen noise ich wollte ihn ja als arsch spielen aber ich kann nicht aus meiner natur raus ist mein naturell der held zu sein so wie eric so wie ericke aber ich glaube eric vesca ne er wird das Vieh wird noch nicht tot sein aber jetzt sind wir im gleichen raum wie äh äh jason und saline ne hier ging es doch jetzt gleich zum fahrstuhl oder ist das für jetzt ging es von hier aus direkt zum fahrstuhl ist wohl im tunnel verschwunden bin ja ich glaube ja er lebt noch jason lebt noch vielleicht sieht es ja doch gar nicht so schlecht aus vorhin danke für ihre hilfe viel sangler blick so worauf wartest du eine extra einladung gehen wir es ist zeit es ist ganz sicher noch nicht zeit wir müssen es ihm sagen nick hör zu nein nein du hörst zu wenn ich hier unten sterbe dann wenigstens als ehrlicher mann ich mein's ernst er meinst ja nicht dass er eins und eins zusammen zählen kann oder was du wolltest es ihm bei zeiten sagen du musst es ihm jetzt sagen sag ihm die wahrheit du trägst keinen ring weil deine ehe schon vor einem jahr zerbrach er hat recht es ist zeit dann erklär es uns mal jetzt ist das dein ernst ja jetzt ist vielleicht die letzte chance sehr gute zeiten schlechte zeiten er ist ja wirklich eine schlechte soap hier ey du und ich wir hatten was besonderes aber das ist sehr lange her warte mal wer ist denn dran du ja schockiert nichts sagen nichts sagen einfach nichts sagen ich wähle doch nicht ich weiß nur was das beste für mich ist ich will ein neuanfang fang mit mir neu an nein ohne dich nach der trennung war ich lange zeit ohne hoffnung nix ist hoffnung ja nichts sagen wieder nichts sagen du musst einfach mal stoisch zurückhalten sagst du ja ok ja dann muss man auch mal wissen wir ob man die fresse hält das ist toll wie die sie alle anschweigen gerade lassen sie los mann ach das ist alles schade das ist halt auch so cheesy das wirkt so alles so deplatziert gerade irgendwie es ist auch egal wenn wir hier sterben mir ist es nicht egal suchen wir Kolchek weil eins in eins wird er auch zusammenziehen können wenn er euch hat knutschen sehen dass ihr jetzt nicht gerade irgendwie das ist jügerbelebte oder was ach guck mal jason und saline oh jason unbekannte struktur ja jetzt kommen wir zu dem konstrukt quasi welches auf der karte verzeichnet war oder auf den auf den satellitenbildern was wird das sein das ist ein myzennetzwerk ich hab schon viel krankes zeug gesehen aber das hier schlägt alles das ist eine Wurzel komm runter willst du auf sie warten oder musst kein Flugscheißer sein gehen wir erkunden ja und er immer noch da mit diesem mit diesem Metallknüppel äh klasse benutzt es sich nochmal ansehen was können wir denn hier machen ja ansehen ist das ein sicherer Rücksblick was zur Hölle war das ja ok das Neonleuchten ist natürlich so ein bisschen unheilschwanger möchte ich mal meinen da drinne aber letztendlich finde ich kann die schon schlimmere gesehen dort irgendwie um jetzt zu sagen äh was für eine kranke Scheiße das stimmt so Fund Mappe 3 von Hüten von Hüten von Hüten ok weiter oh ok so ich werde heute mal ein bisschen in diesem Bellizeug nicht so durchstimmen 29. November viele der Funde belegen unsere These dass der Tempel für Opfer genutzt wurde wir wissen dass eine jahrhundertelange Dürre das Arkadische Reich bedrohte dieselbe Dürreperiode die auch das alte Königreich der Ägypter in Ägypten heim suchte die Dürre führte zur Massenflucht aus vielen misopotamischen Städten und lockte die barbarischen Stämme der Gutea aus den Bergen hinab auf das Flachland es kam zum Krieg zwischen ihnen und den Arkadern in diesem Tempel finden wir Belege dafür dass man verzweifelt versuchte die Götter milde zu stimmen zugehörige Funde R6 schwarzer Onyx misopotamisch Urdreitypzeit was Onyxsteine waren ein Symbol für negative Energie und Unglück vielleicht aufgrund der Überzeugung dass böse Uduk-Dämonen die Welt bevölkerten R19 Stein mit Loch ok ist so ne Scheiße alter Stein mit Loch großartig kennt jede Kind von Ostsee äh R19 Stein mit Loch misopotamisch Urdreitypzeit der Stein zeigt Figuren die ein Sonnenfinsternis anbeten zusammen mit R6 bildet das Stück ein Sonnenfinsternis ab die eine Katastrophe voraussagt ok also jetzt mal ohne Scheiß wenn du ein Stein mit nem Loch findest sagst du oh oh ja na den den katalogisieren wir erstmal jetzt gucken wir erstmal ob wir hier wieder so ne schöne Streuntorfe finden was denn hier ah oh hör mir oh 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 und wir haben uns freigeschaltet zerfleischt na toll militärische Verluste oi ok äh aber genau das ist es ne du kannst quasi präventiv nicht wirklich darauf eingehen irgendwie und sagen oh naja dann machst du mal irgendwas anders also wir haben nur gesehen jener von diesen ich nenne es mal vorsichtig Vampiren hat äh Salim mit hoher Geschwindigkeit in die Sicht und hat ihn streichelt sagen wir mal so das ist ja schön beschrieben Film hoch was jetzt hier können wir uns einfach nur umsehen ok was ist das ein Kokon die Dinger kommen wohl von hier riecht mal vor mal die Hüt seit wann bist du denn Wissenschaftler ach der Mikran hat nichts in der Schule wir sollten da wegbleiben ok ja vielleicht vielleicht aber vielleicht sollten wir ne drauf einnehmen und nicht da rannehmen jeder von weg geh weg da ok ist ja gut ist ja gut vielleicht reagieren wir quasi auf näher ne so wie Alien-Eier weißt du dass die denn schlüpfen ja ja so Facehugger-Style was gehört ein weiteres Buch Randolph Hoxton vielleicht erfahren wir sowas nützliches gehen mal schauen oh oh schön das ist ein Sammelordner mal gucken steckt das wieder oh nee er liegt es wieder hin naja so das alles oh ich habe eine Seite gefunden ich weiß nicht ob wir da hingehen sollen weil es ist ja auch in der Nähe von einem Kugon ja wir müssen auch mal was riskieren ach so ok ich sende widersprüchliche Signale äh oh er sieht nicht über aus er sieht nicht über der Eis ne aber es braucht auch nichts auf ok ei 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 was war hier glänzt ne Menge oh was haben wir da eine Uhr eine Taschenuhr ein Titel Uhr mein Koppers ist da vielleicht ein Nacktpilz einer Holden drin ne ich mach das auch ja ist es muss meine Frau sein der Klassiker ist nicht gut ausgegangen naja was ich darf nicht so enden tja er hat einen Sohn wissen wir eigentlich über den Familien Background der anderen ein bisschen Bescheid die sind glaube ich alle ungebunden also ne kinderlosen ja die sind glaube ich nur von Salim dass er ein Kind hat einen Sohn ach jetzt geht es wieder unleserlich na das wenn dieser Tempel fällt wären meine Frau und ich unleserlich Punkt schön wenigstens da schulde ich dir das schulde ich dir das Porträt äh das ich mir meine Uhr äh bei mir was nochmal kurz äh das Porträt das ich mit meiner Uhr bei mir trage zeigt die Mary die ich mich erinnere nicht diese unleserlich ok anscheinend hat sich seine Frau verwandelt kack ja also bitte seht's mir auch nach irgendwie wenn ich hier heute mal wieder durch die Texter stolpere äh aber der Tag war schon echt fucking lang irgendwie da vor allem auch bei der Satzgestaltung mit unleserlich weil hört er mittendrin auf ja das hat er sowieso schon immer so komisch oh guck mal hier können wir hier kommen wir weiter das ist aber wahrscheinlich jetzt die Frage wollen wir nochmal zurück oder meinst du wir haben alles erkundet ja da kann man sich da immer sicher sein wir werden bestimmt schon Sachen übersehen haben aber ich würde sagen komm lass uns mal die Story weiter vorantreiben ok wo sind wir hier? was ist das? ja ist das jetzt tatsächlich ist das so gewachsen oder ist das ein Ufo? okay das sind doch das sind doch guck dir das da mal an das ist ein Ufo ich weiß nicht ich hab jetzt gerade so ein bisschen Flashback von Stargate die Gruber uhlt oder wenn? ja gleiche Frage da sehe ich eher Gigas was ist das hier? voll krass ok tja ich würde sagen damit ist die Katzenwurst ein Sack irgendwie ich glaube das sind nämlich keine Vampire sondern die die wir als Vampire kennen sind außerirdische was das nicht wen ja verwirrt macht aber was ist diese Hölle? ist das wirklich echt? wir werden gerichtet Gott bestraft uns für alle Fehler die wir je gemacht haben sehen ist alles was mir noch bleibt als uns meine Frau verließ wollte ich dass er alles hat was ich nie hatte alleinerziehend was hat sein? schon aber mein Junge macht mich sehr stolz er geht nach London zur Universität wenn er nur nicht klauen würde er fehlt mir so sehr er fehlt mir so sehr ist er ein gewisser rein Jason? ähm ähm düster dieser Ort sie kommen wieder hierher wird jetzt hier nicht aus Nähkästchen blauern ich kann dich denken hören wir warten darauf dass was passiert vielleicht sollten wir selbst dafür sorgen dass etwas passiert was schwebt ihr denn vor? wir gehen da rein würde mich auch mal interessieren irgendwie ja aber hä? wie? äh verlass dich auf mich hey was auch immer passiert ich denke ich wir kämpfen zusammen es geht nur so ich finde zwar diese Theorie finde ich total Banane irgendwie aber ähm es war gerade so eine coole Szene zwischen denen da wollte ich jetzt nicht einfach du bist dumm irgendwie jetzt so als Dialog enden lassen irgendwie tatsächlich fallen mir die beiden relativ cool zusammen irgendwie also ist so diese Ungleichheit irgendwie die das halt so widerspiegelt finde ich halt sehr interessant aber Jason ist ja eigentlich eher naja der ist ja sehr voreingenommen muss ich sagen ja Jason ist halt ist schon natürlich ja sehr amerikanisch sehr patriotisch sagen wir mal so sehr patriotisch nicht sehr amerikanisch sehr patriotisch also ich weiß nicht diese diese gelben Dinger da genau dachte ich mir auch gerade das sieht doch nicht gut aus oder? ja vor allen Dingen wirklich doch was ist denn das? musst du drüber stehen und also solche geile Sporen ja oh oh ähm oh oh also tatsächlich habe ich den Twist jetzt aber nicht kommen sehen irgendwie dass da jetzt ein Ufo unten ist also ja aber muss man auch überlegen wie lange muss denn das da sein weil das ist ja super tief unter der Erde naja das gibt ja halt so diese Präastronautik Theorie ne also gerade in Bezug auf Pyramiden und so na stimmt also naja da wird halt wahrscheinlich schon da wird da schon Patalin sag mal jetzt vorsichtig ich weiß nicht und finden wir jetzt noch deine Brutmutter oder irgendwas so unten rüber boah oh Gott okay also haben die irgendwas bei haben die TNT jetzt bei oder so die anderen hatten die TNT ne äh ich glaube schon ja die haben jetzt glaube ich gar nichts bei also die haben nur was wollen die machen er hat jetzt ein halbvoll Magazin und der andere hat eine Metallstange was wollen die jetzt machen da Freik ja das weiß ich auch noch nicht wir können nichts erkunden bis auf dass es hier vorne die ganze Zeit leuchtet also oh krass das ist so duser das ist so das ist das ist Abgrund aussah oh gut Bild schön hier drüben warum flüstern die so naja was hältst du davon irgendwelche anderen Gott hat sie nicht erschaffen nein vielleicht sehen wir das von der falschen seite was soll das denn heißen wir sind im Rindring rindring ok was oh Gott was 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 das ist der red das geile ist der drei muscheln dann leg's mal wieder hin musik eine sprache vielleicht ich sehe nicht die sind nicht sehr gesprächig oh oh ja nicht mit der moschee probiert schätzen sie dich nur um sie dich nur um wir können uns das also hier die wollte ich mir mit absicht eigentlich nicht angucken weil die sehen echt böse aus naja schon oh je ach du scheiße ach du scheiße oh Gott ok das sieht wirklich nicht gut aus ja aber wo müssen wir denn jetzt also ich weiß hier hier rechts oh nein hat es mir nur so vor oder lebt das ja tritt doch nochmal ruf findest du raus das ist tatsächlich haben wir nicht viele möglichkeiten wie wir laufen können das ist halt natürlich sehr linear und jetzt werden wir hier wahrscheinlich runter springen ja aber guck mal wir waren ja vorhin auf der Kante da vorne und dann gab es eine Einblendung mit so einem Viech wir laufen auch jetzt direkt in die Arme wir laufen ja aber genau ich denke mal wir haben keine andere Möglichkeit scheißhätze leider oh wir können wieder hochklettern oder wo noch gehen na gut aber gehen wir mal zum nächsten glänzenden Bommel von dem V ach du scheiße ich weiß nicht ob ich da hinten was ist denn das ist ein das ist ein Hebel ach was ist jetzt hä das sieht aus wie wie so ein Viech wie so wie so eine Waffe was er bedient hat für mich sieht das aus wie so ein klassischer Schaukelwertschirm vorm Spielplatz so ein Fehler fährt so was er fokussiert auch nichts okay Salim sieh mal hier eine der Kreaturen nur älter ureig passt doch an jetzt ist die Klaue doch erst ach du doch äh wozu leck mal dran was ist das hier eine scheiß Mutprobe warum man warum da oben ja was soll ich machen nicht also ich könnte zurück zurück also warum jetzt hätte er ihm bestimmt angefallen okay dann gehen wir mal weiter also wie kann man denn so guck mal so mal ein bisschen pummel dran an rum wir haben zwar oben die ganze Zeit gegen die gekämpft und haben ja auch schon vorher noch nie mit denen zu tun gehabt aber fass doch mal an was soll denn da passieren oh Gott jetzt ohne Scheiß was passiert da im besten Falle na ich glaub schon dass wir dann angegriffen werden also oder gib mich da rück wir dürfen uns nicht aus den Augen verlieren ja dann bleib doch bleib doch hinter mir ein Schamane was ist das denn was ist das denn ist das krass was ist das denn eine Hülle ist das denn eine Art Kukon oder was totaler Methusalem der Kerl mach doch nicht Feuer an lasse doch sein scheiße hast du das gesehen der lebt das ist unmöglich war die Hälfte jetzt von ihm unsichtbar oder fehlte die einfach er atmet hat sein Fleisch erhalten sein Gehirn was sollen wir tun er kann nicht so bleiben ja nun er hat so Zeit sich daran zu gewöhnen ich mein's ernst oh Gott nein das lockt die Vampire an was dann ich mache es aha war los wo kommt jetzt denn okay gibt es hier hinten noch was eine Steintafel so Leute wenn ihr jetzt gerade zuguckt dann würde mich mal interessieren ob ihr eine Theorie habt was die beiden jetzt machen könnten ist es A irgendwie ein Selbstzerstörungsmechanismus oder ein Kladatsch finden beide jeden drauf oder ist es einfach wollen sie einfach nur an außerirdischen Raumfummeln wer weiß es irgendwie ja eure Theorie würde mich mal an der Stelle sehr interessieren haut es mal bitte unten in die Kommentare ich habe tatsächlich gerade keine Ahnung wo Jason und Salim jetzt hinlaufen und was die jetzt hier unten machen vielleicht wollen sie damit wollen sie jetzt mit dem Raumschiff losfliegen oder was ja gute Frage hochklettern also was was klubst du denn mit dem sag mal was also dadurch dass keinen Sprengkörper kein nichts dabei haben weiß ich nicht wie sie das Ding irgendwie ansatzweise in die Luft sprengen wollen also wenn sie das überhaupt vorhaben ist ja auch die Frage die einzige Sache wäre natürlich aber das beruht ja darauf irgendwie dass ja nur wirklich alle Vampirregeln gelten ist wenn du den Obervampir tötest dass du alle anderen damit auch tötest so die These das einzige was ich mir vorstellen kann ist weil das Wasser hier dieser dieser Boden ja sieht ziemlich ja ölig aus das ist Petroleum mäßig genau dass du das irgendwie in Brand setzen könntest oder so ich weiß nicht brennt vorm Aldehyd ist der Brenner oh das ist eine gute Frage ok wenn die sagen dass das so danach riecht ups scht die so laut wir sind jetzt im Zentrum oder was ich habe keine Ahnung es wirkt jetzt nicht unbedingt wie ein Zentrum für mich einfach nur wie ein wie ein Loch und die sitzen alle drum rum ja warte es halt ist ich hatte ok da geht's da geht's wahrscheinlich ein bisschen weiter runter ja wollen wir noch nie anfassen wir fummeln jetzt nicht an Außerirdischen rum ok das kann nur schief gehen wir können hier aber anscheinend nur rumlaufen also nur ok warte hier gibt's noch was hier könnte man wahrscheinlich noch was anfassen boah das ist aber nicht ein Schädel sieht krass aus Salim der hätte einen Zahnarzt gebraucht keine Reißzähne siehst du das der Knochen ist gebrochen wo sie sein sollten als seien sie von innen herausgebrochen was meinst du vielleicht waren sie ursprünglich keine Vampire sie wurden infiziert ach ja stimmt verwandelt verwandelt so und hier sieht's aus wie so ein kleines Minenfeld das sind hier alles Koukons ich hab so ein bisschen die Befürchtung dass da gleich ein bisschen was rauskommt ja die Befürchtung teilig ja stimmt wir haben ja auch gesehen da sind ja so kleine Würmer so Insektuide Kladderadatsch was da bei der eben aus dem Mund geschossen ist Salim was ist los Jackpot würde ich mal sagen was heißt sie nicht Jackpot ja klar was wollt ihr machen hier das einzelne aufpicken mit der Schranke hier das einzelne tritt da nicht ruf so jetzt muss ich nämlich aufpassen ich schwöre dir manchmal die manchmal nervt mich diese Charaktere so dermaßen ich weiß nicht sollte ich Licht ausmachen naja dann kann es natürlich sein dass da auf so ein Knubbelknatsch tritt du solltest es auf jeden Fall du musst nicht auftreten hier kann es jetzt zum Beispiel auch sein dass diese Sequenz mit Salim kommt genau deswegen versuche ich jetzt auch so gut wie es geht also auch wenn es langsam ist hier so außen rum zu laufen ohne diese Sporen sag ich jetzt mal irgendwie drüber zu laufen im besten Fall so eins eins weiß ich schon mal wenn Benni jetzt irgendwie rauftreten sollte Salim stirbt wirst du von Benni eigentlich einen Satz hören ich habe gar nicht gemacht ich habe gar nicht gemacht und hier komme ich nicht durch kommst du nicht durch naja ich habe ich habe ein bisschen Angst weil der lässt sich so klubig steuern ja tatsächlich ist die Steuerung wirklich immer so ein bisschen warte mal ernst links kommst du links durch ganz links 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 da noch weiter links ja die Steuerung ist wirklich so ein bisschen undankbar irgendwie in den Spielen ich meine man läuft zwar nur irgendwie aber wenn du jetzt Passagen wie diese hast ist das wirklich knackig weil also das Spiel definiert so Panzersteuerung völlig neu das sieht sehr gut aus Benni jetzt das hast du hervorragend gemacht glaube ich ich hoffe ich hoffe es ich glaube wir sind noch nicht am Ende also hier ist zwar ne Menge nicht aber da wird es gefährlich ja deswegen auch nochmal hier vor gehen wir jetzt hier außen lang ok sehr schön keep a tactical let's do it for america ja ok einmal kurz umdrehen um zu gucken wo wir sind immer nach da gehen erstmal ok hier geht es weiter runter so von da sind wir gekommen gibt es denn hier hinten noch was zu entdecken ja leuchtet was oh wird es ja nette skelette große skelette ja gar nicht so klein naja das sind die ursprünglichen Außerirdischen also die anderen sind ja scheinbar die infizierte Variante davon irgendwie oder die mutierte Variante so wie sie es jetzt angedürtet haben oh 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 Was ist das hier? Was ist das hier? Jetzt, jetzt setzt dein Granite Launcher ein, Alter, die ganze Zeit. Aber die Dynamik ist dann noch geil im Spiel, muss man sagen. Das ist Artefakt. Und da ist aber auch schon eine Tafel. Wir sind nicht die Ersten. Was ist denn das für eine Scheiße? Wo ist der Rest? Noch nicht ganz. Krasser Fasermacher. Ich gebe zu bedenken, dass sie immer noch infiziert ist. Oder wahrscheinlich. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass dem nicht so der Fall ist. Und wir spielen Rackel in der Sternenkammer. Was ist das hier? Ein Plan muss her. Wir machen die Biester fertig und hauen ab. Guter Plan. Das war schon K. Was haben wir noch? Wir haben, äh... Acht Magazine 556 FMJ. Dreimal 40mm Explosivschuss. Zwei 9mm Pistolen. Und vier Magazine. Das sollte passen. Hm. Und zwei Postvorgeschosse. Oh. Und ein Block. Komposition C4. Komposition C4. Was ist mit der UV-Lampe? Hat was abbekommen. Ich krieg das hin. Und wir haben das hier. Ist alt. Unberechenbar. Es muss eben reichen. Keine Lunden. Aber wir können sie mit dem C4 hochjagen. Hoffen wir, sie ballern noch gut. Die Vampire kommen aus diesen Kokons. Ihr habt die ganzen Dinger gesehen. Da könnten Tausende drin sein. Wir jagen sie hoch. Facken. Wir füllen so viele Mistviecher ab wie möglich und dann zurück nach oben. Machen wir es so, Sergeant? Hurra. Ich lasse nicht zu, dass er eine Waffe hat. Da sind wir schon drüber hinaus, Ma'am. Wir kämpfen gemeinsam. Wenn du noch den Verbandskasten hast, jetzt könnten wir ihn gebrauchen. Ist nicht sehr viel drin. Die haben wir ja. Freilfunden. Stimmt. Oh. Darauf wär die Presse zuhause echt scharf. Achso. Ich konnte nichts ausbilden. Wir sollten uns besser noch etwas umsehen. Da. Ich hab's. Okay. Du suche die Kamera. Spricht mit deinen Verbündeten. Wollte ich ja mit Jason sprechen? Oh Gott. Ist ja nicht Jason. Ist ja nicht Jason. Wird es. Diese Sache zwischen uns beiden. Ja. Vergiss es, Nick. Ich wollte nur... Halt! Konzentrier dich auf unser Ziel. Nur so kommen wir hier raus. Was? Die sind alle sehr viel zu duselig da irgendwie. Mhm. Warte mal. Ich guck mal hier. Oh. Oh. Steintafel. Steintafel. Hatscha. colin. Hatscha. Hä? Häa... extensively. Woah. What? Wer... Ja wer war mit der Brille? Ja und wer war sie mit den... Ne. Sie war hier... Nervi. Aber Nervi hatte doch nicht so eine Haare. Ehm. Ja. Oh, Leute, das ist schon wieder Teil vom anderen Spiel gewesen. Also, okay, das kann natürlich sein. Es kommt ja demnächst ein neues, The Devil in Me. Oder The Devil Inside Me. Ja, stimmt. Egal, wir werden spielen. Stay tuned. Was haben wir hier? Hans Victim. Jagdopfer pflanzt Parasit ein. Parasit reift heran, wird, stirbt. Parasit übernimmt den Körper. Aber, ja, Circle of Life. Okay. Untersuch für die Stele. Warte mal, jemand noch nichts zu Salim? Nichts zu Salim, okay. Ehm, jemand, was man dazu nehmen. Oh, okay. Ja, Unleserlich, wunderbar. Sie kommen, wir müssen es hier beenden. Mit Unleserlich. Wer mir noch genug Zeit bleibt, das ist meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf Unleserlich. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die Unleserlich. Keiner von Ihnen hat überlebt. Ja, wenn man es mal immer gelesen hat und verstanden hat. Ich gehe mal zu bedenken, dass irgendein Hirni da einen Tisch runtergeschleppt hat. Ja, auch hier die ganzen Kisten. Guck dir mal hier an, was wir hier noch so alles haben. Also. Äh. Ne. Was haben wir hier? So. Zu Händenpulmen. Bestellung neuer Ausrüstung. Spitzhacke 12x. Sei mindestens 300 Meter. Sperrholzkisten. Mein 29 extern. Super. So. 1,20 x 79 x 51. Bogenlampe 20x. Plus Generator. Brechstange 4x. Gasmaske 6x. 6x EVH. Okay. Wo sind die Sachen? Ich würde gerne so ne Gasmaske mitnehmen. Ich hätte, die haben sie ja in so ne Kiste. Nein, nur so ne Kiste. Warte mal, dann können wir mit ihm noch reden. Ich weiß, dass wir da hinten noch was hatten. Nochmal ganz kurz gucken. Hier haben wir noch Salim. Aber wir hatten hier noch was Kleines zum Lasen. Das ist schon ein Zettel. Oh, auch ein Lied. Schön. Und? Achso. Je mehr ich über die musikalische Sprache dieser Kreatur herausfinde, desto fieberhafter überlege ich, wie sie hierher gekommen sind. Sind sie in den Tagen der Dinosaurier durch die Lüfte geglitten? Hat ihr riesiges Reich den Globus umfasst? Als wir uns noch von Bäumen hangelten, sind jetzt tot. Ihre Form ähnelt der unsrigen. Aber alles andere an ihnen ist dem Leben, wie wir es kennen, fremd. Die Konsole zeigt anscheinend eine Sternkonstellation. Zethos von der Erde aus gesehen. Kamen wir von dort und haben die großen Weiten des Alls durchquert, um hier zu landen. Haben sie versucht, zurück nach Hause zu reichen. Keiner weiß es. Und jetzt noch. Hey, weyder, hello. Du, du. Guck mal, was Salim so hier hat, so fein ist. Und warte mal, da geht's weiter. Nee, dann reden wir vorher noch mal mit Jason. Mit Jason? Mach mal das. So, komm mal her, hier. Könnte ich nur noch mal die Sonne sehen? Hm. Sonne und ein kaltes Bier. Alle wissen jetzt über Nick und dich Bescheid, oder? Ist besser so. Geheimnisse hin oder her. Sie machen einen nur krank. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch. Gutes Gespräch. Wo ist denn eigentlich Eric? Weil... Da hinten. Nee. Wo ist Eric? Hier war die Steintafel. Wir haben jetzt mit jedem bis auf Salim geredet, aber Eric ist weg. Obwohl er ja die UV-Lampe angeblich repariert hat. Ja, das so... Warum ist hier eigentlich noch so ein Eingang? So ein Durchgang? Ja, warum die Tasche? Wer weiß es? Keine Ahnung. Gehen wir jetzt zurück? Nee, gehen wir auch nicht. Okay, Eric ist... Ach nee, da ist Eric. Da sitzt er. Und hält sich sein... Okay. Schraubt noch ein bisschen an sein Bein rum. Komm, ich helf dir. Geht schon. Ich hab das schon mal gemacht. Und ich viele Male seither. Oh, ist ja gut, ey. Äh... Ja, komm hier. Kümmern, was auch. Fuck. Was rede ich da? Was stimmt nicht mit mir? Rachel, alles okay? Rachel. Geht schon. Mir geht's gut. Mach das selbst. Okay. Ja, da merkt man. The Parasite. Take over her. Geht's nicht mehr so gut. Es geht nicht mehr so gut. Oh, es sinkt. Alles okay? Es muss etwas geben. Eine Sprache aus Akkorden, Tonleitern, schallbasiert. Mary spielte Klavier. Sie hat es entschlüsselt. Sie dachte, die Gravuren stehen für Sterne. Siehst du? Eine Halb-Ton-Arabische Leiter. Der Wahl. Wir sind weit weg vom Nachthimmel. Es ist ein Rätsel. Dem Tagebuch nach hatte das Gerät nur eine einzige Tonleiter. Mary hatte es sich allein angesehen. Es könnte eine weitere geben. Ich brauche deine Hilfe. Was kann ich tun? Diese Konsole muss von zwei Personen bedient werden. Mhm. Ja, mach doch. Ja. Versuche jetzt nur, ihn umzuspiegeln. Aber er macht nicht weiter. Nicht doch so, ne? Ich habe jetzt einfach irgendwas gedrückt. Keine Ahnung. Das ist unglaublich. Mary glaubte, dass die Kreaturen einst friedlich waren. Ihre Sprache und Musik. Ich glaube, sie sind da überall. Sie sind da überall. Dann geschah eine Tragödie. Ihr riesiges Reich ging unter. Ihre Musik verstummte. Und sie bekämpften sie. Was ist das? Eine Krankheit. Wahnsinn. Sie wurden aus dem Architekten Killer. Was ist auch wahr, es hat sie verändert. Jetzt sind sie voller Hass. Tiere. Totem Wesen. Keine Opfer übrig. Sie schliefen und warteten und zwar auf uns. Scheiße. Rachel. Rachel. Oh, shit, Rachel. 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 Rachel, sieh mich an. Es ist... Es ist in mir drin. Es ist in mir drin. Ich kann noch nichts machen, ne? Es tut mir leid. Na denn? Komm zum Schluss. Rachel! Das geht dann. Oh, Gott. Gebt ihr am Rachel verloren auf jeden Fall? Ich werde mal kurz Rachel abhaken hier, mein Buch. Ja, wir hätten es auch einlassen können, aber dann weiß ich nicht... Ich weiß nicht so, was ich sehe. Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Werden wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Ja, weil... Also... Damit schaffst du doch nicht alles, oder? Also... Ich würde mal kurz sagen, nee. Shit. Sie schritten. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay. Aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Wir haben Rachel verloren. Und Schwester. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire Sonder. Lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay. Dann lassen wir es krachen. Okay. Okay. Wer platziert das Dynamit? Ich bin für Eric. Ah, scheiß drauf. Ich mach's. Ich hätte jetzt Rachel schön machen können. Wir machen's zusammen. Stimmt. Nee, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick. Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar. Und wenn ich keinen Empfang habe? Lebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Überstanden, Kumpel. Was war denn das gerade so? Das stimmt. Überlegt er gerade, ne, ich gebe ihm die Lampe. Nö, mein. Oder was? Weil. Wahrscheinlich nur Optionen, die wir jetzt nicht mehr hatten. Stimmt. Meinst du, weil ich Rachel mitgebracht habe? Ja, wahrscheinlich, weil wir vorhin kein Kaugummi genommen haben. Oder weil wir, wer weiß schon, wie das verstrickt ist miteinander. Danke. Kann ich auch heranzoomen? Da ist ja irgendwas. Kannst du ihn nicht hinweisen? Schwer zu erkennen. Wahnsinn. Ah. Wie, schwer zu erkennen? Was ist denn daran schwer zu erkennen? Wo ist er hin? Da. Links vor ihm. Links vor ihm. Die Konkons heute, ihr brechen auf. Mach schneller. Alles klar, wir müssen ja so ausscouten. Wo ist er denn hin? Steht er noch drin? Erste Ladung platziert. Jetzt kommt auf. Erste Ladung platziert. Roger, Roger. So, weiter? Roland. Links, rechts. Rechts. Los. Okay. Jetzt rechnen sich natürlich die ganzen kleinen Ansehkomponenten irgendwie, die wir vorher im Spiel gemacht haben. Wie zum Beispiel seine Verletzung. Oh oh. Das war ein Stich ins Westen, Nest. Das schafft Nick. Ei, 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 ei. Der ist aber ganz schön schnell da angekommen. Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Sieh dir das an. Der Jackpot. Das ist soweit. Ne, jetzt soll ich was machen. Was willst du tun? Zieh uns zurück. Echt? Ja, okay. Ah, schade. Ich dachte, du haust den Reus. Ne. Oh, du klang jetzt. Das war vielleicht doch nicht so gut. Sehr endgültig gerade. Sehr endgültig gerade. Äh, ja? Was? Gott. Ja, das war jetzt nicht so. Erfolgsgegründ. Erfolgsgegründ. Vor allem, Eric, die ganze Zeit, macht er nichts oder was? Ich dachte, da ist der Oberguru. Oh nein, jetzt rennen sie alle da durch. Geh. Wie? Ja, was? Klettert er nicht jetzt auf einmal wieder hoch? So da ist der dezente Anschlussfehler irgendwie. Okay, plötzlich brennt alles. Und Salim ist doch noch ruhig am Leben. Na, holt ihn raus. Holt ihn raus. Was überlegst du noch? Wenn wir zurückgehen, sterben wir auch. Er ist praktisch tot. Wir müssen weg. Uh, das wird jetzt interessant. Was ist deine Entscheidung? Der Mann gehört nicht zu uns. Kein Mann zurücklassen. Okay. Kein Mann zurücklassen. Salim ist unser Buddy, Alter. Sareen lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag es ihm selbst. Ich komme dich holen. Okay. Let's go. Ah, guck mal ein bisschen. Ein bisschen patriotischen Epos müssen wir jetzt hier noch auspacken. Das war noch zu wenig in diesem Spiel. Mariner. Oh, Mariner. Swim. Oh, Mariner. Swim. So, machen wir uns nicht vor, wäre Erich jetzt an der Reihe gewesen zu entscheiden, dann hätte die Entscheidung anders aussehen. Knappes Ding, aber okay. Ja. In's Gesicht. Boah, das war das Gesicht nicht, Mensch. Na, ist ja gut, ich muss den Stocker überhalten. Sein Eisenstocker, seine, was ist ja... Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Aber das schwimmt irgendwie. Wo ist doch Helmer aus mit diesen zwei Zehen da vorne, wa? Ja, sie. Manni. Oh nein. Oh oh. Oh nein. Oh, falsche Taste. Jason. Ah, Jason ist leider auch drauf gegangen. So. Das war jetzt wirklich die... Ich hab B statt X gedrückt. Ah, da kann ich. Ich weiß nicht, ob der Aufzug noch fährt. Wo zur Hölle ist Jason? Ach, zieh eins und eins zusammen. Ja, welche Taste gedrückt. Das hat ihm, sag sie. Hier gab's ein Leben. Für meines. Er hat ihn erwischt. Dieser Mann. Er hasste dieses Land. Und hat dich gerettet. Du lügst. Jason. Es nützt nichts. Fuck, lass mich in Ruhe. Was willst du jetzt machen? Wirst du jetzt da runterspringen oder was? Ja, er hat jetzt gerade seine Elite verloren. Er hat anscheinend noch seinen besten, äh... Ja, Men in Arms verloren. Oder Brother in Arms. Mal von dem ganzen... Psychischen Stress, wenn die ganze Zeit auf einen Einbruch noch von dir abgesehen. Los! Boah, dann kann man schon mal kurz ausdecken. Ich komme gleich nach! Macht jetzt jeder von euch... Flitz-Bippen-Wächser-Rost oder was? Kommt der nicht nach? Wo ist nochmal schnell Bibi hier? Was hat er denn da gesehen? Was hat er denn da gesehen? Ja... War der Rachel? Oder der Kurator? Wo ist Salim schon wieder hin? Ah, Salim kommt gleich. Achso, da ist er schon wieder. Hat er doch gesagt. Kommt gleich. Was? Also manchmal sind die Enden schon ein bisschen komisch. Ja, die Verzahnung ist halt nicht hundertprozentig passend. Wahrscheinlich irgendeine völlig abstruse Art und Weise dieses Schmetterlings-Effects gleich später. Ja. Irgendwann da nicht auch noch lauter Viecher? Ja. Und hier kamst du auch nicht so einfach rüber an die Treppen. Da war da ein Riesenabgrund vorher. Okay, das war's jetzt oder was? Sind sie jetzt raus aus der Höhle? Siehst du, wie sie sich ganz prollig zum Bier reinpfeifen. Alter. Schön am Strand. Landezone. Okay, drei Leute haben's raus geschafft. Von, wie viel waren wir? Sieben? Na, Rachel, die andere, der Typ. Der andere, der Typ? Der andere Typ? Der Kumpel vom Typ? Nee, der General hier. Der, der... Mhm. Gani war noch mal bei? Was waren mit dem mit der Brille? Ist der da auch unten gestorben? Das zweite Mal. Achso. Dann noch die... Nerf hier? Ja, die meint ich. Genau, die... Bespricht Coyote 2, bestätige. Evap wird vorbereitet. Ankunft in fünf Stunden. Warten. Over. Warum freuten sich Salim so? Verstärung ist unterwegs. Wir haben sie besiegt. Aber Ankunft in fünf Stunden? Danach ist doch bei ihm für ihn noch was sagt. Wieder Kacke. Danach ist Guantanamo für ihn. Ja, ist so stehen. Hallo, Sonne. Bin ich froh, dich zu sehen. Ich muss zurück zu meinem Sohn. Macht das Loch zu. Er macht sich sicher schon Sorge. Spring... Doch. Eine Sonnenfinsternis? Echt jetzt? Was für ein beschissenes Timing ist das denn? Das darf doch nicht wahr sein. Und jetzt kommen sie bestimmt alle nach oben, oder? Ja... Okay... Gute... Oh Gott... Ich bin ja also beschissenere Timing kann man da ja auch nicht haben. Sicher den Raum. Ja, eigentlich müssen wir kurz nur aushalten, ne? Ja, normalerweise ja. Sonst kommt es dann eben auch ein Baby. Allerdings, wenn die Nacht kommt... Sechs Minuten. Sie dringen hier ein! Sehr gut. Wir schicken sie zurück in die Hölle! Ich bin viel zu vieler! Shit! Mein letzter Clip! Vater, was machen wir jetzt? Sind hier nicht noch Granaten? Ach, geht mal! Hallo! Leuchtgranaten! Was sind Leuchtsignale? Zünden! Wir halten sie auf! Was ist der Öchtfackel? Da können wir nicht verraten. Ah, ne! Nicht doch! Jetzt hier! Der Spannter! Musst du ihn bolt! Das ist aber wirklich was unheimlich! Das ist aber wirklich was unheimlich! Ei! Oh! Oh! Er hat gerade einen Superman-Punch? Ohohohohohohohohoho! Voll die Greta abgebrochen, ey. Oh Mann! Jetzt knieknack, alter. Eric. In Gesicht. Los, gib ihm, gib ihm. Für ihn, Jason. Na, wie schmeckte das? Werbung, Curry 36. Es war mir eine Freundin. Okay, let's go. Okay, Nick. Oh, Gott, Gott, Gott. Ey, könnt ihr jetzt mal aufhören mit den Quicktimes? Ich komme nicht mehr hinterher, Freunde. Ich habe heute schon zweimal verkackt. Und wenn jetzt nochmal Jason kommt mit Quicktimes oder Salim, dann kriege ich jetzt einen Anker hier. Ja, bestimmt. Bitte nicht. Oh, die Sonne kommt wieder. Ich glaube, das war schon glücklich. Oh, die Sonne. Oh, das war schon mal sehr schön. Oh, das war schon. Oh, da war schon mal so. Oh, das war schon mal ganz spannend. Tja, so einen großen Stöpsel kannst du ja nicht finden, wa? Irgendwie für dieses Loch. Nee. Kannst eigentlich nur gucken, dass du alles irgendwie da drunter in Schutt und Asche legst. Alles verschütten lässt. Irgendwie so eine Art. Ja. Nur Zeit für die Moab. Ich muss zu meinem Sohn. Ein Souvenir. Deswegen wird er sich wahrscheinlich an die Wand hängen. Genau, ein Souvenir. Ah, enorm. Wo ist es eigentlich? Oh, was hat verdient. Ja. Na ja. So, da kommen schon die Blackhawks. Bringt uns bloß schnell hier raus. Und? Ja. Okay, findet auch keiner komisch, dass er da so ein halber Batman vor sich hinkommt. Wahrscheinlich, völlig normal. Völlig normaler Tag im Irak. Oder sie kommen jetzt in die Quarantäne. Und werden erst mal fünf Wochen untersucht. Na, die werden wohl... Er kann doch Glück haben hier von der CIA, der andere wird wahrscheinlich kein Licht mehr sehen. Da hat man eine schreckliche Anhaltssonde ist in dir! Jetzt muss doch bestimmt nochmal der Kurator kommen, oder? Na bestimmt. Oh, da heben so aus die Kerzen. Leider. Die jetzt noch stehen, die standen frei und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Warum war das eine Denkwahl jetzt da am Hintergrund? Tja, ihr Lieben. Nice. Das war House of Ashes. Who are you? Bist spät dran und siehst scheiße aus. Hab nem Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Bahnfreiheit. Musst es hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffins. Bericht gewesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyse-Team? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Cold Jack Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Bester der Besten, was? So wird er angepriesen. Gefallen. Todesursache? Bin kein Arzt, aber ich denke, es war die riesige Brustwunde. Sie haben einen Speer da rausgezogen. Einen Speer? Sumerisch, wie es scheint. Das geht in die Geschichte ein. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbindet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Cold Jack gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Pech gehabt, er ist weg. Was soll das heißen? Ist abgehauen, bevor das IVEC-Team aufkreuzte. Ist vielleicht schon über die Grenze. Verrissener Mistkerl. Warum wollte Cold Jack wohl seine Hilfe? Das Analyse-Team sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Nein, 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 nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt. Eine ganze Stadt voll mit den Dingern. Da waren Kokos. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass hier alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfout. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich hat fast niemand aus Ihrem Team überlebt. Und damit muss ich leben. Sprechen wir über Kalos. Mein Gott. Man kann sie kaum noch identifizieren. Kennst du ihr Profil? Ja. Sie hat es weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Charlotte macht Feuertopf. Na klar bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also. Was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. Ja, ich habe jetzt diese Sequenz nicht verstanden. Warum war das jetzt damit dran? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie irgendwie die Masken abnehmen und dann kommt irgendwie so ein Plottwist, weil dann irgendwie jemand zum Vorschein kommt, der eigentlich gar nicht mehr überlebt hätte oder so. Die nächste Story. Warte. Hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Naja. Wahrscheinlich wurde uns bloß noch mal vor Augen gefühlt, wer jetzt noch lebt und wer nicht irgendwie... Toll. Ja. Fanny, sag mal was. Wie hat es dir gefallen? An sich super. Also wie immer bei den ganzen Games, die wir ja so von denen spielen. Von der Anthologie finde ich das ja wieder klasse gemacht. Klasse alles in Zähne gesetzt, würde ich wirklich sagen. Story an sich war auch eigentlich ganz catchy. Ich habe heute leider Gottes zweimal gefailt mit meinen Quick Times. Ich hätte gerne ein paar mehr mitgebracht. Naja, zweimal ist keinmal. Ja, aber ich habe einmal dieses, weißt du, mit dem Herz klopfen und dann zwei Tasten verwechselt. Und ja, das ärgert mich ein bisschen. Aber bin heute auch nicht so ganz auf der Höhe. Daher hoffe ich, dass ihr mir dann ein bisschen das Ganze entschuldigen könnt. Und ansonsten hat mir das Game aber an sich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, war auf jeden Fall, ich fand es halt so sehr krass. Ähm, die Gruselkomponente ging jetzt ein bisschen unter, im Gegensatz zu Little Hope und Man of Me. Ähm, also der Teil war eher so ein bisschen Actionlast, ja, irgendwie. Äh, aber wie gesagt, ich habe es glaube ich schon an die zwei Trillionen Mal Satt irgendwie mega geil inszeniert, das Ding irgendwie. Und, äh, ja, okay, war jetzt keine Oscar-reife Story dahinter. Irgendwie muss es aber auch immer nicht sein, ne? Niemand einfach als solches, wie wahr, einfach unterhaltsam. Und, ähm, also ich weiß nicht, der nächste Teil wurde ja schon an den Teasert. The Devil Inside Me. Benny? Der wird kommen, auch bei uns auf dem Kanal. Der wird kommen. Bei uns auf dem Kanal. In dem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann. Ciao. Tschüüü. Untertitelung des ZDF, 2020